Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Faktorio Space Exploration. Ja, wie der Name das Spiel schon sagt, werden wir heute wieder ein bisschen das Weltall unsicher machen. Aber erstmal werden wir gucken, bis wir diese Dinge da bekommen, weil, naja, brauche ich vielleicht. Wobei Schienen und so weiter brauche ich nicht. Und ich weiß auch nicht, was war denn letztes noch los? Ich kann mich nicht mehr ganz dran erinnern, wie üblich. Aber ich weiß, dass wir das, was wir machen wollten, eigentlich nicht geschafft haben. Aber zumindest sollten die Rohstoffe jetzt alle irgendwie wieder halbwegs in Ordnung sein, sage ich mal, von der Menge her, oder? Das sollte jetzt halbwegs passen, glaube ich. Wie sieht es eigentlich aus, Produktion dieser Module, die da? Ja, läuft das in R42, das ist jetzt nicht so viel. Aber das liegt daran, wegen Iridium-Produktion, weil Konstanze könnte schneller sein, aber ist natürlich nicht schneller. Gut, Konstanze waren wir ja letztens, haben wir ja letztens wieder ganz gut gerettet eigentlich alles. Boah. Aber läuft hier ganz gut. Da könnte ich vielleicht, ach so, ne, das bringt natürlich nichts, wenn ich da die schnellere Module, da könnte ich hier die schnellere Module vielleicht reinpacken. Vielleicht würde das helfen, dass ich das da oben ein bisschen beschleunige. Aber naja, jetzt erstmal nicht. Jetzt erstmal warten wir, bis wir, ich habe alles bekommen. So, dann schalten wir persönliche Roboter aus, weil ich ja jetzt da oben definitiv das nicht brauche, das nicht, das nicht. Diese normalen Rohre brauche ich auch nicht. Schienen definitiv auch nicht. Signale sowieso auch nicht. Oh, ich habe einen Reservezug, das ist ja schön. Zwei Robos wäre noch schön. Ich glaube, mir fehlen Robos. So, betone nämlich mit, auch wenn ich es nicht brauche. Aber die Mauersachen brauche ich definitiv nicht. Und das, den brauche ich auch nicht. Ja, zwei so, so Baurobos wären noch hinter. Ähm, gut, die müsste ich eh sogar hier irgendwo haben. So, eins, zwei, damit ich da die 50 voll habe. Sehr schön. Gut, ja, dann würde ich sagen, ab geht's ins All. Wie immer mit Zurück in die Zukunft Jingle. Weil wir, ähm, ja, Star Trek oder Star Wars nicht so gut singen können. Wobei Star Wars würde gehen. Die, 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 die. Die, 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 die. Die, 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 die. Du, die aufpassen, sonst werd ich gestriked. Ja gut, so schiefe ich die Töne treffe, glaube ich, ist die Chance relativ gering, dass ich da gestrikt werde. So, okay. Gut, das sind wir. Wir hatten ja letztens noch die Baustelle da unten. Da müssen wir mal schauen, ob wir da jetzt... Ah ja, Rose, zu viel Holz. Ja stimmt, zu viel Holz vor der Hütte, das müssen wir regeln. Und da würde ich sagen, dass wir auf jeden Fall hier diese Pumpe wirklich nur dann aktivieren, wenn da kein Holz da ist, oder? Das würde ich jetzt noch machen. Jetzt müssen wir mal schauen, das müsste... Wie geht sich das aus? Ja. So, und die Pumpe darf dann nur aktivieren, wenn Holz gleich Null ist. Weil Holz muss ich losbekommen, sage ich mal. Ja, und das ist ja das Holz von Rose und das muss weg, deshalb ist das gut, wenn das hier... Ähm, ja. Genau, weil das macht ja auch Schrott und so weiter. Gut. Was fehlt uns hier jetzt eigentlich noch alles, dass wir da weitermachen können? Oder überhaupt mal beginnen können? Ähm, ich glaube, ich habe so ziemlich alles, was ich vorerst mal brauche. Damit wir da... Also wir haben die ersten Dinge, haben wir ja schon, das sind die Teile. Ach stimmt, da hatte ich, glaube ich, zu wenig... Ja, da mussten wir da noch ein paar so Modülchen einsetzen, so. Ja, ich muss natürlich meine ganzen Bändchen und so weiter holen. Zwei Space Pipes habe ich sogar schon... Ach so, die habe ich jetzt rausgenommen. Mann, okay, ja, alles gut. Ich hole mir schnell Bändchen. Bänd-Schen. So. Weil im Space, da haben wir ja alles anders. Im Weltraum ist alles anders. So. Ja, was fehlt uns für die Forschung? Ähm, was habe ich jetzt schon? Die genetischen Daten habe ich schon, genau. Ähm, würde ich sagen, machen wir als nächstes. Was können wir denn am ehesten machen? Eigentlich... Ach stimmt, ich brauche ja da noch Plasma. Bob, was brauche ich denn für Plasma nochmal? Plasma Stream brauchten wir... Oh je, weil das muss ich... Möchte ich schon noch hier. Stein und chemisches Gel. Gut, chemisches Gel haben wir ja hier, oder? Habe ich... Habe ich chemisches Gel hier, oder habe ich das? Doch, das habe ich hier. Das passt. Stimmt, das haben wir hier. Äh, das würde ich ja dann eigentlich nach hinten ziehen müssen, oder? Weil das hätten wir... Müssten wir ja dann auch hier mit den Rohren so... Machen. Das produziere ich hier und baue ich dann hier gleich wieder ein. Ist ja eigentlich auch nicht richtig vom Konzept her. Na, egal. Aber dann kann ich es aber da auch nach hinten ziehen, glaube ich. Dann machen wir da noch Plasma Streams. Boah, da brauche ich wieder sehr viel Stein. Und Plasma Generatoren. Ja, komm, die holen wir uns schnell. Plasma Generatoren. Damit wir das auch alles hier schön ordentlich haben. So, Plasma Generatoren, glaube ich... Ah, habe ich sogar noch vier. Ja, komm, nehmen wir mal die vier mit. Ich glaube, ich brauche zwar nicht alle vier, aber... Nehmen wir mal mit. Ich glaube, da müssten zwei auch reichen. Da ist eher das Problem der Stein. Der Stein der Weisen ist da eher das Problem. Ja, und wo packen wir das hin? Das ist eine gute Frage. Es wäre eigentlich viel klüger, das da oben hinzupacken. Aber da habe ich keinen Platz mehr. Na, egal. Brauche ich sonst noch irgendwas Tolles? Ich meine, die Schmiermittel, die mache ich dann so. Oder kann ich Plasma... ...Stream in Fässer packen? Wäre ein bisschen seltsam. Ne, das geht sicher nicht, oder? Ne. Das wäre ja wirklich komisch. Boah, haben wir ein Glück, dass das nicht geht. Und Ionen-Stream ist auch noch lustig. Das brauchen wir wahrscheinlich auch irgendwo hier. Also machen wir mal einen Plasma Generator. Setzen wir hier mal her. Das ist nur die Frage. Gut, Baumaterialien habe ich natürlich jetzt nicht. Wie groß sind die? Das würde so eigentlich ganz gut passen. Die sind eh relativ klein, was das betrifft. So, Plasma-Stream. Und ich kann da natürlich trotzdem nur mit Geschwindigkeitsmodule arbeiten. Das ist aber trotzdem zu wenig. Und apropos zu wenig. Ich habe auch viel... Hier her, kommt her. Kommt ran. Kommen die überhaupt her? Warum habe ich jetzt... Ich habe keine Ahnung, wo die herkommen. So, auf einmal habe ich wieder 52. Okay. Oder soll ich die vielleicht doch da oben hinbauen? Boah, ich würde die echt lieber hier hinbauen. Muss ich kurz schauen. Brauche ich... Wie viel von dem Zeug brauche ich denn hier? Dieses... Da brauche ich nichts. Da brauche ich 10 chemisches Gel. Ja, ich glaube, ich packe die wirklich dahin und mache dafür... Ja, es ist mir ehrlich gesagt, glaube ich, lieber. Weil da unten, da möchte ich eher dann die... Die Sachen da noch hinbauen. Und ich glaube, es müsste sich ja auch rausgehen. Dann packe ich die eben aufs andere Ende ran, dann haut das schon hin. Aber erst mal ein paar Bändchen geholt. Und um ehrlich zu sein, wäre wahrscheinlich auch gar nicht mal so schlecht ein paar Böden. So, nehmen wir gleich mit. Oh, Böden. Ja, gut, ist fast voll. Okay. Ein paar Bändchen noch. D-d-d-d-d-d. So. Gut. Plasma-Generatoren. Also würde ich dann einfach hier, wie gesagt, da an das Ende packen. Vielleicht nicht ganz so nah ran, weil wir müssen ja das Rohr dann auch noch rausziehen irgendwie. So, Plasma, Plasma. So, und Plasma geht nach oben weg. Und das Beakenteil können wir da schön reinsetzen. Okay, und Stein brauche ich dann noch. Stimmt, Stein ist natürlich dann ein Thema. Stein würde ich aber dann von der Seite einfach ranziehen. Eine Anforderungsküste, bitte. Für Stein. Machen wir so. Das heißt nicht, das Schönste, aber naja. Da bitte, ja, machen wir 500 Stein. Ein so eine Reihe müsste gehen. Ein so eine Reihe. Machen gut Deutsch sprechen heute wieder. Und dann hier nach unten, genau. So. Stein kommt da rein, weil es reicht. Stein und das Ding. Und dann muss der Plasma-Strom da durch. Und dann auch da durch. Also das ist, ja, das ist ein volles. Nee, dann machen wir anders. Und dann da durch. Und dann hier, weil da müssen wir Plasma... Ja, würde ich auch so machen. Machen wir einfach den gleichen Abstand hier. Wie viel Abstand ist das hier? Eins, zwei, drei. Okay, eins, zwei, drei. Also da kommt das Ding hin. Mit so und so und so und so. So. Ja, da haben wir natürlich jetzt wieder das Problem. Wie soll ich jetzt hier die Pumpen ranpacken? Ach Gott. Ist ekelhaft. Haben wir wieder sehr gut nicht mitgedacht. Und natürlich der Masten... Oh, mal verdammt, der auf dem Masten sind natürlich auch die Bänder drauf. Ja gut, ist egal. Ich glaube, ich brauche da nicht sehr viel Inputs, was das betrifft. Also das sollte ja eigentlich passen. Achso, das hätte ich jetzt nicht löschen müssen. Ah, ich merke gerade, das muss ja da auch noch durch. Warum habe ich für das eigentlich keinen Tank? Ich muss sagen, diese Tanks, die habe ich ein bisschen blöd gemacht. Ich würde die am liebsten wieder umsetzen. Wobei die, für die gibt es ja keinen Rückweg. Die brauche ich ja, die kommen ja nirgendwo raus, das Plasmazeug. Oder wobei, wissen tut man es nicht. Wisst ihr was? Ich werde die trotzdem jetzt so gestalten, dass wir da auf jeden Fall... Ja. Brauche ich zwei so Tankreihen noch. Habe ich eh genügend Platz gelassen. Genau. Ähm, ich versuche gerade die ganze Zeit, die zu finden. So, brauche ich zwölf. Von denen. So, dann 1, 2, 1, 2, 3, da. Habe ich da jetzt schon, jetzt habe ich dann natürlich sowieso wieder 1, 2, 3... Natürlich habe ich da wieder einen Platz zu wenig. 1, 2, ja, wow. Da muss hin. Gut, dann passt es auch mit dem Nachbarn. Quasi. Ähm, ja. Ich bin zu gut, Leute. So gut in diesem Spiel. So, jetzt passt es aber, oder? Ja. Dann kommt nämlich da der normale, der Strom ran. Geht mir eh bald der Platz aus. Nein. So. Das ist echt blöd, weil eigentlich hätte ich die weiter... Naja. So, und zwar dann nur, wenn da... Darf ich das hier anschließen? Nee, das muss separat sein. So, und wenn da... Ah, dieses komische, äh, Orange Plasma. Wo haben wir denn das? Nicht das Orange Plasma, sondern das biochemische, ähm, 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 äh, Gel-Dingens da, das... Ja, chemische Gel, wenn das kleiner als 25.000 ist, dann darfst du einpumpen. So. So. So, dann machen wir da natürlich auch die schönen Anzeigen ran. So, dann kann ich aber da... Machen wir hier so, dann sind nämlich die anderen auch gleich dabei. So, und dann einmal hier den da. Ich hasse es. Ich will nicht, dass das Band da drüber steht. So, machen wir so. Okay. Biochemisches Gel bitte anzeigen. Danke. Ein biochemisches Gel bitte anzeigen. Äh. Bin ich jetzt drauf? Was ist mit... Hä? Wir sind jetzt wieder verkehrt. Ach so, weil ich das wahrscheinlich ab und wieder angeschlossen habe und das gefällt dem Ding gar nicht offensichtlich. Na, okay. Äh, gar nicht. So, jetzt aber. Jo, chemisches Gel. Was ist da jetzt bitte los? Hä? Oh Gott. Habe ich irgendwas falsch gemacht hier jetzt? Ach Gott. Ich lösche wieder weg. Hm, 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 hm. Ach, weil das Alpha Nixi. Ich habe die falschen Nixi-Tubes gemacht, ich Idiot. Ja, das ist natürlich ganz toll. Na, super. Na, komm, schmeiß. Schmeiß sie weg. So gehe ich mit meinen Problemen, um einfach wegschmeißen. So, was ich dann nochmal brauche, weißt du was? Dann kopieren wir da einfach jetzt das nochmal. Dann kann ich das vielleicht hier ein bisschen... So, einmal da so. Dann haben wir da drei. Hier würde das dann hinkommen. So. Genau. Ah, und auf einmal funktioniert es auch. Nämlich nicht mit dem, sondern da kommt jetzt Plasma-Stream rein. Habe ich doch glatt die falschen Tubes gemacht. So, und da jetzt hier bitte chemisches Gel. Sehr schön. So mache ich das. So, gut. Hätten wir das erledigt. Und dann, wie gesagt, kommen da. Ja, das passt dann eh ganz gut, dass wir da jetzt doch ein bisschen... Das sieht natürlich nicht aus. So. Sieben. Da würde es sich sogar neun ausgehen. Ich hoffe nur, dass ich da jetzt nicht irgendwo irgendwann mal ran muss. Und da wäre jetzt eigentlich schön, wenn wir da... Naja. Wäre schön, wenn, aber... Was wäre, wenn das Spielchen spielen wir ja nicht. Apropos Spielchen. Ich habe zu wenig Rohrknie. Ah, ja. Dann so. Das Rohrknie weg. Dann einmal da. Kommen wir mal so. Dann da ran. Und das Rohrknie kommt da ran. So. Und auch du sollst nur pumpen, wenn da... weniger als 25.000 von dem Zeug drinnen ist. Ja, und das Gute ist, auch wenn es wahrscheinlich nicht nötig ist, dann sind die jetzt alle auf Rückweg auch gepolt, damit ich, falls ich irgendwo zu viel habe, da auf jeden Fall auch wieder... Also, falls irgendeine Maschine das ausgibt, dass ich die auf jeden Fall dann auch irgendwo hinpacken kann, diese Rohstoffe. Jetzt muss ich nur hier noch ein bisschen... naja, reicht, geht sich sogar... Achso, das geht so natürlich nicht. Ne, da muss ich... Verdammt. Weil da jetzt natürlich wieder der Ausgang... Ich könnte es einmal drehen. Ist das klug so? Ja, komm, ist egal. Einmal da den Ausgang hin, dann ist das halt so. Aber ist okay, glaube ich. Gut. So, wir verbinden natürlich. So, gut. Die laufen. Jetzt die Frage, ich glaube, dass ich die wahrscheinlich geschwindigkeitstechnisch sogar adaptieren sollte, wenn die relativ langsam sind. Wie lange dauert der Spaß hier? 30 Sekunden. Wie lange dauert der Spaß hier? 10 Sekunden. Ja, komm, ich mach die... Ich mach die mal Geschwindigkeit. Voll gut Deutsch. Ich mach die mal Geschwindigkeit. Guckst du. Ja, wow, dieses... Okay. Gut, wobei, ich glaube, ich brauche gar nicht so viel Plasma... Plasmastrom. Na, okay. Gut, aber wir können auf jeden Fall dann jetzt starten. Spannend wird's nur, muss ich schauen... Gott, wie soll ich denn da mit den Rohren durchkommen? Sehe ich jetzt erst... Achso. Ne. Was sind das für Rohre da nach oben? Achso, das ist der... Der Abfluss. Okay. Das wird spannend, weil ich komme da mit den Rohren wahrscheinlich gar nicht durch. Gut, also... Das erste Kärtchen braucht hier jetzt Plasmastrom, oder? Biomasse, Blank-Data-Cards und Plasmastrom. Ja, toll. Das bedeutet, ich kann hier schon... Ich muss mir mal Rohrknie holen. Vielleicht sortiere ich's anders. Muss ich schauen, dass ich das mit den Rohren irgendwie hinbekomme. Moment, Rohrknie sind da unten. Ja, wir sind hier. Das ist jetzt nur ein bisschen blöd, weil wenn ich die nehme, wird der natürlich hier wieder immens... dann am Arbeiten sein. Jetzt sagt man, ich brauche diese Flüssigkeiten ja alle. Also eigentlich müsste ich da sogar so viel Platz machen. Eigentlich habe ich das wieder komplett falsch gemacht. Naja. Ich brauche ja die Flüssigkeiten alle. Ich brauche Plasma. Da brauche ich nix. Da brauche ich chemisches Gel. Und da brauche ich Bio... Okay, nee, ich brauche das rosa Zeug zum Beispiel nicht. Aber ich brauche auf jeden Fall noch zwei weitere Rohre. Was bedeutet, dass ich auf jeden Fall da noch einmal so machen muss und einmal so machen muss. Somit muss ich hier auch gleich noch das wieder wegreißen. Geht sich das aus? Ja, perfekt. Ja, da habe ich dann natürlich das Thema, dass ich hier... Das wird sich wahrscheinlich jetzt hier längentechnisch... Ah, doch, geht sogar. Muss ich nur hier den da machen. Und da sind wir eigentlich jetzt genau da, wo ich mir dachte, das ist jetzt nicht so ideal, dass ich da jetzt so kreuz und quer fahre. Wenn das brauche ich, das chemische Gel brauche ich und den Plasma, dann bringen wir eh hier raus. Okay. Ähm, ja, weißt du was? Komm, hier auch noch mal so. So, gut. Also dann packen wir jetzt als nächstes hier den Plasmastrom ran. Kann man eigentlich auspumpen bis zum St. Nimmerleins-Tag, weil das brauchen wir hier hinten ja, momentan eh nicht. Okay. Also auspumpen und pumpen wir da nach unten. So, fahren wir da mit diesem langen Rohr. Der sieht so natürlich wieder knapp nicht aus, ist eh klar. Nehmen wir das 7er-Rohr, machen wir einfach so, ist auch okay. So, zwischendrin ein bisschen Platz machen. Sehr schön. Ja, und weißt du was? Da machen wir gleich als nächstes hier das da. Biomasse-Blank-Data-Cards und das geht ja. Da kommen Chunk-Data-Cards raus, die muss ich dann natürlich entfernen unten. Das kriegen wir aber, glaube ich, gebacken irgendwie. Was ist das? Weiß man nicht so genau. Na, egal. Gut, also. Ach so, was brauche ich denn da eigentlich? Thermodynamics-Facility. Das kriegen wir aber, glaube ich, hin. Thermodynamics-Facility. Holen wir uns mal zwei. Das könnte ich, glaube ich, von da drinnen dann sogar irgendwo kopieren. Im Aufbau. So, Thermodynamics habe ich. Ah, habe ich sogar noch zwei. Sehr schön. Was brauchen wir denn noch eigentlich? Da brauchen wir eine mechanische Fabrik und da brauche ich eine biochemische Fabrik. Die könnte ich ja auch gleich noch mitnehmen. Zwei mechanische Fabriken habe ich noch, ja. Und Biochemie-Fabriken habe ich aber leider, habe ich keine mehr. Okay, gut, ja. Biochemie-Fabriken sollte ich dann vielleicht noch mal machen. Biochemical-Fabrik ist das Ding. Weil, die brauche ich ja auch relativ oft irgendwie, oder? Ah, verdammt, stimmt. Da brauche ich ja Pumpen, die ich ja nicht habe. Ach Gott, ja. Da müssen wir ein paar Pumpen bauen. Toll. Es wird irgendwas explodiert neben mir. Pumpen, wo seid ihr da? So. Gut, während die bauen, ich kürze mein Trinken auf in Form einer. Tränkedose. Na, heute wieder einmal ungesund unterwegs. So. Wie viel habe ich jetzt? Achso, Moment. Pumpen. Zwei, glaube ich, habe ich schon gebaut, oder? Aber ich würde da ganz gerne noch mehr bauen, weil die brauche ich immer wieder. Mich nervt das, wenn ich die nicht habe. Aber ich möchte das Zeug ehrlich gesagt auch nicht auf Vorab bauen, weil die schon sehr aufwendig sind, was Bauen betrifft. Also was auch die Rohstoffe betrifft. Also die möchte ich jetzt im All jetzt nicht unbedingt hier in Extremüberschuss bauen. Das wäre ein bisschen übertrieben. So, gut. Reicht erst mal. Ich drücke immer Tab. Ich weiß nicht, warum. Liegt das da dran, weil ich so viele unterschiedliche Spiele gleichzeitig spiele? Könnte natürlich sein. So, jetzt schauen wir mal, ob wir da oben jetzt sowas kopieren können. Was passendes? Thermodynamics Facility, weil die sind ja im Endeffekt ähnlich wie die. Gut, aber die habe ich sogar so groß gemacht. Nee, komm, das muss nicht sein. Ich mache das neu. Okay, also Thermodynamics Facility haben da ab... Ah, da kommt sogar kontaminierte Bio-Sludge bei raus. Kommt der da auch raus schon, oder? Ja, nee, Contaminated Cosmic Water kommt da raus. Okay, das ist ja schön. Also da kommt wieder was anderes raus. Na gut, ist egal. Also, das bedeutet aber, ich muss natürlich hier... Ja gut, aber das kriegen wir, glaube ich, hin. So, die Höhe passt. Fahren wir so ein bisschen auseinander. Genau, dann machen wir da die 7er-Teile. Ich möchte erstmal ein Rezept auswählen. Also wir machen... Ach, das coldt auch? Also, nee, da sind wir. Jetzt dachte ich, dachte ich mir schon, was ist denn da los? So, genau. Ionen-Strom kommt da rein. Kontaminierter Bio-Sludge kommt da raus. Kommt ein 5er dann ran. Oder sogar nur ein 3er. Nee, ein 5er geht da. Pumpen wir das jetzt nach links oder nach rechts raus? Ich würde sagen, nach links, oder? Dann machen wir doch ein 3er nur. Ich habe keine 3er-Rohre. So. Gut, das kommt da ran. Vielleicht ein bisschen weiter nach hinten. Würde nicht schaden, glaube ich. Genau, die Dinge, die lege ich da drauf, weil die kaputten Datenkarten, die können wir ja da dann in den kaputten Datenkarten-Bus dann irgendwo legen. Müsste ja da irgendwo dabei sein, glaube ich. Müsste sogar das sein, oder? Ist das ein kaputter Datenkarten-Bus? Ich glaube schon. Was ist denn da drin? Ja, genau. Da sind kaputte Datenkarten. Perfekt. Das können wir dann hier mit drauflegen. Okay. Ja, wird ja doch alles schön. Okay. So, wichtig natürlich, das Ding immer dazu, damit wir da ja nicht drauf vergessen, dass wir das mitnehmen. So. Da einmal gepumpt und raus. Und da runter dann. Das könnte ich eigentlich gleich mal... Die 15er gleich nehmen. Ja, weil ich fahre da, ihr wisst ja, ich fahre da immer ganz nach unten. Okay. So. Und dann da. Kann ich auch einen 15er nehmen. Ja. Geht sich perfekt aus. Also, ne. Ja, geht sich nicht perfekt aus, weil ich muss natürlich eine Pumpe ranpacken. Ai, ai, ai. So. Ich hoffe, das müsste kontaminiertes Wasser sein, weil da ist... Ne, kontaminierter Bio... Bio-Demons. Was ich ja hier mache, oder? Ja, Contaminated Bio-Sludge. Perfekt. Perfekt. So. Gut. Durch mit uns. Und runter da. Nein, der 9 ist natürlich wieder zu lang. Dann den 7er. Ja, das ist so. Ich müsste eigentlich sogar hier auch noch eine Pumpe machen, weil das ist ja der... Ja, gut. Lassen wir mal so. Müsste so passen. Lassen wir einfach mal so passen. So. Hier gleich noch so ein Thermodynamics-Ding ran. Aber diesmal mit so. Und das Ding kommt dann da ran. Und ihr wisst ja, ich mache das deshalb so, damit ich dann zur Not das schön erweitern kann, wenn es ist. Ja, und die Datenkarten kommen natürlich dann auf der Seite ran. Aber ich brauche da Datenkarten und die Dinger. Also wir ziehen das mal durch. Ja, Moment, vielleicht hier. Da noch den da. So, und wo ist das jetzt? Das hier. Okay. Ich weiß, da könnte ich eigentlich einen 15er machen. Sparen, Cloud. Wo es eigentlich nicht mehr so notwendig ist. Wobei andererseits, ich jammere ja immer wieder, dass ich keine Ressourcen habe. Also eigentlich ja, sparen. Ganz wichtig. So. Dann machen wir da einen Dreier hin, damit wir ganz viel sparen. So. Und da. Ein Fünfer. Sehr gut. Passt. So, und da dann die Dinger drüber. Und da müssen wir dann nur schauen, dass wir da auf jeden Fall... Nein, das... Ich kopiere das von da drüben mal kurz, die Output-Area. Äh, area. So. Genau. Wie viel kommt da raus? Sind das viele? Muss ich da doppelt? Ne, da kommt... Achso, da kommen eh nur 25. Ach Gott, okay. Ne, das muss ich definitiv nicht doppelt machen. Also das reicht. Der eine grüne Arm reicht da. Absolut. So. Hier wird verbunden. Also da unten ist noch eine nicht angeschlossene Pumpe. Und ich würde sagen, wir würden da trotzdem dann hier... Zumindest halb. Ich möchte die noch gar nicht ganz befüllen, weil ihr wisst ja, wir haben modultechnisch ja auch ein bisschen... Müssen wir auch ein bisschen sparen. So. Und da haben wir dann einmal den da zu setzen. Mal schauen, wie sich das am besten ausgeht. Und vielleicht sogar eins weiter hinten, oder? Den da zu setzen. Und da einmal den da zu setzen. Genau, perfekt. Ja. So gefällt mir das. Und du natürlich hier, was da auch immer dann kommen mag. Ich habe keine Tunnel mehr mit. So, dann sollte das hier eigentlich ganz gut laufen. Hätte ich gesagt. Ja. Läuft. Genau. Da müssen wir nur schauen, dass wir diese Sachen da unten dann natürlich ausmustern, wenn es zu weit ist. Also erstmal hier kurz... So, jetzt bauen die da drüben. Ja. Müssen sie eh, weil ich brauche das ja eh. So. Ausgemustert wird dann... Also wir könnten eigentlich die Müll... Müll-Lane machen wir da. Stimmt, ich muss... Ach, ich muss Underground... Undergrounds holen. So, Undergrounds haben wir hier da. Da haben wir die. Dumm, dumm. Nehmen wir gleich zwei Stecks mit, weil die brauchen wir definitiv immer wieder. So, und irgendwie, ja, die Produktion ist jetzt nicht die schnellste. Aber ich könnte da immer noch Speed-Module oder da noch ein zweites ranpacken. Also Speed-Module kann ich da noch sehr viel. Ich lasse es trotzdem mal, weil wir werden ja eh sehen, ob es an dem scheitert. Ich glaube nämlich fast nicht. Ich glaube, das scheitert eh an anderen Dingen. So, auf jeden Fall, wie gesagt, da werden wir einmal den da machen. Und sagen, da kommen auf der rechten Seite dann die kaputten Datenkarten raus. So, also die Müll-Datenkarten, die wir einfach falsch beschrieben haben. Weil unser Datenkarten-Formatierungsprozess einfach falsch arbeitet. In der IT passieren regelmäßig so Dinge. Manchmal arbeitet der Datenkarten-Formatierungsprozess einfach falsch. So, und da kommt natürlich da unten dann das ran. So, auf selbe Höhe wäre ich ganz dankbar. Passt. Und so eine Zweier. Ich weiß nicht, warum, immer noch nicht, warum, dass ich da die roten Zweier-Dinger genommen habe. Aber hey, ist egal jetzt. Das sage ich jedes Mal wieder. So, dann werden wir das Ding aber da auch schön anschließen. So. Passt. Gut, dann wäre das eigentlich auch, wobei, Moment, ich schließe das hier gleich an. So. Durch da mit uns. Und hoch da mit uns. Und ich glaube, das müsste sogar multifunktional schrotttechnisch verwertbar sein. Also, dass er die anderen Schrötter auch verwendet. Was ist die Mehrzahl von Schrott? Schrötter? Stimmt das? Ne, stimmt natürlich nicht. Ist mir klar. Aber hey. Bisschen Spaß muss sein. So. Gut. Hätten wir das, glaube ich, auch. Ja, beliebiger Weiterbar bei Bedarf. So, die zweiten Datenkarten. Das ist eine Freude. Dann als nächstes. Und das ist das Schöne, wenn man es so vorbereitet. Da muss man gar nicht mehr so viel machen. So, da brauchen wir Lubrikant, brauchen wir da. Das ist ganz easy. Boah, da kommt voll viel Schrottwasser raus. Das ist ja nicht so schön. Apropos Schrottwasser. Wo komme ich denn? Okay, da muss ich da. Ja, sollte sich rausgehen. Okay. Aber da muss ich auf jeden Fall ein bisschen mehr Abstand machen. Was habe ich da in einer Mechanical Facility? So, aber jetzt werde ich gleich mal gucken, dass ich das Schrottwasser... Aber da bin ich eh gespannt. Wie kriege ich denn das überhaupt dann auf die Reihe? Machen wir mal so und so. Also da kommen die beiden Schrottwasser dann runter. Mechanical Facility. Machen wir mal so. So, und du machst jetzt hier das da. Die Schrottwasser kommen wahrscheinlich... Okay, ich habe es befürchtet. Gibt es dann eine kombinierte Seite, wo die beide kombiniert? Ja, so würde es eigentlich ganz gut passen. Dann kann ich die da seitlich gleich rein... Ah, ist aber dann blöder. Da muss ich das Schmiermittel da drüben ran. Das möchte ich auch nicht. Schmiermittel möchte ich nämlich eigentlich in der Mitte haben. Oh Gott, dann kriege ich es aber sowieso nicht vernünftig raus. Ne, weißt du was? Dann machen wir es so. Ist ja auch okay. Ist ein bisschen eine neue Herausforderung. Ist ja auch was Schönes. Wir müssen mal schauen, wie ich... Was kommt denn da dann raus? Da kommen ja hier nur die... Okay, da kommen ja nur die Karten aus. Das müsste ja so eigentlich gehen. Was muss ich reinpacken? Die beiden. Oder mache ich es so, dass das... Wenn ich das nach unten packe, dann sind sie aber auch oben. Ne, oben mag ich nicht. Ja gut, wobei oben, das wäre wieder okay. Vielleicht machen wir es doch so. Geht das dann, wenn ich da... Also muss ich dann eins, zwei, muss ich dann in dem Fall dann drei Abstand machen. Ja, so würde es gehen. Ne, geht nicht so. Da müsste ich noch mehr Abstand machen. Und dann schaffe ich es aber mit den Dingen wahrscheinlich nicht mehr. Na doch, wobei Beacons... Also Beacons haben ja definitiv genügend Platz. Da muss ich dann fünf Abstand machen, oder? So. Ne, so geht es gar nicht. Boah, das ist nervig. Ne, weißt du was, ich mache es... Ich mache es nach hinten... Ganz ehrlich, ich mache es nach hinten raus. Das kriegen wir schon hin. Ähm... Das kriegen wir schon hin. Wenn es in der Schmiermittel vorne ist, ja okay. So. Ne, was ist weiter oben? Kosmisches Wasser ist glaube ich oben, oder? Du bist kosmisches Wasser. Und unten ist Bio-Dingens. Okay. Gut, dann kommt da kosmisches Wasser oben. Das kommt dann außen ran. Also dann müssen wir da mit dem... Mit dem Ding machen. Das kommt dann so... Okay. Gut. Dann könnte ich die dafür ganz zusammenstellen. Gut, aber das möchte ich auch nicht. Aber ich könnte sie eins nach oben packen. Ja gut, wobei andererseits... Komm, ich habe geniegend Platz. Ich muss jetzt echt nicht so sparen. So. Abbraummüll ist raus. Kommt dann da nach unten. Kriegen wir dann hin. Ja, dann brauche ich da auf jeden Fall eine... So eine Weltraumfabrik, die da oben dann... Da das Schmiermittel macht. Lass ich nur schauen, wenn ich den Beacon da hin... Ja, das geht sich noch knapp aus. Genau. Sollte ja so gehen dann. Und dann haben wir da einmal rein... Und einmal raus. Das ist natürlich ein bisschen eng dann. Aber was willst du denn machen? Wie sieht das denn überhaupt aus? Ne, das geht sich dann eh nicht aus. Ah, verdammt. Ne, ich... Boah. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Machen wir es doch an. Das machen wir doch, dass das Schmiermittel... in der Mitte zum Setzen ist. Das ist echt blöd. Gefällt mir gar nicht so. Oder ich setze das Schmiermittel auf der Seite. So könnten wir es hinkriegen. Moment, da muss ich es aber dann... etwas weiter nach unten setzen. Und etwas weiter nach rechts wahrscheinlich auch. Dass wir hier Schmiermittel... Dann haben wir da einmal das da. Also da ganz eng kommt Schmiermittel. Und da drüber... da kommt dann das da. Also auch ganz eng eigentlich. Also da dann natürlich so. Also da dann so. So. Ja, dann kopieren wir das ganz kurz mal. Weil jetzt möchte ich dann sowieso eins weiter nach unten setzen. Also dann hier... Vielleicht zwei weiter nach unten. Sogar damit ich das Schmiermittel da reinbekomme irgendwie. Genau. Gut, aber ich könnte die dann sogar... Ne, kann ich nicht, weil das Schmiermittel ja immer... Genau, ich muss da ja dann trotzdem drei Abstand machen. Ja, komm, ist aber egal, oder? Dann haben wir eben da mehr Abstand. Wichtig ist der Beacon. Muss Platz haben. Den könnte ich dann sogar da reinsetzen. Dann stört er da drüben nicht. Genau, das sollte ja so dann gut passen. Also dann haben wir hier... Das kommt da weg. Das ist hier Blödsinn. Oder einmal da den Abraum. Und einmal da den Abraum. So. Genau, das passt dann. Ich habe kurz mal mit 15er Rohre gearbeitet. Also wäre da nicht der Masten natürlich wieder im Weg. Seh klar, es sind immer die Masten. Oh, ich habe keine 15er Rohre mehr. So, und was ist das da oben jetzt? Das ist jetzt... Also das ist... Bio-Sludge. Das muss nach unten. Das ist natürlich wieder genau Seitenverkehr. Das ist eh klar. So, aber du musst dann eben da... Wie sieht das jetzt hier überhaupt aus? Oh, oh. Habe ich da eh nicht wieder zu eng gebaut? Ne, passt ganz genau. Jetzt erst einmal da rüber. Dann nochmal ein 9er dran. Und wie gesagt, da muss ich sowieso eine Pumpe... Also das muss ich hier eh nochmal ersetzen. Da muss ich eher statt 9er ein 7er... Also es ist ein 7er, wenn wir dann ein 5er. Plus eine Pumpe. Jetzt merke ich erst, was habe ich denn da? Da habe ich ja nicht mal... So. Gut. Das wäre die Geschichte. Sehr schön. Ja, komm. Dann machen wir da nochmal die Verbindung. Dann haben wir da... Da muss ich jetzt eh schauen, wie ich da rüberkomme. Obwohl, das könnten wir eigentlich trotzdem noch nach unten setzen. Wäre eigentlich netter, glaube ich. So. Fünfer da ran. Und wir da die ganzen... Ja gut, aber es sollte ja eigentlich kein Thema sein, wenn wir da das hier alles so zumachen. Das ist, glaube ich, jetzt nicht so die Tragik. So, einmal da durch. Sieht zwar jetzt alles sehr wild aus, aber hey, wild ist ja jetzt grundsätzlich nichts Verkehrtes, sage ich mal, oder? Wie seht ihr das? Wie seht ihr das? Das ist zu weit. Machen wir hier. Ist ganz schön. Und dann müsste da, nein, müsste da jetzt das andere Ding rankommen. Was kommt denn da runter? Jetzt habe ich schon wieder kein 15er Rohr mehr. Komm, bitte machen wir 10 15er Rohre. Weil die brauche ich eigentlich am häufigsten. Damit ich hier was reißen kann. Aber es ist jetzt... Ja, natürlich ist es zu lang. Okay. Dann vielleicht doch nur ein 9er. Und ich würde sagen, dass ich trotzdem eher hier sowas ranpacke. Ja, das... Nee, ich muss das eh anders machen. Weil natürlich... Wieder mal mit dem Rohr jetzt wieder ganz gut mit dem Abstand. Das ist ja wieder perfekt gelöst. Ich glaube, das ist wieder super gemacht. So, naja. Gut. Okay. Kosmisches Wasser. Das passt. Die beiden Abflüsse haben wir. So, jetzt muss nur das Schmiermittel... Kommt da rein. Und das muss ich jetzt nur noch hier verbinden. Und hier überhaupt mal ranholen. Und deshalb habe ich hier ein bisschen Abstand gelassen. Was ist hier jetzt los? Dir fehlt jetzt... Gar nichts. Nee, das sieht nur so aus. Als würde was fehlen. So, dann holen wir hier ein bisschen Schmiermittel... Ähm... Entleerung. Ich hoffe, Schmiermittelfässer müsste ich hier haben. Theoretisch. So. Und dann einmal das und das. Das packen wir auf die Unterseite. Natürlich haben wir da keine Logistik. Aber das ist ja okay. So. Rein und raus. Und da ran. Natürlich auch. Stimmt. Da müssen wir eh noch. So. Logistik haben wir nicht, weil... Achso, weil die Dome... Okay. Da müssten wir hier... Dann stimmt. Da haben wir immer so hier die Dome. Und das ist... Das würde ja gehen. Genau. Dann packen wir die einfach da hin. So. Okay. Und dann können wir da eigentlich auch das kopieren. Weil da war auch weh. Exakt das. Zum Ausleeren. Eins weiter. Genau. So. Ja. Dann natürlich hier die... Das kann ich eigentlich auch kopieren. Naja. Muss ich gar nicht kopieren. Mache ich aber trotzdem, weil ich faul bin. So. Dann machen wir so. Nur ohne Beacon. Gut. Jetzt hätte ich es trotzdem nicht kopieren müssen, weil es sowieso... Der Peking E drinnen ist. Und dann kann ich das hier nämlich auch gleich ein bisschen... So. So machen. Drehen. Einmal den da. Dann passt das auch gleich ganz gut. So. Und dann nochmal kopiert. Also schon richtig kopiert. Und dann... Genau. Daran. Das geht dann genau da rein. Okay. Sehr schön. Ja. Ist aufwendiger als befürchtet. Als gedacht, wollte ich sagen. Aber naja. Das ist jetzt, glaube ich... Es ist nicht so tragisch vorerst. Wäre noch gut, wenn die dann das Schmiermittel ranbringen würden. Weil dann würde der gleich hier produzieren. Und vielleicht packe ich da auch schon mal die... Die Hälfte voll. Mit Beacons. So. Das funktioniert. Noch nicht ganz, weil da natürlich der... Das fehlt. Oder habe ich da die richtigen Sachen? Ja. Sieht gut aus. Wie gesagt, Schmiermittel kommt noch. Das ist okay. Da sollten wir vielleicht jetzt nicht so weit rausziehen. Ich muss auch, ganz ehrlich, ganz kurz... Ich muss hier Datenkarten wieder loswerden. Ich habe sehr viel Datenkarten. Und das Zeug auch. Das habe ich auch. Das muss auch weg. Und ich habe hier... Oh, ich habe es hier immer noch nicht... Ich habe es immer noch nicht geschafft. Gott. Alles versemmle ich hier. Reicht das? Ja, das reicht. Okay. So, ja. Dann natürlich hier das da. Also da muss ich aber erst gucken, wo ich da eigentlich runterkomme. Aber da kann ich eigentlich eh jetzt gleich eins zu eins durch. Heute habe ich keinen Output, der irgendwie gefiltert gehört oder so. Da habe ich das pure Ergebnis. So. Zack. Und ran da. Sehr schön. Ja, jetzt muss nur noch Schmiermittel kommen. Ich hoffe, aber Schmiermittelfässer müsste ich ja... Also muss ich natürlich vom Puffer kisten. Weil Schmiermittel... Wo habe ich denn Schmiermittel eigentlich nochmal? Das mache ich ja schon irgendwo, oder? Irgendwo Schmiermittel oder hole ich das... Ne, das ist hier. Ja, genau. Ich ändere mich. Schmiermittel wird hier hochge... Da ist Schmiermittel. Ja. Definitiv. Stimmt, weil die wollte ich ja hier wieder schön einsammeln. Okay, gut. Dann hätten wir die Reihe gemacht. Dann kommt jetzt noch das letzte. Und das wäre dann... Das der Biochemie-Data... Ach, und da brauche ich wieder Vitamelange-Spice. Ähm, ja, okay. Gut, aber das sollte möglich sein. Ja, das Tolle ist... Auch da kommt wieder so viel kontaminiertes Scheißwasser raus. Ah, sorry für die... Also es wird auch wieder so im Bau, glaube ich. Ja, aber ist egal. Werden wir es schaffen. Also Bier... Ah, stimmt. Die Dinge, die tragen ja auch so auf. Muss ich mal kurz gucken, wenn ich das Ding hier hinsetze. So, ungefähr auf der Höhe wieder. So, wie kriegen wir das hin? Wenn ich sage, die Outputs hinten, das passt, dann ist der Input sogar hier. Mal schauen, wenn ich den Input... Da oder da, dann ist die Outputs... Ich würde nämlich immer gerne die Outputs hinten haben. Dann sind die Inputs aber vorne. Oder in dem Fall unten. Und wenn ich die Inputs immer hinten habe... Gut, dann wäre es auch da oben. Das würde ja gehen. Oder ich mache es so, dann sind sie nach unten. Ja, sonst machen wir es wirklich so. Im Endeffekt bei denen ist es ja egal, weil die tragen ja sowieso so auf, dass... Ja, überhaupt kein Thema. So, aber erstmal natürlich da wieder die drei Lanes reservieren. Eins, zwei oder drei. So, dann kommt das schon wieder weg. Und ich packe hier... Jetzt bin ich fast... Finde ich es fast ein bisschen schade, dass ich das nicht ganz oben gesetzt habe. Aber, naja, egal. Können wir ja zur Not immer noch umbauen. So, du kommst ganz oben hin. Mit gebührenden Abstand... Ja, ist gebührend genug, der Abstand. Ähm, also was habe ich gesagt? Output nach unten. Input da hinten. Okay. Ja, dann haben wir eben da drei so Dinger. Das müsste sich ja trotzdem auch... Achso. Ne, vier brauche ich da sogar. Außer ich mache es versetzt. Das würde natürlich auch gehen. Hätte ich dann genau drei. Oder wie wäre es so? Ne, so geht es gar nicht. Ich werde es gar nicht nach unten. Okay, machen wir es so. Und wir machen wieder... Bio-Sludge hinten. So, kosmisches Wasser kommt da hin. Achso, würde es aber eh gehen. Oder geht sich... Ja, müsste es sich ausgehen, oder? Ich sollte da nur auch Pumpen einbauen. Gut, dann ist es ja noch leichter, wenn ich Pumpen mal baue. Habe ich da drüben übrigens vergessen. Hier pumpen. Aber ich schätze, der schafft das. Aber hier baue ich sie ein. Komm. Machen wir ordentlich. Und es wäre dann vielleicht sogar... Ne, wenn ich das Ding... Weil das Problem ist, wenn ich es genau hier hinsetze, dann habe ich das Problem, dass der das als Input nimmt. Also ich muss sowieso diesen einen Abstand machen. Dann machen wir es einfach symmetrisch hier, hätte ich gesagt. So, genau. Machen wir es hier einfach symmetrisch. Ist auch okay. Dann können wir da das Ding auch wieder... Also quasi fast reinsetzen. Und alles ist gut. Ja, finde ich schön so. So machen wir das. Also da kurz das Zeug kopieren. So. Ja, und du kommst da ran. Ich fahre da jetzt durch, auch wenn es nicht nötig ist, nach oben. Einfach nur damit es... Ja gut, wobei, nee, komm, es ist nicht nötig. Machen wir jetzt nicht. Habe ich was vergessen? Achso, die Spice-Dinge brauche ich hier auch noch. Die muss ich ja auch hier irgendwo sammeln. Aber da haben wir ja oben eher den Platz, oder? Na gut, haben wir ehrlich gesagt auch nicht. Ach, ich muss da dieses... Das Zeug noch runterfahren. Machen wir auch gleich. Das ist einmal da rausgepumpt. Eigentlich müsste ich drüber rauspumpen. Warum habe ich hier... Das falsch gemacht? Hm? Das gehört eigentlich hier raus. Na gut, eigentlich macht es keinen Unterschied. Na egal. So, was ist los? Hier, Konstanze und Novi, es werden nur die Dinger getötet. Das ist okay. Dann fahren wir eben auch unten durch. Ist ja... Ist jetzt eh egal. So, einmal da durch. Und dann einmal... Mit einem Dreier vielleicht hier so. Ja. So, da ran und dann da runter. Wieder mit einem 15er Rohr. Dass es sich sogar diesmal ausnahmsweise genau ausgeht. So. Gut. Und da und da und da und da und da. Wo sind wir da zu Hause? Da müssen wir hin. Könnte ich eigentlich hier sogar, glaube ich, auch... Na ja, 15 Euro geht sich genau nicht aus. Dann machen wir eben neun. Das ist auch okay. Das machen wir so, weil da müssen wir dann reinpumpen. Äh. 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 Dann machen wir doch ein Sieben. Irgendwann ist egal. So. Was kommt eigentlich raus an Zeug? Okay, das. Das passt. Das kommt nur das Zeug raus. Moment. Schaffe ich das? Masten technisch überhaupt? Das ist sogar ganz cool, weil da so ist sogar alles mit an Bord. So, und da müsste eigentlich nur noch das Vita Melange Spice, und das habe ich ja gesagt, hole ich da hinten aus der Kiste raus, ja. Oh, ich habe fast kein Vita Melange, doch habe ich noch, ist glaube ich noch genug da. So, übrigens, ich habe keinen Holzalarm mehr, was bedeutet... Es läuft hier wieder, mit Holz. Es läuft mit Holz, das ist schön. Könnte ja auch ein Zitat aus einem Erwachsenenfilm sein. Läuft mit Holz. So, okay. Wir kopieren... Nein, ich wollte den Steuern C drücken, so. Ja, mittlerweile verwende ich auch Shortcuts, ihr wisst ja, manchmal lerne ich ja auch um. Und ich glaube, ich sollte hier trotzdem... Ja, muss ich sowieso, ich muss mir ja Vita Melange hier holen. Aber das könnte ich dann so machen, so. Dass der hier dann auf alle Fälle... Das Zeug dann ranholen kann. Eigentlich drüber wäre gut, oder? Einfach sagen, drüber ist dann die... Von was brauchen wir eigentlich am meisten? Okay, die sind ja alle ausgeglichen, das ist eigentlich nicht so tragisch. Ähm, dann hol doch hier bitte... In der blauen Kiste. Komm, machen wir einfach hierher. So. Gut. Und runter. Das war jetzt genau... Das... Ne, das Rohr ist sogar weiter weg. Okay, passt ganz gut. Wie sieht das von der Länge? Ja, das geht sich aus. Wunderbar. So, und da möchte ich bitte Vita Melange Spice bekommen. Vita Melange Spice. Ist wo drin? Manufacturing? Ne, macht keinen Sinn. Science? Macht auch keinen Sinn. Das müsste eigentlich hier sein. Da ist es. Ja, ist eh hier. Weiß nicht, warum das wieder nicht gefunden hat. Wir machen mal 500 Stück. Das passt. Ganz gut. Da kommt ein Masten hin. So, dann läuft das Ding wahrscheinlich. Wie lange dauert denn das eigentlich? 10 Sekunden? Ja, gut, dann machen wir hier trotzdem die Hälfte mal voll. So, und dann haben wir hier natürlich, ähm, machen wir das so einmal. Ne, komm, wir machen es hier. Input. Input. Und der Output kommt dann hier hin. Weil da müssen wir ja dann, gut, wobei, müssten wir ja gar nicht in dem Fall. Dann machen wir es so. So. Also, und da muss ich natürlich von Pufferkisten. Ich immer mit meinen Pufferkisten, ja. Es ist irgendwie furchtbar. Eigentlich hätte ich mir das niemals anfangen dürfen, diese Pufferkisten. So, und wie viel kommt eigentlich raus von dem Zeug? Eh nur eins. Ja, gut, dann. So. Dann Masten noch. So, und dann hier natürlich das übliche, äh, für Wursti. So. Jo, wir haben schon welche gebaut. So, einmal kurz kopiert. Gut, der biegt natürlich nicht, aber ist okay. Schön, dass du trotzdem dran denkst. Warum habe ich jetzt hier ein Stromproblem? Ich setze mir der Masten vielleicht doch da hin. Passt, oder? Ja. So, runter, runter. Was ist denn da los? Ich habe zu wenig Spice. Achso, und ich muss natürlich auch, haha, ich habe die Dinge noch nicht fertig gesetzt. Die müssen natürlich auch ran. So, ich habe keine neuen Rohre mehr. Immer ganz wichtig, zentrale Mülllogistik. Für alle möglichen Müllprodukte. Und ich habe auch keine Pumpen mehr. Ich habe eigentlich gar nichts, wenn man das sich so anzieht. So, also einmal Darmpümpchen. Und dann natürlich auch da ein Pümpchen ran, wenn es geht. So, und da ein Kniechen ran. Okay. Gut. Sehr schön. Und dann bauen wir das diesmal gleich. Weil dann hätten wir das auch erledigt. Cool. Wird ja schon langsam. So, kopieren. Geht über studieren. Wo mich jetzt hier das Bandknie nicht mitkopiert habe, weiß ich natürlich auch nicht. Aber naja. Fragen über Fragen, die ich niemals beantworten werde können. Ah, und das ist logistiktechnisch trotzdem noch anerkannt. Hier. Okay. Na gut. Cool. So, dann hätten wir die ersten vier Forschungsömmel gemacht. Ja, Ömmel heißen so. Dann könnte ich eigentlich jetzt mit dem Zeug anfangen. So, wie war das jetzt nochmal? Das kopiere ich mir natürlich wieder eins zu eins einfach von da oben. Im Endeffekt ist ja das Gute. Das ist ja wieder genau gleich hier zu sehen. Also ich kann eigentlich gleich, weil die sind hoffentlich wahrscheinlich gleich, oder? Ach, da braucht doch Cold Thermofluid. Cold Thermofluid. Ja, ja, doch. Das ist... Im Endeffekt kann ich das eins zu eins kopieren. Ich werde das, glaube ich, auch eins zu eins kopieren. Ähm. Genau. Und das dann auch. Weil im Endeffekt ist das komplett gleich. Nur mit anderen Rezepten. Ja, und das kann ich dann hier unten... Das ist jetzt natürlich problematisch, weil ich da den Platz aktuell nicht habe. Ja gut, das bringt jetzt natürlich noch nicht viel. Ah, ja, ja, ja. Das ist jetzt blöd, weil ich da natürlich massiv viel Platz wieder brauche erst mal. Da müssen wir jetzt schauen, ob ich die Dinge... Wahrscheinlich habe ich da zu wenig Plattformen erst mal. Aber ich möchte das trotzdem gleich hinbauen, weil das bringt ja sonst nichts. Und ich befürchte wirklich, dass ich da zu wenig Plattformen... Aber dann muss ich wieder massiv Plattformen wegreißen. Und im Endeffekt... So, weil das sind Einser und Zweier Dinge. Ja gut, die kann ich dann eh umstellen. Das ist jetzt nicht die Tragik. So, dann bauen wir das einfach mal hier hin. Nicht zu viel. Ich baue das zuerst mal so hin, damit ich da ungefähr einen Blick drauf habe, wie weit. Ja, und so müsste es dann eigentlich reichen. Okay. Gut, dann... Ja. Setzen wir mal den Spaß. Und jetzt alles, was ich so weit selbst setzen kann, passt. Den Rest machen dann die Robos. Ich könnte das jetzt komplett selbst setzen, aber eh. Oh! Was? Oh, verdammt. Das ist jetzt nicht... Das ist jetzt ganz, ganz schlecht, weil jetzt muss ich wirklich wieder irgendwo Massivzeug rausreißen. Weil ich jetzt wirklich massiv wieder Mangel an Plattformen habe. Ja, komm, aber hier zum Beispiel könnte ich auf jeden Fall viel rausreißen, glaube ich. Das ist natürlich blöd, weil das Hauptlogistiknetz das natürlich auch mitnimmt. Ja, diese Plattformen, das ist echt schwierig. Ja, ich hole mir das Zeug dann einfach mal irgendwo. Die müssten das eigentlich ja eh theoretisch... Oh Gott. Der Robos, der macht mich wahnsinnig. Aber wir haben doch keine Energie, du kannst uns doch nicht zurücklassen. Einfach doch gar nicht. Weil habe ich die... Ne, habe ich natürlich nicht hier in eine passive Anbieter. Das bedeutet, die sind jetzt wahrscheinlich... Wo landen denn die? Die landen dann alle hier. Okay. Und ich habe hier sehr viel... Oh mein Gott, warum habe ich da so viele Sachen? Achso, da ging ja, glaube ich, einmal gehörig was schief, was ich mich erinnern kann. Ich müsste das echt mal ausräumen. Naja, gut. Hüpft jetzt hier nix. Da habe ich hier irgendwo einen Platz, wo die nicht rankommen. Boah, aber das ärgert mich jetzt, dass ich da schon wieder viel zu wenig Plattformen habe. Ist ja immer das Gleiche. Na, jetzt bauen die da drüben wieder. Lass das. Bitte, bitte abreißen. Bitte reißt das einfach alles ab. Moment. So. Immer so Stückchen, weil sie vielleicht einfach abreißen. Da kann man das da auch abreißen. Weg hier. Weil die kann ich leider selbst nicht abreißen. Ich meine, ich könnte mir natürlich jetzt eine Bringdingens machen. Gut, weißt du was? Das mache ich jetzt auch schnell. So. Machen wir da mal... Wie viel möchte ich da? Ja, tausend. So. Bitte bringen. Habt ihr keine Lust zu? Okay. So. Hier abreißen. Dann bringt ihr mir das, liebes Logistiknetz. Ich erwarte mir das von euch. Wird das was? Bin ich überhaupt im Delivery-Netz? Haben wir überhaupt hier... Müllkonstruktionsrobots in ihr alle schon wieder am herum eiern? Achso, weil die hier jetzt natürlich massiv am... Probleme, ähm... machen sind. Naja. Toll. Gut, das bedeutet, dass das hier alles meine Robos machen. Na dann, go! Reiß das alles weg, Robos. Ich könnte in der Zwischenzeit natürlich auch ganz viel, ähm... Computer-Dinger machen. Hab ich da jetzt schon... Ich hoffe nicht, dass das passt. Aber theoretisch muss das passen. Weil das ist im Endeffekt alles genau das gleiche, nur mit anderen Rezepten. Ich muss da nur schauen, dass ich da dann natürlich die... die Flüssigkeitsrohre da irgendwie runterbekomme. Da habe ich eh schon wieder ein Problem, weil ich da natürlich... Ja. Voll... Vollends konfliktiere. Aber das werden wir schon irgendwie hinbekommen, glaube ich. So, oh wow. Das kann sich nur noch um Tage handeln, glaube ich. Ja, wirklich spannend, dass ich immer... Jetzt baue ich hier schon mit maximaler Geschwindigkeit diese Dinger. Auf einmal, die sind ja halt auch richtig teuer. Ja gut, ich meine, es geht. Es kommt schon was rein. So ist es nicht. Ja gut, was, was war? Warten wir mal ab. Lass das mal wieder. Mit dem Abreißen. So, weil dann setzen wir da drüben vielleicht fertig, dass wir das dann mal fertig haben. So, bitte setzen. Go. Sehr schön. Ich brauche dann noch viel mehr für unten dann. Für den Bereich, wo ich dann wirklich die Forschungsdinge mache. Weil das ist ja nur der Vorbereitungsbereich für die Forschungsteile. Aber naja. Dafür ist alles schön ordentlich aufgeteilt. Das ist mir auch immer sehr wichtig, dass das alles seine Ordnung hat. So. So. Ah, jetzt werde ich hier beliefert. Ja komm, jetzt könnt ihr das lassen. Jetzt brauche ich es nicht mehr. Jetzt ist alles gut. Seid ihr zu spät. So. Und jetzt aber noch ein neuer Versuch. Wie gesagt, das sollte ja auch von der Dingens hier halbwegs passen. Und ich möchte da eh Abstände lassen, weil ich brauche da nicht, dass ich da mit den Bändern dann nicht zurechtkomme. Also ich wäre da eh eigentlich ganz froh, wenn das hier nicht so ganz eng auf eng, sondern durchaus... Ich setze das jetzt einfach so weit nach unten, wie es geht mit der aktuellen Plattform. So. So passt's. Genau. Und das kann eigentlich weg. Das brauchen wir nicht vorerst. Aber die anderen Dinger, die brauchen wir eigentlich alle. Ja, ich weiß, da brauche ich jetzt ein paar Supercomputer. Das ist mir klar. Aber gut. Die baue ich dann schon. Aber erst mal hier das Zeug setzen. Könnte ich das eigentlich wieder abbrechen? Weil jetzt habe ich eh genug Plattformen. Nein? Eigentlich wollte ich es rückgängig machen. So. Sieht jetzt aus wie ein löcheriger Schweizer Käse, das da drüben. Na, egal. So. Ja, und das finde ich schon cool, dass man sich da die Layouts wirklich so kopieren kann. Wie viele Supercomputer brauche ich denn da jetzt? Was brauche ich nochmal für Supercomputer? Ja, gut, sehr viele brauche ich da. Ich glaube, was sind das für Rohre? Fünferrohre, glaube ich, sind das. Oder ja, sind Fünferrohre. Die, die ich am allerwenigsten habe. Was habe ich da oben jetzt eigentlich vergessen? Also die Dinger. Ja, okay, gut. Da muss ich dann nie schauen. Die Kühlflüssigkeit bestimmt. Die sind, ja, so war das. Das ist ja das ganz kühle Thermofluid dann, das hier kommt. Okay, ja, so war das. Alles gut, alles gut. Ja, muss ich jemals Supercomputer auch bauen? So, hört mal auf zu bauen, Robos. Ich brauche Supercomputer erstmal. Computer. So, und ich weiß, da gab es wieder irgendwas, was ganz wichtig war bei den Supercomputern, was ich nicht dauerhaft habe. Und das wird jetzt auch wieder ganz lustig werden, weil ich das wahrscheinlich auch jetzt wieder nicht dauerhaft habe. Aber schauen wir mal. So, Supercomputer. Brauchen wir was nochmal? Nö, habe ich eigentlich alles, bis auf, na gut, die, die Dinger. Die holen wir uns aber, das ist jetzt nicht das Thema. Und den Teil müsste ich mehr als genug haben. Passt. Stimmung von dem Violetten müsste ich auch mehr als genug haben. Theoretisch, weil da müssten da oben eigentlich sau viele drin sein. Ja, komm, dann nehmen wir uns da einfach mal ein paar raus. Wie voll ist denn die Küste eigentlich? Ah, so, nur so halb. Okay. Und ist das eigentlich eh immer noch auf automatischer Transit? Ja, das passt. Oh, nicht voll dagegen geknallt, natürlich. So, rein mit denen, rein mit denen. Ja, und ich baue jetzt von denen einfach echt mal ganz viele, weil ich brauche die Dinger ja sowieso. Okay, ganz viele ist nicht wirklich, weil die wirklich viel von diesen blauen Dingen brauchen, wie es aussieht. So, ach, jetzt haben wir, ja, wow. Ich glaube, ich hatte da sogar noch einige da in der Kiste drin, oder? Ja, gut, so viel. Ja, so viel sind es gar nicht. Naja. Brauche ich 100 blaue Schaltkreise, wow. 100 blaue Schaltkreise, das ist schon viel. So, und die Leichtbauteil-Rakete, die ist auch überfordert. Von Novi ist es so, okay. Ich würde ja gerne die Schaltkreise jetzt trotzdem alle irgendwie ein bisschen groß bekommen. Ähm. Ja. Jetzt, wo ich sie alle aus der Kiste rausgezogen habe, wie ein Gierschlund. Ja, komm, lass mal an. Also was, komm. Ich glaube, ich habe jetzt genug, oder? Wie viel habe ich denn? 30, 40, 42. Ich glaube, das sind trotzdem zu wenig. Ich nehme die mal alle mit. Witzig, dass ich da 15er-Stacks habe. Das ist auch eher unüblich, 15er-Stacks. So. Rein damit wieder, wunderbar. Und wir gehen bauen. So, 9er-Rohr müsste ich eh noch genügend mithaben. Und nur das Rezept dann gleich angepasst werden. Ah, und offensichtlich haben wir auch überall andere Module drin. Na gut. Oh, das ist ja okay, wir können ja... Ja, da muss ich sowieso, wie gesagt, das Rezept anpassen. So, das kann ich eigentlich jetzt überall. So, das nehmen wir überall. Ah, und ich sehe gerade, Rohrknie fehlen offensichtlich auch noch. Da ist eh nix drin. So, die muss ich auch rausnehmen. Das sind auch die falschen. Gut, und Rohrknie nehme ich natürlich gerne an mich. Wo wird zerstört? Auf Konstanze natürlich. Die konstante Zerstörung auf Konstanze immer wieder. Ah, dasselbe Dilemma. So, Rohrknie haben wir. Ja, sieht gut aus. Ich nehme einfach wieder zwei so Dinge mit. So, normale Rohr nehmen wir auch ein paar mit, weil kann ja sein, dass ich da wieder brauche. So, und theoretisch ist es jetzt so, dass ich hier auf der Seite einfach das Grüne, das da ran packe. So, und da brauche ich eigentlich, genau, da brauche ich nur die Dinge und, ja gut, die Flüssigkeiten, äh, die, die Kühlmittelchen muss ich runterziehen. Da kann ich eigentlich gleich ein paar 15er Rohre machen. Die kalten und die warmen Kühlflüssigkeiten, ja, die muss ich hier dann gleich anschließen. So. Ich habe gleich mal hier den da gemacht. Die Mitte ist dann offensichtlich der Rückkanal, oder wie? Das sind die, nee, das ist das ganz Kalte und das ist das Halbkalte. Okay, ja gut, wenn das so ist, dann ist das dann das ganz Kalte, das ist für mich okay. So, und hier muss ich nur aufpassen, dass ich da nicht versehentlich irgendwas zusammenschustere, was nicht zusammengeschustert gehört. Oh, ich keine Fünfer. Haben wir wieder mal, ja, wieder mal versemmelt alle. So, was aber bedeutet, da müssen wir da durch, so, das passt auch. Siebener, hier reicht ganz gut, okay. Wobei, ich könnte da, ja gut, Pumpen kommen. Wollen wir mal nicht übertreiben mit dem Pumpen. So. Also das ist das Halbkalte. Ja, ich nenne das Halbkalt. Müssen wir nur schauen, wie wir da nach unten kommen. Ich glaube, ich muss da trotzdem auch mal Pumpen einbauen irgendwo. So, ja, da ist jetzt die Frage, kommen wir da durch, ohne dass wir uns großartig verrenken müssen. Ich befürchte ja nicht. So, du kommst mal weg. Ja, aber jetzt ist natürlich genau das da genau im Weg von dem einen Rohr. Ja, das wird spannend. Gut, aber das könnte ich natürlich anders machen. Das kommt dann einfach da durch. Ich glaube, so viel Platz müsste schon noch sein, dass sich das ausgeht, oder? Jetzt wäre der Fünfer gut. Ja, ist sogar ein Siebener, okay. Genau, dann haben wir hier zumindest. Ja, wir werden mal schauen, wie wir mit den Rohrknien durchkommen. Das Gemeine an den Rohren ist, dass die alle sehr kurz ja nur sind. Die Untergrundrohre, also die Rohrknie, heißen die natürlich nicht Untergrundrohre. So. So, und da auch nochmal. Gut, dann wäre das eigentlich ganz in Ordnung. So, jetzt schauen wir da oben, schließen wir das gleich an. Die Frage, achso, ich wollte ja irgendwo auch Pumpen hinmachen, glaube ich. Da war ja was. Ich wollte da ja irgendwo Pumpen hinmachen. Ich glaube, die würden da in der Mitte auch reichen, machen wir die hier hin, da machen wir die hin. Also zwei Pumpen, ich habe schon wieder keine Pumpen mehr. Pumpenmangel ist ganz was Schlimmes. So, Fünfer. Ne, mach mal Siebener. Sehr schön. So. Gut, dann haben wir die Flüssigkeiten da unten. Genau, da müssen wir hier schauen. Das sieht aus wie Schweizer Käse. So, wir brauchen hier was nochmal? Da brauchen wir die... Okay, da kommt die Kühlflüssigkeit raus. Ist das... Muss ich die jetzt umdrehen oder... Wie haben wir das da gelöst? Ne, das ist die Kühl, das passt. So, ich muss nur dann die da dann... Okay, dann ist da natürlich... Muss ich da zur Mitte hin. Okay, man kann eigentlich hier da nach oben fahren. Ne, mal da dann zur Mitte. Durchgeömmelt. Ja, das heißt durchgeömmeln. Das Thema hatten wir öfter schon. Dass das ein offizielles Wort ist. Einfach voll durchömmeln. So, aktivieren. Okay, dann hätten wir die Rückleitung. Und da brauchen wir was? Das Halbkühle brauchen wir da. Das Halbkühle kann natürlich da ran. So. Schauen wir mal, was nehmen wir denn da her? Das Neunerrohr passt da ganz gut. Einmal ein... Ein Halb... Ja, in der Fall drücken. Schwierig. Einmal ein Halbgekühltes zum Mitnehmen, bitte. So. Okay. Dann haben die die richtige Flüssigkeit. Okay, das passt. Die haben dann auch, sobald wir das geforscht haben, die richtige... Achso, ja komm, bau hier das nochmal fertig. Und da könnte ich dann eigentlich gleich das Vollgekühlte ranpacken. Packen wir nämlich einfach dann gleich hier hin. Oder? Weil dann ist es... Was erledigt ist, ist erledigt, hätte ich gesagt. So. Habe ich jetzt schon wieder doch. Ich habe noch Knie. Ne, nur schauen. Und vielleicht hier so. Damit wir da nicht in den Bändern im Weg gehen. Ist das schon hier? Ne, 8a. Verdammt, da muss... Moment, Moment. Da muss ich noch eine Rückleitung machen, sehe ich gerade. Vielleicht doch hier noch nicht. Also dann müssen wir das nochmal wegreißen. Ähm. 15a. Das könnte ich eigentlich dann so hinpacken. Wobei, mir wäre es lieber... Mir wäre es ja lieber so. So. Damit das hier schön... Ähm... Da kann ich dann jetzt ohne Bedenken einen 15er nehmen. Ähm... Genau, so. Dann hier natürlich auch... Genau, weil das ist alles Kühlmittelrückflüssigkeit. Dann machen wir da ein Pümpchen ran. Oder ist das jetzt... Müsste alles Kühlmittelrückflüssigkeit sein. Ja. Definitiv Kühlmittelrückflüssigkeit. Und dasselbe habe ich ja hier hinten dann auch nochmal. Also da kann ich das dann auch gleich machen. So. Da kommt ein 15er ran. Und dann da auch nochmal Pümpchen und Kühlmittelrückflüssigkeit. So. Ich glaube, ich habe da eh schon wieder zu wenig Platz in Wirklichkeit. Naja. Gut. Thema erledigt. Oh, Froze ist schon wieder zu viel des Guten, was Holz betrifft. Das ist immer ganz spannend. So. Und da kann ich jetzt dann die... Das Ding machen. Ich möchte das aber auch hier wieder mit den Dingen machen, damit... Damit einfach die Bänder hier schon durchgehen. Ja. Ich mag das, wenn Bänder schon durchgehen. Und sie nur hier gucken, wie wir das dann hinkriegen. Ah, das geht... Oh, cool. Das geht sich sogar genau aus. Das hätte ich mir jetzt wieder nicht gedacht. So. Ja, guck. Dann können wir das ja hier... So machen, oder? Pümpchen ran da. Perfekt. Dann machen wir da ein Siebener. Ja, geht sich... Dann machen wir da ein Siebener ran. Ist ja okay. So, passt. Dann müssen wir nur hier den da machen. So. Genau. Und das sind dann die Rückpumpungen. Ja, cool. So, dann haben wir das erledigt. Da kommt ein Pümpchen ran. Da kommt ein nicht so ganz langes Ding ran. Ah, ein Siebener. Habe ich schon wieder keine mehr. Da kommt kein Pümpchen ran. Brauchen wir in dem Fall nicht. Dann da nehmen wir einen Siebener. Gut, jetzt haben wir da die Kühlflüssigkeit schon. Die wir aber noch nicht brauchen. Aber passt gut. So, das wäre erledigt. Das ist schön. Was haben wir da noch? Da müssen wir auch noch gucken. Da haben wir auch... Da müssen wir das da jetzt erstmal machen. So, was kommt da raus? Da kommt eh das Zeug raus. Das ist okay. Was brauchst du für Kühlflüssigkeit? Die normale. Die wir da in der Mitte. Also dann ist das hier. Genau. Ja, komm. Dann ziehen wir die jetzt nochmal weiter nach unten. Also was war da jetzt? Das ist der... Der muss da ran. Ja, komm. Einfach hier schnell weiter. So. Gut. Und das ist... Ne, was ist das jetzt? Ach nee, das ist... Hä? Ach, die brauchen dann wieder bessere Kühlflüssigkeit, oder? Moment, kurz geguckt. Ich habe die Rezepte ja gelöscht. Genau, die haben... Ne, die haben... Ach nee, ach, weil da schon Zweier waren. Weil ich da schon die Zweier... Okay. Okay, das habe ich ein bisschen kompliziert, weil ich habe da ja noch keine Zweier. Gut, dann lassen wir erstmal die Eins. Das ist ja okay, dann... Weißt du was? Dann können wir das ja nochmal... Dann kann ich ja das jetzt so machen. Und dann zur Not, wenn ich das ändere, kann ich da ja dann Zweier anschließen. Okay, alles gut. So. Machen wir da noch schnell die beiden Module, damit das weg ist. So, hier die Moduldinger. Packen wir mal raus. Weil ich glaube, zwei reichen erstmal. So, dann schließen wir da... Normale Kühlflüssigkeit an. Also hier ungefähr auf der Höhe kommt jetzt normale Kühlflüssigkeit rein. Und da kommt jetzt... Gut, was, was da machen wir? Dinger. Machen wir dann so. So, und zur Not haben wir dann die bessere Kühlflüssigkeit auch noch, falls Bedarf besteht, dann später. Was definitiv kommen wird. So, das geht sich auch super aus. Super, okay. Das geht sich nicht super aus. Nehmen wir einen Fünfer. So, läuft. Gut, dann haben wir die Flüssigkeiten. Flüssigkeiten. Sehr schön. Ja, und da müssen wir dann natürlich ein Rückding... Das ist die Frage. Da haben wir kaputte Datenkarten. Darf ich da auch vollwertige Datenkarten reinlegen? Da muss ich jetzt kurz schauen. Das kommt da rein in dieses Ding. Und dieses Ding fährt dann nach oben. Fährt da hoch und teilt da dann auf. Und das kommt dann... Okay, ich kann das dann, glaube ich, sogar für normale Daten. Das ist der Rückbus. Ja, perfekt. Okay, gut. Dann kann ich das verwenden. Ich sollte mir gleich ein paar Bändchen wieder mitnehmen, sehe ich. Weil mein Bändchenvorrat ist schon wieder geschrumpft. So. Zum Glück, Bändchen sind genug da. Das ist der wenigen Dinge, wo ich keinen Mangel habe. Naja. Ja, so. Und runtergeflogen. Ach, ich freue mich. Moment, ach so. Ich muss da jetzt natürlich... Wie kriege ich denn das jetzt wieder unter hier eigentlich? Ach so, das wollte ich ja hier anschließen. Genau, da war ja was. Da kann ich das anschließen. So, bitte hier diesen Schweizer Käse jetzt vielleicht doch... doch wieder gut machen. Das ist die Frage, ob ich jetzt nicht sogar... Ja, ich weiß nicht. Soll ich da drinnen? Eigentlich könnte ich da drinnen hochfahren. Machen wir hier. Dann fahren wir eben da dann. Und so durch. Und dann hier anschließen. Ich werde zwar wieder das Gefühl nicht los, dass ich irgendwas Essentielles vergesse und dass ich dann später draufkomme und dann wieder merke, dass das sowieso alles so nicht hinhauen kann, wie ich mir das vorstelle. Aber na ja. Erstmal bin ich guter Dinge. So, gut. Sehr schön. Dieses Thema ist erledigt. Es fehlt... Warum haben wir... Haben wir zu wenig... Ich glaube, wir haben zu wenig supercooles Thermofluid. Weil da ist kein supercooles Thermofluid drin, dann sehe ich gerade. Ach so, nee. Das wird nur nicht angezeigt. Doch. Müsste eigentlich... Haben wir kein supercooles Thermofluid mehr? Ja, viel ist da nicht da. Ich glaube, ich muss da ein bisschen mehr machen von dem. Kann das sein? Dass ich supercool Thermofluid zu wenig habe. Vielleicht muss ich da die Produktion doch etwas anpassen und beschleunigen. Nämlich hier. Gut, weil ich zu wenig cool Thermofluid habe. Natürlich. Ich glaube, ich muss diese... Das dann auch nochmal erweitern auf die dreifache Menge oder so. Aber na ja. Schauen wir mal. Ich könnte da natürlich jetzt noch... Ich hätte da Beacons vorsehen sollen. Könnte ich den natürlich da jetzt dann anpacken. Der würde ja sogar... Ach, da haben wir jetzt... Oh Gott, wir haben... Ja, gut, Flüssigkeiten. Okay. Was ist da eigentlich los? Normales Thermofluid ist zu wenig da. Echt jetzt? Oh. Ich habe kein normales Thermofluid mehr. Warum? Bottle ich das nicht mehr? Oder was ist da los? Ach, weil ich keinen Kupfer mehr habe? Ja. Ja, das Kupfer natürlich voll da reingeht. Das ist ja... Ja, gut. Das ist natürlich, äh... Ja, so... Puh. Schon eher ein bisschen blöd, oder? Ja, 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 toll. Wow. Das passiert, weil er mit Bändern arbeitet. Arbeiten wir doch statt mit Bändern mit Logistik, oder? Das gibt es ja nicht. Ich weiß nicht, dass solche Sachen... Ach Gott, ja. 100 von denen, 100 von denen, bitte einfach ran, und dann machen wir das so. Ja, oder auch nicht, weil ich zu blöd bin. So. Natürlich hat er den Schwefel schneller geliefert als sein Schatten. Ist eh klar. So. Das und ich kann Eisen. Ich habe... Oh, wow. Ich habe auch zu wenig Eisen, willst du sagen. Aber ich habe doch da unten so eine Pufferkiste. Ist die... Ja, da ist er ja wohl genügend da. Oder liefern wir da schon wieder von unten viel zu wenig? Ja, offensichtlich. Ach Gott, ja, offensichtlich wird das jetzt... Das wird alles wieder viel zu... Viel zu, ähm... Ja, gut. Aber es geht hier nicht so um Geschwindigkeit im All. Rede ich mir einfach mal ein, dann passt das schon. Gut. Ignorieren wir. Gekonnt. Weil das können wir ja ganz gut. So. Wir kopieren jetzt natürlich da jetzt auch noch das tolle Späßchen. Späßchen hier. Ähm. Gut, wobei... Was ist denn jetzt los? Wow, auf Konstanze wird richtig ange... Was ist denn auf... Warum ist Konstanze schon wieder so permanent im Angriff? Nur weil ich da so viel Umweltverschmutzung produziere, müsst ihr mich doch nicht dauernd angreifen, oder? Ihr bösen, bösen Gegner. Ach so, weil ich da mit... Stimmt, da habe ich so eine Eckschussanlage. Und offensichtlich habe ich gerade Munition sogar. Hm. Ja, spannend. Gut. Okay. Ja, dann fahren wir da jetzt nach unten. Brauchen wir wieder ein bisschen Plattform, die wir natürlich wieder nicht haben. Und da könnte ich eigentlich auf der Seite... Könnte wir ja trotzdem die Dinge... Ne, wo war das die Dinge? Vom grünen. Oder? Ja. Dann können wir ja die machen. Das passt ja. Ja, gut. Ja. Äh, dann nach unten. Es ist nur die Frage, wie weit machen wir das jetzt am besten? Ich meine, ich muss sowieso... Und wir kopieren einfach da jetzt ein so ein Ding wieder. Ich sehe, diese Schaltung sieht ganz lustig aus. So, und was brauchen wir da eigentlich? Okay, das müssen wir eh schauen. Ja, boah, das wird ja richtig lustig. Und dann kopieren wir das einfach mal. Das kann ich eigentlich später auch kopieren. Die Frage ist nur, wie weit ich da nach unten fahre. Ich würde da schon lieber gern mehr Platz lassen, falls wir dann nämlich hier wieder Bedarf an Dingen haben. So, ich muss da drüben, muss ich sowieso nach unten fahren. Also ich fahre jetzt einfach mal... Ich glaube, wenn wir so weit fahren, soll es reichen, oder? So, dann schließen wir das kurz ab. So, und setzen. Bis wir keine Plattformen mehr haben. Also bis jetzt. Gut, ich könnte natürlich jetzt auch gleich zum Forschen beginnen. Wobei, nee, lass uns das zuerst fertig bauen. Brauche ich dann eh auch noch so eine große mechanische Fabrik? Was brauche ich jetzt eigentlich für das erste Ding zum Bauen noch? Vita-Melange-Extrakt. Das muss ich ja nach unten fahren, haben wir gesagt. Wo habe ich das eigentlich? Wo kriege ich Vita-Melange-Extrakt nochmal her? Schieße ich das nach oben? Bin ich gerade wieder... Nee, Vita-Melange-Extrakt habe ich da oben. Ach stimmt, da muss ich... Ja, okay, da muss ich sowieso mit Robo's arbeiten. Blödsinn, das war ja da oben. Oh, wow, Rocket-Reusability ist fertig. Ich forsche jetzt bewusst mal nicht das nächste. Ich lasse die Forschung jetzt einfach mal. Oder ich könnte Swarm-Safety... Logistik-Bots won't damage things when they crash if they have a logistic network with up to 500 active logistic-Bots. Wenn ich das jetzt forsche... Okay, ich weiß nicht, was da passiert, wenn ich das weiter forsche. Also lassen wir das erstmal so. Ja, komm, wir lassen die Forschung jetzt wirklich erstmal. Ähm, was wollte ich jetzt eigentlich... Was hole ich jetzt gerade? Ich weiß gar nicht, was... Was mache ich jetzt nochmal gerade? Ach ja, Plattformen. Plattformen. Müssen wir mal schauen, müssten wir ja da drin jetzt auch einige liegen haben. Nehmen wir die mal alle mit. Ähm... Ja, und... Eine, so eine Fabrik könnte ich ja gesagt auch gleich mitnehmen, falls ich so ein Teil noch habe. Da müsste ich ja ehrlich gesagt... Habe ich? Ne, habe ich natürlich nicht mehr. Habe ich echt... Ich habe keine... Ach, toll. Nix, nix habe ich. Weißt du? Das ist immer das Gleiche. So. Ähm... Da. Space Manufacturing. Wobei, die könnte ich sogar hier bauen. Sehe ich gerade. Muss ich gar nicht hier bauen. So. Bauen wir hier. Weil das kriegen wir hin. So. Es reicht ja erstmal eine. Oh, gut. Was fehlte da noch? Ich habe es wieder vergessen. Irgendwas fehlte noch. Spannenderweise, ich habe immer noch nicht genügend Kühl... Äh, besseres Kühlmittel. Also da muss ich wirklich die... Ja, das muss ich mir gleich aufschreiben. No, wie ist all? Das freut mich nämlich gar nicht. All, ähm... Flüssigkeiten. Kühlflüssigkeiten. So. Aber das muss... Irgendwann mal muss das optimiert werden. Das hilft... Hilft ja alles nix. All es nicht. Weißt du? All. Ihr wisst, versteht ihr? All. All. Haha. Nicht. Schon. Ähm... Was ist denn da eigentlich? Jetzt ist er hier nur der linke. Ne, blöd sind. Der fährt ja durch. Genau so was. Ich brauche ja beide. Also das muss auf jeden Fall durchfahren. Müssen beide durchfahren. Ja, alles gut. So, dann fahren wir da mal nach unten. Um wie weit haben wir jetzt gesagt? Der kommt, fahren wir halt bis hierher. Und dann sagen wir, da ist dann der... Ich würde mich da ganz gerne so orientieren. Achso, das könnte ich eigentlich frühzeitig schon... ausspucken, die... Die Bändchen... Äh, die... Dinger... Könnte ich eigentlich da schon ausspucken. Das machen wir auch gleich hier hin, weil ich möchte das ehrlich gesagt eh... Vorerst nicht... Center machen, aber das Potenzial ist ja da. Und wenn wir dann da die Zweierstufe haben, haben wir diese Datenkarten ja dann sowieso nicht mehr. Genau, die Blank Data Cards kommen da ja ein paar raus. Genau, ja. Ist das die richtige Seite? Ja, das müsste passen. Genau, weil dann kommen die da auf der linken Seite raus. Und die kommen dann natürlich hier... Ähm, da rüber. So. Genau. Dann haben wir das erledigt. Und dann da unten... So, wie war das jetzt da oben? Da könnte ich das Ding jetzt natürlich kopieren. Das Knie. Der Knie. Aber da haben wir sowieso viel zu wenig Platz dafür erst noch. Aktuell. Da muss ich noch ein bisschen was ranpacken. Das war okay. Wie gesagt, lieber mehr Platz als dann zu wenig und dann wieder jammern. So. Vorsichtig an den Rand rantasten. So. Und, ähm... Einfügen. Wie sieht das aus? Ja gut, der Dom, den brauchen wir eh noch nicht. So. Das da unten kann eigentlich weg. Das brauchen wir nicht. Da brauchen wir nur dann die Vita-Melange-Anforderungsdinger. Und da muss ich jetzt... Das wird ausgelesen. Und das muss ich natürlich umstellen auf die grünen Dinger. Wobei ich die noch, ähm... Deaktivieren muss, weil die habe ich ja noch nicht. Die anderen. So. Da brauchen wir einmal so ein Ding. Kann ich eigentlich gleich wieder ein paar mehr bauen. Da würde ich eher dann auch die grünen Dinger machen. Was ich... Ist das eine passive Anbieterkiste? Machen wir auch. So. Und da bauen wir nicht die gelben, sondern da bauen wir die grünen Teile. So. Sehr schön. Okay. Ja. Und da haben wir natürlich nicht die Dinger, sondern da haben wir die Vita-Melange-Extrakt, glaube ich, brauche ich da. Genau. Ja. Das wird dann gleich mal geliefert, sobald wir dann im Logistiknetz sind. Wobei wir das natürlich auch selbst machen sollen. Jetzt muss ich die Dinger... Damals mache ich dann auch nochmal kurz. Wie habe ich das jetzt eigentlich hier gelöst? Okay. Da kommt eigentlich auch nur... Das könnte ich ja hier auch oben hin packen. Das muss jetzt hier... Ja gut. Wobei ich habe sowieso... Ja. Aber das packe ich trotzdem oben hin. Werd ich gesagt. Aber die Output, die muss ja sowieso ran. Genau. Weil auch hier oder auch hier kommen defekte Karten raus, oder? Ja, das ist ja durchgängig gut gemacht. Ja, auch da kommen defekte Karten raus. Genau. Und die muss ich dann hier... Natürlich da dann... So. Wir kommen da dann da rüber. Ja gut. Dabei kann ich hier durchziehen. So. Ich würde es trotzdem lieber... ähm... Schön machen. So. Und wir schauen mit den... Ja gut. Flüssigkeiten reicht ja sogar noch. So. Hier kurz kopieren. Damit wir das dann da unten... Wow. Das haben wir ja richtig toll hinbekommen. So. Und da kommen die defekten Karten dann hoch. Okay. Gut. Ja. Das sollte... Soweit dann ganz gut gehen. Wie gesagt. Das kommt noch. Also da. Wenn die dann hier Überschussprodukte... reduzieren können. Können die da nach oben. Und ich würde aber sagen... Wie gesagt. Dass wir da dann... Auf jeden Fall... Wie habe ich denn das da oben mit einer aktiven... Nee. Passive Anbieterkiste ist das. Oder? Ja das ist eine... Ach das ist sogar eine aktive Anbieterkiste. Okay. Das ist jetzt sehr spannend. Warum mache ich da eine aktive und keine passive? Im Endeffekt. Ich brauche doch keine so gelben. Ja. Das ist natürlich das Thema. Wenn ich da eine aktive mache... Und die Kiste voll ist. Was sie momentan ist. Dann überproduzieren wir ja... Ja das ist doof. Komm da muss ich eine passive hinbauen. Weiß nicht. Wie brauche ich da eine... Okay. Das ist ein bisschen logischer Denkfehler. Da eine aktive hinzubauen. Weil jetzt ist es so. Dass die hier einfach produzieren. Die tun jetzt hier überproduzieren. Und das muss ja nicht sein. Achso. Da hätte ich eh hier... Okay. Solange das kleiner als 25.000 ist. Okay. Gut. Dann ist es wieder okay. Muss ich nur... Okay. Dann ist es wiederum okay. Oder auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Gut. Also dann müssen wir eh schauen. Logistiknetz kommt dann irgendwo. Haben wir keinen Platz mehr. Habe ich natürlich zu wenig. Da dran. Ja gut. Aber hier könnte ich... Habe ich da Platz. Ja das müsste ich ausgeben. Erst was. Dann packen wir die... Die Dome daran. So. Einmal. Sieht das aus? Ja. Geht sich aus. Super. Aber da natürlich gerade so nicht mehr. So. Zweimal. Packen wir das hier hin. Dreimal. So. Dann machen wir da. Das ist nur die Frage. Rohre. Ne. Rohre passen eh gut. Die sind eh erst da drüben. Okay. So komm. Ich mache die Stromversorgung trotzdem hier jetzt mal durch. So. Das kommt da. Das passt. Das kommt da. Das passt auch. Dann ziehen wir da die Stromversorgung noch nach unten. Und dann müssen wir aber trotzdem hier... Gut. Aber dann mache ich das hier so. Dann muss... Ne. Das nicht. Das kommt dann da rüber. Kommen da auch Weiße raus? Natürlich kommen da auch Weiße raus. Ist eh klar. Gut. Dann könnte ich da ja sowieso dann eher so machen. Ich glaube... Wie gesagt. Ich glaube ich habe da jetzt nicht das Bedürfnis, dass ich das hier großartig größer mache. Sonst muss ich das eben ein bisschen umbauen hier. So. Dann machen wir das hier so. So. Ihr habt vielleicht eine Idee, was ich vorhabe. Ich bin zwar selbst nicht ganz sicher, aber das kriegen wir glaube ich hin. Da einmal nach links raus und da Weiße raus. So. Und die Gelben... Muss ich eben da dann hinpacken, weil ich brauche da eine aktive Anbieterkiste in der Nähe dieser... Dieses Doms, damit ich da anschließen kann. Ja, das geht sich natürlich nicht aus. Dann kann ich aber dann gleich in Wirklichkeit... Ach, weiß, weiß, komm. Dann machen wir es trotzdem gleich hier hin. Naja, wobei geht jetzt nicht mehr. Habe ich jetzt überhaupt Platz. Ja, es geht sich ja sowieso wieder ganz gut nicht aus. Was baue ich da schon wieder für ein Blödsinn zusammen? Kann mir das irgendjemand sagen? Machen wir wieder so, dass wir ja dann keinen Platz mehr haben, falls wir irgendwas erweitern wollen. Ja, offensichtlich machen wir das und deshalb werde ich das jetzt wegreißen wieder. Fahren wir da doch ganz normal nach unten. Ist ja egal. Ich habe ja, ich weiß nicht, was ich da schon wieder, was ich da schon wieder für ein Bedenken habe, dass ich zu wenig Bänder oder so habe oder wie oder was. Weiß ich nicht. Genau, da machen wir das jetzt. Also einmal... Da die Dinger raus und weißt du was, das machen wir dann so, dass wir da... Achso. Ja, komm, ich ziehe dies so. Das wird ja, wird ja hoffentlich nicht staunen hier. Famous last words. So, und da dann... Wo hat die Platten... Na gut, die muss... Achso, die hier. Warte, ich schließe das jetzt kurz an. So. Genau, und du darfst dann eben nur... Dann reinziehen, wenn wir da im Logistiknetz... Das sieht natürlich weit nicht aus. Das ist jetzt... Ah, das wäre saublöd. Gut, aber dann müssen wir eben so machen. Weißt du was? Ich ziehe einfach die roten Dinge raus. Ist ja okay. Ich kann ja eh das rote Kabel auch nehmen. Ich möchte nur aufpassen, dass ich da nicht mit irgendwas konfliktiere. Und da sagen wir... Da sagen wir Read Logistiknetwerk Content genau. Und du nur, wenn... Komm, das kopieren wir da oben. Oh, guck mal. Jetzt kommen schon die Karten ran. Das ist ja schön. Genau, da kopieren wir einfach den da. Ging das jetzt überhaupt? Müsste ja gegangen sein. Das ging gut. Ach komm, weißt du was? Scheiß drauf. Wenn das kleiner als 24.000 ist... Dann darfst du rein tun. Wir haben von denen momentan... Waren es 25 oder? Ich glaube 24 habe ich gesagt. Oder? 25, ja okay. Und das grüne Ding hat wie viel jetzt? 25? Ne, 256 sind da drin, oder? Ne, da habe ich auch nur 25. Könnte ich ja 256.000, weil das ist ja sowieso das zentrale Lager von denen. Ja, okay, gut. Okay, dann brauche ich jetzt nur noch hier eine Vita Melange Lieferkiste. Bald haben wir es. Können wir ja da hinpacken. Also einmal hier Vita Melange ran. Ja, die ich nie finde da. So, und ich bin fast sicher, dass ich da wahrscheinlich dann, ähm... So, komm, da machen wir mal eine halbe Kiste voll. Dass ich da wahrscheinlich von denen dann das Vita Melange Spice dann nachher brauche. Schauen wir mal. Gut. Wird geliefert, wird geliefert. Dann müssten wir da eigentlich alles zusammenbekommen. Das passt. Das ist angeschlossen. Ja, sollte eigentlich... Sollte eigentlich... Achso, ne, da fehlt noch was. Mir fehlen noch die, die, äh... Flüssigkeiten. So. Ja. Da kommen wir natürlich noch schön nach unten. Hätte ich genügend Rohre. Und apropos, es ist immer noch zu wenig von dem Zeug da. Wirklich jetzt. Och, jetzt haben... Och, jetzt fehlt da wieder, oder was? Okay, das ist... Ich bin echt begeistert, wie... Äh... Gott. Was hier alles zu wenig ist. Vor allem auch das Zeug. Wo brauche ich denn das Zeug hier zu viel? Das ist so natürlich bei dem Zeug. Ja, ist okay. Oh, und wir haben... Sag jetzt nicht, dass wir auf Novice schon wieder ein... ein allgemeines, ähm... Ölproblem haben. Nö, das passt eigentlich. Hier haben wir genug. Dann haben wir ein allgemeines Lieferproblem. Offensichtlich, weil wir mit dem Liefer nicht nachkommen. Ja, sieht fast so aus. Wir kommen da nicht nach. Heute, ja, ich bin waff, dass diese Kanonen hier schneller schießen können. Ich glaube, ich muss da wirklich nach unten. Ach, verdammt, wir stehen da schon an. Stimmt, das wollte ich... Ne, kann das... Ach, ich möchte das nicht umlegen. Joa, gut, okay. Also offensichtlich haben wir ein allgemeines Lieferproblem. Was, ähm... Schwefelfässer betrifft. Äh, Petroleumfässer. Ne, jetzt sind wieder genug da. Ne. Wo brauchen wir das Zeug eigentlich so viel? Eigentlich nur hier. Und achso, weil wir das da oben auch verwenden für die Teile. Ach, und natürlich. Ja, klar. Okay. Weil wir natürlich da unten das Zeug jetzt ja auch hier brauchen. Das war jetzt nicht so die Menge, aber... Naja, das könnte alles spannend werden. Ach, das ist ja wirklich so viel zu wenig, weil wir da... Aber wo geht das hin, bitte? Wo läuft das hin? Das Ganze jetzt... Wie viel kommt da raus? Also, weil da nur 20 rauskommen. Ich brauche hier wie viel? Fünf. Weißt du, fünf unterschaffen wir nicht? Echt jetzt? Die laufen jetzt auch nicht arg. Wo läuft diese Flüssigkeit jetzt wirklich hin? Läuft die da rein? Ne, auch da nicht. Hä? Ich habe keine Ahnung, wo diese Flüssigkeit hinläuft, Leute. Also, da rein definitiv nicht. Da aktuell auch nicht wirklich, weil die sind voll. Ist es hier? Ne, oder? Die sind auch voll. Doch, das eine Ding läuft. Aber die brauchen eigentlich auch nicht so viel. Ich bin jetzt schon echt ein bisschen... ...überfragt, muss ich sagen. Das, ne, das geht nur da noch unten. Oder haben wir da noch irgendwo abgezweigt? Nein. Ja, gut, hilft eh nichts. Das müssen wir wahrscheinlich optimieren. Also die Kühlflüssigkeit-Dinge, das ist sowieso ein Thema, wie gesagt. Äh, machen wir das trotzdem jetzt erstmal fertig. So, da können wir die 15er nicht ganz rein. Dann machen wir eben 9er rein. Ist auch okay, 9er und ein 3er. So, und dann 2. 9er und ein 5er. So, machen wir so. Sehr gut. Ja, ja, es ist wirklich, es ist Null da. Ja, es ist wirklich Null da von dieser Kühlflüssigkeit. Warum ist da echt Null da? Ja, die warten alle. Ja, die wahrscheinlich auch alle warten, ja. Ja, die auch alle warten. Und da habe ich über... Ach, die... Das ist denn da groß, sag mal. Boah, das ist echt Drama. Weil eigentlich habe ich da jetzt schon überall die... Effizient-Cooling, die teuren, oder? Wie war das? Das sind die... Genau, das sind eh schon die teuren, überall. Wahrscheinlich muss ich die jetzt einfach beschleunigen. Ich müsste hier wirklich überall bessere Module reinpacken. Oh, falscher Knopf. Nein, nein, nein. Hilfe. Aus. Ähm, ja, vielleicht... Natürlich mit Beakens weit. Jetzt sind schon die alle mit den... Ist das auch der Teure? Ja, das sind ja alles teure. Na, tut keine Ahnung. Ja, es hilft eh nix. Ist jetzt so. Komm, lassen wir mal. Geht das auch wieder irgendwann weg hier? Jetzt geht's weg. Okay. Lassen wir jetzt mal so, es hilft ja jetzt erstmal eh nix. Das Gute ist, wir brauchen die gute Kühlflüssigkeit erstmal eh noch nicht. Weil die Dinger laufen ja eh mit normaler Kühlflüssigkeit, ja. Die laufen mit normaler Kühlflüssigkeit, das ist schön. Ah, und guck mal, das geht sich sogar ganz gut aus. So. Ja gut, dann würde ich sagen, könnten wir eigentlich diese Forschung dann starten. Müssen wir oben noch anschließen und dann ist das eigentlich cool. Dann haben wir da... Ja, freut mich. Freut mich sehr, dass wir das dann eigentlich ganz gut haben. So haben wir hier jetzt noch... Irgendwo da sind noch seltsame Symbole. Ich meine, ich könnte... Nee, aber komm, das machen wir jetzt nicht. Ich packe die Symbole jetzt einfach mal weg. Die nerven mich nur, weil sonst sagt er wieder überall, hey, du hast da fehlende Materialien. Das mag ich nicht, fehlende Materialien. Das war jetzt auch doof. So, also bitte das kopieren und dann nochmal hier einsetzen. So. Ich möchte eigentlich nur... Oder kann ich da auch mit Rechtsklick drauf? Nee, muss ich... Äh, mit Linksklick muss ich leider Rechtsklick machen. Weil die sind lustigen Autos. So, okay. Ja, dann ist nächstes Ding... Ich glaube, ich bin da echt wirklich wieder mal zu weit rangefahren. Nächstes Ding dann die Dinger da rausziehen. Einmal so und einmal so. So, so. Mit, mit Platz. Mit Respekt, was Platz betrifft. Ja, das funktioniert ja... Achso, ich müsste eigentlich dann nur hier so. Genau, so passt es ja dann. So, Seite 1. Er ledigt. So. So. Gut, und dann natürlich dann... Ja, machen wir dasselbe. So. Ich habe echt ein Problem, dass ich da wirklich zu... Wieder mal zu wenig Platz gemacht habe. Ja, vielleicht so hoch. Gut. Ja, dann müssten die Dinger hier eigentlich schon mal schön forschen anfangen. Oder wie sieht es aus? Ja, forschen! Und bald haben wir den ersten Katalog gebaut. Yay! Der erste grüne Katalog ist gebaut. Was für eine Freude. Wie ist da jetzt eigentlich irgendwas? Ne, das passt auch. Hätte ich natürlich dann auch hier rausziehen müssen. So, das erste von dem Zeug. Das passt auch ganz gut. So. Und, ja. Und wir haben... Tada! Nach 378 Stunden haben wir das erste Biological Science Pack gebaut. Ja, da muss ich hier natürlich noch rumstellen, dass wir das richtig rausziehen. So, cool. Ah, da kommen sogar gleich... Ne, kommt doch zwei kommen raus. Das ist schön. Okay. Ja, aber scheint alles gut zu funktionieren. So gefällt mir das natürlich ganz gut. Ich habe keinen Jetpack-Fuel mehr. Das ist nicht so schön. Da müssen wir wohl hochlaufen. Ja, das ist sehr toll. Okay. Ja, aber freut mich läuft. Das bedeutet, wir können jetzt neue Forschung anstoßen. Und vielleicht schaffen wir es ja auch irgendwann, dass die Flüssigkeitskrise gelöst wird. Automatisch wäre gut. Ich befürchte dadurch, dass wir hier jetzt so viel mehr Petroleum brauchen. Ich muss einfach eine zweite... Ah, eine zweite Raketenstation hinstellen, die Petroleumfässer hochschießt. Oder ich mache Petroleum hier selbst. Ich habe ja hier kein Öl. Ich kann ja kein Petroleum machen. Ah, ist auch mal angenehm, wieder laufen zu müssen. So, Logistik-Bots habe ich aber... Ja, das läuft. Das passt gut. So. Gut, dann könnte ich dann eigentlich hier sogar forschen anfangen. So tolle Sachen forschen. Da ist mal ein bisschen hiervon. So. Ja, dann kommen hier... Ach, das ist ja witzig. Da habe ich sogar Abstände gelassen zwischendrin. Kommen hier... Oder warum habe ich da Abstände gelassen? Weil das Blau... Grün... Violett... Achso, weil ich die Gelben... Okay, dann kommen die Grünen jetzt hier als nächstes. Also machen wir da jetzt einmal hier... Wie viele habe ich denn mal? 200 von denen. Also einmal 200 grüne Knipsis ran. So. 200 bitte. Danke. Und idealerweise würde ich gerne irgendwas forschen, wo ich dann gleich... Vitalic Acid. Acid. A strong cocktail of various acids. Okay. Ja, vitalisierendes Säuren. Das klingt... Weiß ich nicht. Matpack 3 brauche ich nicht, nehme ich nie her. Bio-Upgrade-Agilität 1. Das ist eigentlich cool. Diese ganzen Bio-Upgrades. Konstitution 1. Dexterity, also Ausdauer. Intelligenz plus Forschung. Okay. Da kann ich voll viel Stärke... Kann ich machen. Mining-Produkt... Ah, Minen-Produktivität. Und Panspermia-Simulation. Okay, das ist spannend. Da kommen nämlich dann wirklich mit diesen... Aus diesen Dingern dann offensichtlich andere, coolere Sachen, damit ich die gelben Datenkarten effektiver machen kann. Ja gut, dann würde ich sagen, forschen wir einfach... Ja, forschen wir trotzdem mal das Ding, weil ich glaube, das brauche ich für das nächste Level dann. Und dann von mir aus das Ding. Ich könnte ja auch mal in Forschungstree rein schauen, was ich für das nächste Level brauche. Ja, okay, das ist genau das eine Ding, was ich mir gedacht habe. Ah ja, super. Okay, cool. Und da kommen im Moment dann ganz lustige Sachen raus. Ich sehe schon, ich sehe schon, das könnte lustig werden. Okay, ja, forschen die beiden Sachen da mal. Ist okay. Und ich glaube, dass ich sowieso schon langsam wieder zurückfliegen müsste, aber... Na, die Frage ist jetzt wirklich, was machen wir jetzt hier, um das in den Griff zu bekommen? Weil das ist jetzt schon fast ein bisschen blöd hier mit den Dingern. Fast schon ein bisschen blöd. Kann ich da? Ich vermute mal nicht, dass ich da... Nein, kann ich natürlich nicht. Okay. Ja, ich würde aber da jetzt trotzdem... Habe ich von denen noch ein paar? Ja, aber sonst würde ich da, weil ich noch hier bin, hier die beiden Zeuche heranpacken. Kann ich da eigentlich? Nee, das geht auch. Das geht auch immer alles nur mit Geschwindigkeit. Also ich würde sagen, die mit 1000, die werde ich jetzt alle mit den besseren Modulen bestücken, damit die ein bisschen schneller werden. Das müsste ja hier nur die unterste Reihe sein, oder? Die Tausender. Okay, jetzt habe ich keine besseren mehr. Ja, es ist wirklich spannend, weißt du? Da hatte ich mal ein Problem, dass ich wirklich eine Zeit lang viel zu viel Flüssigkeit hatte und jetzt habe ich so viel zu wenig. Das ist wirklich spannend. Und ich würde ganz gerne, solange ich noch da bin, irgendwie versuchen, die Dinge da richtig zuzuordnen. Also zum Beispiel da den da zu machen. So. Oh, ich habe was erforscht. Was für eine Freude. Das ging ja jetzt doch wieder ganz schnell. So. Kryonizlas. Ja, stimmt. Das hat es mir ja mal zerballert hier. Ich erinnere mich. So, was haben wir da jetzt noch? Beton. Kommt, die Rohre kann ich rausziehen. Beton haben wir da nicht. Warum habe ich da so eine Kiste? Eine Pufferkiste. Okay. Methyl Insights. Das ist ja auch spannend. Ich habe da echt sehr viele lustige Sachen drin. Komm, die ganzen Forschungsdinger packe ich da jetzt mal raus. Und die, glaube ich, brauche ich da drin ja echt nicht haben. Warum habe ich da so Gun-Turret habe ich ja auch. Manchmal brauche ich ja auch manchmal. So, okay. Das würde ich gerne wieder zurück auf die Erde nehmen. So, komm, ich packe die Forschungsdinger da jetzt kurz in die Dome gleich rein. Da unten. Weil da stören sie am allerwenigsten. So. Und das blaue Zeug auch. So. Gut. Und die Kiste würde ich dann auch ganz gerne gleich mal leer räumen. Was ist denn... Ach, das ist auch eine Lagerkiste. Okay. Die sollte leer werden. Und da haben wir natürlich das Problem, dass die Waffenforschung natürlich nicht so anerkannt ist, wie sie aussieht. Hier, ich gucke euch da Platz für die Waffenforschung. Ja, geht sich knapp, glaube ich, aus. So, und dann geht das grüne Zeug auch noch rein. Ach, das hat man... Ach Gott, das geht sich nicht aus. Na gut. Oder doch. Ging. Habe ich richtig reingepresst in das Teil. Was haben wir da jetzt noch? Noch mehr Military. Okay. So, noch habe ich Platz. Ähm, ich sollte auch Plasma-Generator, das Zeug, dann natürlich wieder mitnehmen. Ähm... Moment, so. Ja, komm, dann machen wir eben gleich die nächsten Kataloge. Ist ja okay. Was ist das bitte? Bioscrabber. Eine Materie... Materialverarbeitungsanlage. Ah, ja. Ah, mit der man ungewünschte Materialien wieder zerbrechen und zerkleinern kann. Das finde ich gut. So, wo habe ich dieses Urangedöns gebraucht? War das hier? Ja, nee, da habe ich nur das Zeug. Wo habe ich jetzt wirklich Uran-Fuel-Cell? Das frage ich mich jetzt gerade wirklich, wo ich das brauche hier in dem ganzen Prozess. Ich frage mich das gerade echt. Ich weiß es nicht mehr, Leute. Ich kann mich da nicht mehr dran erinnern. Wo hatte ich das? Boah, das geht ja wieder... Das geht ja wieder viel zu schnell hier, die Forschung. Ja, ich weiß es ehrlich gesagt wirklich nicht mehr. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern, wo ich hier Uran-Zellen brauche. Keine Ahnung. Irgendwo wird schon sein. Aber ich wüsste ja auch ganz gern, wie ich das hochballere dann. Wo war... Moment. Jetzt guckt, Uranium. So. Ah, in der Radiation Facility. Genau so war das. Okay, dann lassen wir das da. Das ist okay. Gut. Stimmt, da gibt es so ein Ding, wo ich das als Ingredient brauche. So, und die restlichen Sachen. Ja, weiß ich nicht. Diese Number-Nixi-Tubes nehme ich vielleicht mit. Das Zeug nehme ich jetzt auch mal an mich. Ja, komm, den Rest lass. Ah, das wäre erstmal drin. Das ist okay. So, was ist schon wieder das Nächste? Okay, ja gut. Dann holen wir uns das gleich. Damit wir gleich jammern können dann. So, und weißt du was? Diese ganzen biologischen Dinger werden wir dann auch einfach mal weitermachen. So. Dann haben wir hier einfach mal diese fünf Erweiterungen. Haben wir da nur Level 1? Okay, nur Level 1. Schade. Ich dachte, das wäre wieder so ein weiter fortschreitendes Ding, wo man länger dran forschen kann. So, und diese gelben Dinger packe ich natürlich auch kurz nach unten. Material Insights, weil die brauchen wir eigentlich auch nicht wirklich. So, die packen wir da, glaube ich, rein. Wäre ganz gut. Ja, und Vita Melange kommt da nach unten. Ja, ging ja eigentlich jetzt doch ganz gut. Bin ich echt jetzt eigentlich ganz gut erfreut. In Wirklichkeit könnte ich ja sogar schon die nächste Stufe gleich angehen. Wobei ich natürlich das Problem habe, dass ich wahrscheinlich viel zu wenige Plattformen habe dafür. Und dass ich definitiv zu wenig habe. Ach, da hätten wir schon erweitert nach draußen. Na, okay, da müssen wir auf jeden Fall ran. Ranklotzen noch. Wobei, nee, da haben wir ja gesagt. Das sollte eigentlich bis hierher vorerst reichen. Oh, oh, oh. Stack Insurter. Verdammt, woher ich... Warum geht es eigentlich kein Rückgang vom Rückgang? Woher habe ich jetzt diesen Stack Insurter hingebaut? Oder weggebaut, besser gesagt. Verdammt. Scheiße. Äh, schade wollte ich sagen. Ach, da oben. Nee. Oh, nee. Wo habe ich den denn jetzt weggebaut? Achso, nee, habe ich gar nicht. Passt schon. Oder? Habe ich oder habe ich nicht? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich habe ich jetzt irgendwo wieder was weggerissen. Warum gibt es kein Redo? Wenn es ein Ando gibt, muss es doch auch ein Redo geben. Ando? Redo? Kein Redo? Redo? Nö. So, was habe ich noch gebaut? Habe ich irgendwas noch gebaut, wo ich mich jetzt nicht mehr dran erinnere? Ich glaube ja nicht, oder? Wo habe ich jetzt diesen... Wo habe ich diesen Stack Insurter gesetzt? Ach doch, hier. Okay. Ich sehe schon, die Kiste habe ich weggerissen. Das ist natürlich... Das ist natürlich nicht gut. Das ist natürlich nicht gut für die Forschung. So, 200 Stück von denen. Go. Liegt wahrscheinlich jetzt alles in der Kiste wieder oben, oder? Ja, ist eh klar. Super. Habt ihr wieder ganz gut hinbekommen. So. So, Biological Science Pack 2. Ich freue mich jetzt schon. Mal ganz kurz geguckt. Also, ja, das ist eh klar. Oh, ich brauche da wirklich... Ach, Bioscrub ist Material. Ich dachte, das ist eine Fabrik. Na super, okay. Aber zumindest vom Layout her ist das ähnlich, oder? Jetzt braucht ein... Moment, braucht das jetzt eins mehr? Bin ich jetzt doof? Zwei, vier, fünf, drei, sechs. Ach so, klar. Ja, das vorherige braucht es. Okay. Aber die neuen Sachen... Biologische Sprengresistenz-Data. Ah, da brauche ich jetzt schon experimentelle Biomasse. Das ist ja... Ach, das ist ja ganz toll. Das ist ja ganz toll. Okay. Ähm, dann brauche ich da... Ach nee, okay. Da haben wir jetzt zum Glück... Hier haben wir genau jetzt das, warum ich diese Anforderungskisten unten gemacht habe. Weil man sieht, hier brauche ich nur diese beiden genetischen Dinge, damit ich das da besser dann machen kann. Vitalic Acid. Okay, und ich brauche definitiv jetzt hier diese experimentelle Biomasse. Die könnte ich eigentlich gleich mal mir ansehen, wie das geht. Okay, da können wir auch Bio-Sludge draus machen. Oh! Oh, ich kann aus experimenteller Biomasse... Hm. Aus experimenteller Biomasse und einem Plasmastrom kann ich Kohle bauen. Ich bin mir nicht sicher, ob das so toll ist. Ja, weil... Ich weiß nicht. Mein Kohle ist wertvoll, aber... Nö, fliege ich eigentlich gerade? Natürlich fliege ich immer. Ähm, joa. Dann würde ich sagen... Was haben wir da noch? Gut, aus Vitamélange-Extrakt und Schwefelsäure kommt diese komische... Vitamélange-Schwefelsäure. Ach, du Schande. Ja, und da brauche ich diese Schwefelsäure. Ja, das ist ja ganz toll. Kohle, Glas... Oh mein Gott, da brauche ich schon wieder... Ach, mein Gott. Gut, aber das könnte ich sogar schon machen, glaube ich, experimentelle Biokultur. Experimental Genetic Data. Das würde ich, glaube ich... Moment, das gucken wir jetzt gleich mal. Im Endeffekt müsste ich da ja nur die anderen beiden, glaube ich, kopieren, die da ganz unten waren, oder? Wie viel Sauerstoff? 50 Minuten. Okay, das reicht noch. Ich glaube, das sind die normalen Biokulturen. Im Endeffekt kann ich das dann eins zu eins kopieren, weil es ist wahrscheinlich... Kommt da genau das gleiche raus, oder? Nee, da kommt nur Chunk-Data-Cards raus. Okay, also da haben wir den Punkt, dass der wirklich experimentelle genetische Daten saugt. Aber die muss ich auch vorher machen. Also die experimentellen genetischen Daten, das sind ja auch hier die, aber die sind auch... Okay, das sind dann die, die ich aus diesen beiden Dingen mache. Verstehe, verstehe. Okay. Ja, wäre jetzt nicht so tragisch. Im Endeffekt brauche ich das dann wirklich nur kopieren. Im Endeffekt ist das dann... Brauche ich auch nur... Ja, das ist genau das gleiche. Wobei, wobei, da kann auch normale Biomasse rauskommen. Okay, das ist jetzt spannend. Ach, du Schande, da kann auch normale Biomasse rauskommen. Was bedeutet, dass ich... Ach, Mensch, Mensch, Mensch. Dass ich mit der normalen Biomasse, wenn es blöder geht, hier mich aufrufe. Aufstaue. Hm. Wo war diese Biomasse? Die war ja hier. Wie lange füllst du rein? 1200. Äh, 1280. Da mache ich dann eher... Ähm... 640, oder? Damit hier auf jeden Fall dann immer genügend Platz ist für das andere Zeug. Weil das andere Zeug darf auf keinen Fall stauen. Gut, aber sollte... Sollte ja eigentlich nicht passieren. Das heißt, muss ich aber eh erst mal... Ähm... Ja, da dann... Wieder auffüllen. Zumindest hier... Auffüllen. Dass ich das hier wirklich eins zu eins kopieren kann. Was braucht das jetzt für Dinge? Ach so, das braucht nur diese einen Karten. Ah, das braucht Vitamelange-Extrakt. Das ist aber eh... Ist mir ja eh lieber, weil das habe ich ja eh eher da. Und es braucht weniger Bio-Sludge. Okay, das ist auch gut. Ja, also alles in allem. Habe ich da jetzt versehentlich was hingesetzt, was ich mich hinsetzen wollte? Das ist nicht gut. Ja, viel zu wenig Konstruktions-Robos hier. Sind die echt alle am Konstruieren? Oder habe ich einfach zu wenig? 306. Wie viel haben wir das angestellt? 300. Weißt du, was machen wir da? 500 jetzt? Weil Konstruktions-Robos sind immer dann, wenn ich sie brauche, ganz gut. Und da mal 2000. Also offensichtlich habe ich zu wenig. Wie viel Logistik schicke ich eigentlich nach oben? Mal kurz geguckt auf Novice. Ich glaube, da schicke ich nämlich weniger nach oben, oder? Doch, 2000. Genau, das bedeutet, da müssten eigentlich einige Logistik drin sein. Oder sind auch einige drin? Okay. Gut. Ähm, ja. Ich wollte Dinge machen. Ich wollte hier Plattformen holen. Genau. Dann haben wir zumindest hier einen Teil schon mal erledigt. Und ich hoffe nur, dass mir das dann nicht staut. Aber theoretisch kann es ja auch fast nicht stauen, weil es ist ja so, dass ich ja, ich brauche ja sowieso beide Varianten zum Bauen, sage ich mal. Äh, zum Forschen. Also wenn ich die 3er, äh, die nächste Stufe, die 2er-Forschungsdinger jetzt mache, ist ja so, dass ich 1er ja sowieso brauche. Also ich brauche dann eh die 1er-Dinge. Also das sollte eigentlich, ja. So, setzt das bitte mal kurz. Sollte es sich eigentlich nicht gegenseitig stauen können. So, theoretisch. Schauen wir mal, was da rauskommt. So, habe ich? Ich habe keine Plattformen mehr. Okay. Also es kommt erstmal gar nichts raus. Ich glaube, ich habe auch oben keine Plattformen mehr, oder? Ach, jetzt habe ich 4 Biomasse auch noch in der Tasche. So, das kommt weg. Die kommen auch erstmal weg. Haben wir noch Plattformen? Na doch, sind eh genug da. Verdammt, alles gut. Alles gut, alles gut. So, gebaut. Gut, ich meine, ich muss die Rohre dann auch, aber das könnte ich erstmal leer quasi, also nicht leer, sondern nur die eine Lane dann bauen. Sollte dann auch gut passen. Beryllium hätte ich, mache ich die Observation Frames eigentlich schon aus Beryllium? Ich glaube schon, oder? Mache ich die schon aus Beryllium? Ja, sehr gut. Beryllium habe ich ja mehr als genug, das passt ja. So, okay, gut. Bin ich jetzt schon schneller? Weiß man nicht so genau. So, einmal kurz kopieren. Das Gedöns. So, dann fügen wir das einfach mal so richtig ein. Achso, so viel Abstand brauche ich eigentlich nicht, glaube ich. Ja, ich denke mal, so viel Abstand sollte reichen. So, dann brauche ich wieder vier Wachstumsfabriken und zwei biogenetische Fabriken. Also Bio-Dinger. Schauen wir mal. Ja, gut, die Robust, die werden schon hochkommen, die schaffen das schon. Zumindest, solange ich hier baue, das dauert ja auch wieder ewig und noch drei Tage. So, habe ich so Zeug noch da? Ja, nö. Eine Genetics-Fabrik habe ich. Ich brauche bitte noch eine Genetics-Fabrik. Aber eine reicht, falls ich sie, ähm, irgendwo da, so. Ach Gott, da brauche ich wieder so, boah, muss das sein? Da brauche ich wieder so blödes rosa Zeug. Komm, das holen wir uns schnell. Ein bisschen rosa Zeug, das wäre so schön. So, apropos rosa Zeug, es scheint rosa Zeug, müsste ich hier vielleicht irgendwann mal... Ach Gott, jetzt habe ich schon wieder kein Fuel mehr. Ja, warum lasse ich mir das eigentlich nicht liefern? Ach so, ja, doch, müsste ich eigentlich liefern können. Lassen können, warum liefern die mir das nicht? Das ist schon eine gute Frage. Ich würde das schon sehr bevorzugen, wenn ihr mir das liefern würdet, liebe Robust. Ist jetzt was am Weg? Nee. Oh nein, ich bin... Oh, ja, das ist doof. Das, das war jetzt eher suboptimal. Oh nein, ich bin abgedriftet, Leute. Nein. Ja, zum Glück ein bisschen Bewegung geht, ja. Robust, bitte rettet mich. Rettet mich, ich drifte im All. Ja, und jetzt aufpassen, weil es nicht, dass ich jetzt genau gegen das Raumschiff knalle und dann elendig weit rausgeschleudert werde ins All. Weil das ist immer... Da prallt man immer sehr ab von dem Raumschiff. Habe ich echt keine Fuel mehr? Ach so, blödsinn, weil das ja keine Anbieterkiste ist. Das vergesse ich immer. Müsste mir da vielleicht... Komm, die Kiste sollte ja sowieso nicht sein, weißt du was? Ich würde sagen, du packst da immer so. So, so, hier schalten wir um auf Fuel. Fuel? Ähm, Fuel? Wo ist Fuel? Müsste eigentlich da sein. Fuel, genau. So. Und dann packst du das bitte einfach immer... Ja, gut, ich meine, wenn es so, dann muss ich... Ach Gott. Vielleicht eine passive Anbieterkiste, weil mit einer normalen Nagelkiste wird es nicht funktionieren. Danke. So, genau. Ah, immer knall ich gegen das Raumschiff. So, wo fliege ich eigentlich hin? Da muss ich hin. Ich weiß, meine Robos, die sind schon voll am Verzweifeln mit mir. So, da ich ja sowieso mehr von denen brauche, könnte ich da eigentlich... Ach, ich habe natürlich nicht geguckt, wie viel ich brauche von dem Zeug. Warum auch? Sagt nix, Leute. Sagt bitte einfach nix. Ich quäle mich ja selbst damit. Ja, Robos, kommt dran. Kommt dran. So, haben wir sie jetzt? Ja, gut. Da nehme ich eben doch noch ein paar mehr von den Rose-Dingen mit. So. Hm, 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 hm. So. So, habe ich so viel mitgenommen. so ran mit uns ran mit uns ja ich möchte noch ein paar mehr bauen von denen gleich wieder alle weil ich glaube leicht bauteile bei uns sowieso wie viel habe ich jetzt von denen zwei glaube ich ja gut zwei kommen dann waren wir noch zwei 1 2 ok so kannst du mit alles rausnehmen dann brauche ich noch wachstumsfabriken habe ich von denen habe ich da auch keine nicht mehr gebaut die offensichtlich nicht wobei stimmt aber hier die lampen wer hat bitte lampen vorrätig also ganz ehrlich und natürlich wieder punkten segler ich habe keine weißen fabriken mehr mit dem paar weiße fabriken wieder rausnehmen so ein paar lämpschen ein paar lämpschen zum mitnehmen bitte danke so und ähm oh irgendwas ist kaputt gegangen ach stimmt ich brauche da wie viel brauche ich da ach 100 stück brauche ich dafür eine ok gut das ist natürlich so eine zwei drei vier vier stück brauche ich von denen also rein da und sehr viel glas brauchen wir auch einmal haben wir mehr glas bitte man liefere mir glas bitte warum habe ich eigentlich immer diese vier fässer in der tasche jetzt checke ich nicht warum ich die immer warum bekomme ich die wieder habe ich irgendwo vier warum habe ich irgendwo vier fässer auf auf request und check das nicht eigentlich nicht oder ich sehe hier keine fässer weiß ich nicht ok gott wo ist denn das glas kann es doch nicht sein überall muss man so lange warten ich habe in meinem alter keine zeit mehr zu warten so das muss alles flotter gehen so 1 2 3 3 ok eine brauche ich noch und habe ich jetzt natürlich zu wenig landen 4 4 4 4 wie viel so die lämpchen gleich wieder zurückgepackt wird die dinge brauche ich ja definitiv nie und das ging jetzt doch wieder schnell das bauen so nach unten kann ich die roten dinge gleich wieder ablegen natürlich habe ich jetzt nicht doch ich nein ich habe sie natürlich nicht mitgenommen oh mein gott ja also an doofheit fast nicht zu überbieten manchmal dieser bob also ich habe ich sie extra gebaut und dann vergesse ich sie zum mitnehmen das ist schon fast peinlich so gut konstanz hat ressourcenmangel welche ressourcen an welchen ressourcen mangel des konstanzer ich vermute mal grün ist oder ja grün ist sind nur grün ist na gut dann ja komm weißt du was so füll rein dort zeug launchung cargo full ja mache ich lieber mal nicht machen wir erstmal nur manuell weil nicht dass der dann hier wieder überfliegt so hier machen wir auf jeden fall jetzt diese anderen dinge so da ändert sich sonst nix das passt also da brauche ich eigentlich nur die die dinge und da muss ich dann ne die brauche ich ja gar nicht warum habe ich jetzt die überhaupt hierher bisschen doof bin ich ja schon die brauche ich ja gar nicht ich habe doch die schon das war jetzt wieder mega fail oder ich hab die doch schon kann man reiß weg das zeug das war jetzt wieder echt nein 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 bitte lass das lass mir das zwei echt jetzt wieder mega fail ich habe das zeug doch schon ich brauche doch nur die acht so mega fail hat das gute ist die kann ich da jetzt einfach so ran packen oder brauchten wir jetzt ein anderes nutrient geld ah nee ich achi faktix leute sagt nix heute wird das experimentelle zeugen nutrient Wett 10 im endeffekt fast das gleiche ja nur das ja okay okay die stimmen noch das passt offensichtlich das habe ich richtig eingestellt okay die muss ich umstellen auf die da aber jetzt habe ich die komplett versetzt gesetzt also manchmal frage ich mich wirklich was mache ich eigentlich das ist ja komplett versetzt jetzt alles mein logistiknetz wird jetzt wird sich denken also wenn der jetzt noch lange so weiter tut dann werden wir streiken wir ja wir streiken einfach weil der macht so viel scheiß dieser buch da komme ich mache da ein bisschen abstand passt jetzt sollten wir aber hoffentlich richtig sein oder passt jetzt halbwegs ich glaube schon so und die kann ich dann sogar ein bisschen anders bauen zum glück oh nein wo kam die her alles oder das alles die alles rakete was war das für eine rakete die alle rakete war das so ja das ist das ist natürlich nicht gut das ist echt die alle rakete ja muss die alle rakete gewesen sein bis wir sind die ja nicht losgeflogen toll gut aber ich fliege ja eh da mit der alle rakete nach unten das passt schon also alles gut ich habe ja eh eine so eine kapsel habe ich ja eh noch so weil ich nämlich da also das stellen wir um auf das violette zeug das braucht ja auch oben das bios latsch zeug dass ich ja dann hier ja das muss ich dann hier weiter runter ziehen das passt glaube ich hin ich habe keine 15er rohre mehr bitte bauen wir 15er rohre so schauen wir mal wie sich das hier dann ausgeht jetzt geht es natürlich wieder genau mit 15 errohr nicht aus ich sehe klar also machen wir 95 passt da 15 rohre so passt das ist drin gut und da brauchen wir dann vitamin lounge extrakt und da dann das kann ich weg machen weil die kommen ja hier eh nicht raus eigentlich kann ich da dann in der mitte sogar ganz normale dinge machen so ich glaube da würden sogar zwei also reicht wahrscheinlich sogar einer da brauche ich aber jetzt wieder melange nein nicht die dinge sondern was was brauchen wir da jetzt die die dinge die ich noch nicht habe aber die kommen ja dann später mal also diese genetik experimental dinge da wie viel habe ich da oben gesagt ich würde das gerne sehen da 100 okay ja gut 100 kriegen wir hin damit wir das zumindest gleich machen so gut und vitamin lounge extrakt kommt dann daran in form einer anforderungsküste aber ich moment jetzt machen wir hier das logistiknetz kurz noch nach unten viel dome habe ich ja nicht mehr aber das sollte sich theoretisch noch gut ausgehen einmal zweimal so oh, das zuppelt da drin ja ganz wild oh mein Gott, was passiert da drin? ich hab Angst Angst und Bedenken gleichermaßen was da für seltsame Sachen passieren so ich hab schon wieder keine Fünfer mehr toll immer dieser Rohrmangel so und da jetzt dann bitte Vitamelange Extrakt anfordern von dem Zeug haben wir mehr als genug zum Glück so, dann machen wir 2000, eine Reihe sollte reichen ich weiß, es ist sinnlos weil es da eh wieder auf einem Band zusammen geht aber ich mach natürlich den da und übrigens Pufferkiste, immer Pufferkiste so, okay dann könnte ich eigentlich da schon mal Strom ein bisschen ranschließen ja und diese roten muss ich natürlich auch noch holen die kommen dann von da ran gut, da muss ich grüne natürlich auch oder brauche ich, ne Blödsinn, da unten brauche ich dann keine grünen, da brauche ich ja dann die violetten das ist die Frage, ob ich die violetten brauche ich die anderwertig noch irgendwo da habe ich jetzt 640 und 640 so, wo habe ich die anderen eigentlich? die sind hier, okay also was brauche ich für das Zeug jetzt nochmal? ne, da brauche ich eh auch die grünen achso, ne, da ist noch das falsche Rezept drin sehe ich gerade also da nehmen wir bitte das richtige Rezept so, ja da brauche ich also Experimental Biokulture natürlich, Culture, Culture, Culture gut, das können wir dann eigentlich gleich machen wie hier also das muss ich ja auch gleich machen wie hier, also hier mal ganz kurz wieder Robos deaktivieren und hier ein bisschen die Löcher ausfüllen so will ich das überhaupt in dieselbe Kiste reinpacken? ich meine eigentlich, ne, weißt du was die ist so weit weg ich werde die Kiste hier echt lassen die Frage ist nur kommen da kommt da noch so ein Experimental Biokulture ist die Frage, ob da noch so ein Ding kommt wahrscheinlich kommt da ja noch so ein Ding also, ja gut, im Endeffekt ich könnte ich kopiere die Kiste einfach da so hin, dass das hier geradewegs also ich muss das ja auch hier dann okay ich würde es, ne, der Ordnung halber würde ich das eigentlich trotzdem lieber da oben haben aber sind die, wenn wir da jetzt sagen 640 ist das die halbe Kiste? ne, oder? 640, das ist eine Viertelkiste ja, das ist ein Viertel voll ne, das passt schon komm, dann machen wir da machen wir da rein so und ich glaube auch, ganz ehrlich das ist ja sowieso übertrieben hier, oder? weil das ist ja komm, das ist übertrieben ich glaube kaum, dass ich irgendwann mal so dass da so eine Menge habe dass ich da so übertreiben muss so also machen lassen wir das so so dann können wir euch das hier auch anders machen rein damit oder? ich brauche nur Zustimmung von euch Leute alles andere ist mir egal nur die Zustimmung ist mir wichtig so, ähm ja gut, dann haben wir da das grüne Zeug raus das muss reichen, oder? weil der der schafft ja trotzdem hier so 8 sich rauszuziehen oder schafft der ja doch da macht der ne, immer so ein 5er okay, ja ist egal ich glaube trotzdem, dass es reichen müsste so, und was habe ich jetzt gesagt? brauche ich achso, da kommt jetzt das violette Zeug kommt da ran also einmal nach oben und wieder nach unten so jetzt einmal oben rein das müsste ich eigentlich dann seit ja, komm, machen wir da hier so seitlich durch damit wir das konsequent machen so, ein grün ist rein und zwar haben wir da zack, zack und zwar war da nein achso, ich muss das erst verbinden natürlich so, solange das kleiner als 640 ist bringen wir das da rein wahrscheinlich könnte ich da trotzdem was, was ich mache das ein bisschen anders ja so, machen wir so sieht das ein bisschen schöner aus einmal da die grün ist raus und da die violettis raus ja, violettis, die heißen so ähm so und dann da kommen dann die Dinger die kommen ja dann da runter so quer durch die Bank und wir haben uns wieder jegliche Option genommen dass wir hier irgendwie optimieren können aber hey also na ja jegliche Option auch nicht nur ich kann halt nicht so weit nach vorne optimieren ich könnte das Band natürlich weiter nach oben aber bin ich jetzt nicht habe ich selbst noch ja, habe sogar noch ein paar okay, jetzt habe ich keine mehr so, da die ähm auf der rechten Seite die defekten Karten Wissenschaftskarten raus und da müssen wir hier jetzt warten das ist jetzt natürlich nicht so toll wir müssen da auf jeden Fall die löchrige Sache hier durch durchömmeln so das ist dann genau ungefähr hier genau ungefähr ist auch übrigens eine coole Aussage also wenn ihr wenn ihr euch irgendwo sicher seid am besten immer zu euren Kollegen sagen das ist genau ungefähr hier ja, dann sind die nämlich auch sicher dass ihr sicher seid das ist dann voll toll das Beste was man machen kann so und das Ding muss dann da noch unten das bedeutet da müssen wir da dann so drüber yay Spaghetti ja, für alle die sich jetzt fragen warum ich jetzt nicht gleich die Schleife von da nach da mache ähm ich habe das gerne getrennt habe ich eh schon mehrmals erwähnt ich habe das gerne getrennt also ich muss Moment, warum ist da noch kein warum ist da noch kein Mieter-Melange-Extraktor also ich sollte die vielleicht richtig drehen wäre eine Idee, oder? ja so und da ist auch noch ach oh ich sehe gerade ich brauche ja dafür die noch so ein Pink Pink-Nutrient-Wet das ist natürlich machbar indem ich das einfach dann so mache so und da dann einfach durch weil jetzt ist eh schon alles vorbei eh schon alles egal so oh nein er hat kapituliert er baut einfach nicht mehr schön so gut also irgendwie diese diese rosa Flüssigkeit das kann jetzt schon sein dass die ein bisschen knapp wird so schön langsam aber naja gut gut ich meine das kann eh noch nicht starten weil ich das eh noch nicht habe äh die die einen Karten so nach oben ich wollte gucken was wollte ich jetzt gucken äh oh ja auf jeden Fall es ist keine gute Idee während man fliegt aufs Handy zu gucken hatte ich schon mal erwähnt glaube ich ähm was wollte ich eigentlich ach ja ich wollte da was machen ich wollte da ein bisschen von dem Zeug wieder mitnehmen danke und ich wollte da von dem Zeug ist das jetzt eigentlich hier wieder ein bisschen nö das ist immer noch aber ich verstehe es trotzdem nicht wo dieses chemische Gel einfach hin saust das gibt es doch nicht wo saust das bitte raus das kann hier nicht hier sein das ist nämlich voll das kann auch nicht na gut jetzt ist hier okay jetzt ist hier wieder natürlich am wie könnte ich die Rough Data Dinger machen da gab es ja auch so ein zweites Rezept mit warum mache ich die eigentlich nicht mit kosmischem Wasser also weil da kontaminiertes kosmisches Wasser rauskommt und Scrap überhaupt ah da würde Scrap rauskommen das könnte ich dann wiederverwerten ne komm wir lassen das jetzt so das muss schon funktionieren kann ich da eigentlich irgendwie ne natürlich nicht naja gut ich muss ganz kurz wohin also bis gleich so da bin ich schon wieder weiter geht's ähm ja wo war ich stehen geblieben gute Frage weiß ich nicht mehr hilft nix ich muss auf jeden Fall mehr Petroleum hochschicken das ist eine Erkenntnis die ich an die ich mich erinnert habe so das kommt das packt nochmal ein bisschen hier rein weil da habe ich zu viel ah wollte ich nicht schon lange wieder runterfliegen ich glaube schon aber stimmt die Rohre wollte ich noch ja ein paar Rohre habe ich noch gut ähm und grüne also stimmt da war ja das ist die eine Geschichte ja gut da müssen wir schauen wie wir das unter unterkriegen da muss ich jetzt auf jeden Fall ein bisschen weniger ich mach mal wieder achso Konstanze sich komm das machen wir schnell novice äh kurz Konstanze hochgeschickt oder wie sieht's aus wie voll bist du reicht erst mal lass wieder so einmal hochgeschossen geht da hin und dann machen wir hier Launch und Cargo Full dann wieder passt ähm genau hier wollte ich das kurz machen wo muss denn deaktiviert das Blatt ich soll es dann vielleicht mit Logistik setzen so müssen wir nur schauen ähm ja gut die Rohre müsste ich dann wäre wahrscheinlich trotzdem klug wenn ich die dann hier hochfahren würde also eigentlich die ich muss ja die ja das ist äh es setzt doch schnell so einmal zweimal okay das kommt von woanders her das ist okay ich hab glaube hier genug vorerst so achso das geht dann auch ich hab oh ich hab keine Bändchen mehr was für eine Freude so dann haben wir da einmal zweimal sich da natürlich dann hoch so jetzt machen wir da trotzdem mal ein paar Pumpen ran damit hab ich da eigentlich Pumpen von der Richtung äh okay da hab ich keine Pumpen sollte ich da vielleicht Pumpen setzen das ging ganz toll in die Hose so Fünfer und dann setzen wir da auch eine Pumpe damit sich die da nicht gegenseitig irgendwie ähm in die Quere kommen so gut dann ist da auf jeden Fall das obere Rohr dran also auf der auf der Seite passt es dann Auto ausnahmsweise mal Fünfer ja Fünfer da werden wir ein bisschen Platz lassen weil ihr wisst ja da müssen wir dann das eine Band zerteilen so neuner da machen wir auch neuner nur mit ähm ein bisschen mehr Anschluss noch so also vielleicht von der anderen Richtung mehr klüger und ich habe eh zu wenig zu wenig 15er Rohre so das reicht hier eh nicht Moment so viel brauche ich doch nicht ähm vielleicht dafür 5 neuner ist auch okay weil da muss ein neuner ran yep das passt ganz gut dann nehmen wir da neuner und dreier oder nicht ganz so vielleicht da so so passt so hoch da mit uns also ist jetzt ein bisschen eng sogar hier hätte ich gar nicht so breit machen müssen egal 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 so habe ich hier irgendwas mit Filterdingen da kommen dann wie gesagt das Problem ist hier wirklich dass da die grünen auch rauskommen aber gut das kriegen wir hin hätte ich Bänder mit würde ich das natürlich gut hinbekommen also dann holen wir uns schnell Bänder brauchen wir sowieso immer ich habe noch 16 Minuten hier im All da muss ich wieder schläuigst zurück auf die Erde weil aus Gründen so ich meine ich habe das natürlich alles viel zu großzügig gemacht platztechnisch und deshalb habe ich auch das Problem mit den Plattformen weil ich so viel von den Plattformen immer brauche so wo müssen wir denn da hin ich muss da schaffe ich das da mitten durch mein Ideal ist was anderes aber ich könnte es trotzdem einfach machen komm wir bringen das einfach mal oder scheiß drauf mitten durch statt nur dabei ach so und da muss ich da jetzt hier wirklich den Sprung wagen ja offensichtlich gut so dann teilen wir das hier auf auf einmal pink und einmal grün und da würde ich wirklich so machen dass wir sagen auf der rechten Seite kommen die bei gehen tut es uns primär um die also wenn die keinen Platz mehr haben muss ja die anderen auch nicht verbauen sag ich mal so genau und dann machen wir da einmal zweimal hier auch schon verbunden einmal zweimal und du hast jetzt wie viel 1280 das kommt hier auch hin und 1280 sind dann als die halbe Kiste in Wirklichkeit das ist zu viel bei dem einen also da und ich sehe gerade okay es kommen da blaue auch noch signifikante Biomasse okay gut das ist ja das ist 1280 sowieso zu viel dann haben wir da machen wir da 640 640 so also 640 von denen so das passt das können wir so machen da machen wir solange die grünen kleiner als 1280 sind schaufelst du hier rein so dann sollte der sollte der primär immer den da nehmen so machen wir da auch 1280 von denen rein und dann können wir da auch 1280 das passt okay sehr gut es ist aber jetzt ein bisschen schade weil ich da natürlich jetzt hier ein Band zu wenig habe gut ich könnte aber da überall glaube ich noch durch oder oben drüber kann ich hier natürlich nicht mehr aber naja gut die kann ich zur Not glaube ich auch liefern mit mit ihr wisst schon mit Robos gut ja dann wäre das soweit fertig dann müssen wir jetzt nur schauen dass wir auf jeden Fall okay ich habe keine Module mehr stimmt die Module waren ein bisschen mangelbare blöderweise ich könnte natürlich jetzt einfach hier die da rausziehen und dann einfach da sagen ja gut dann machen wir hier so ja aber vielleicht nur weißt du was wir machen jetzt hier ein bisschen wir werden ein bisschen sparen ja da ziehen wir auch überall eines raus ein kleines liebesmodulchen ziehen wir da raus einfach nur um zu sparen damit wir man sieht eh da steht eh alles das ist jetzt nicht dass wir das irgendwo überhaupt Bedarf hätten wobei eigentlich muss ich ja sagen das ist ja so wieder ganz dumm richtig dumm weil wozu habe ich in der Mitte den Beacon ja solange ich den Beacon habe brauche ich ja nicht mal dann machen wir da machen wir da vier rein und da dann auch nochmal vier rein in der Mitte muss ja reichen so wobei ich könnte die Beacons glaube ich sogar vollfüllen und habe trotzdem die Beacons haben natürlich den einen Nachteil dass die nur die Hälfte leisten aber dafür verteilen die das an die anderen also das ist dann schon ganz gut glaube ich ja da muss ich jetzt mit dieser Forschung anfangen kann ich denn das und ich sehe gerade ich habe Apropos Forschung ich bin hier fertig geforscht bis dann schon wieder Unit Capsule Small Bite oh oh Bio Gun man erinnert sich die lustige Bio Bio Waffe ach das würde ich gerne gleich mal machen einfach nur um zu sehen was wir da so brauchen ja weißt du was können forschen wir einfach gleich mal alles durch dann Meat Pack oder nee was ist das Life Support Equipment 2 ah plus 200% Effektivität das ist gut müssen wir nicht so viel Zeug mitnehmen cool ja so das gefällt mir gut so gefällt mir gut so so aber wir wollten da dann gleich die da habe ich übrigens ja das ist es ist übertrieben oder also muss ich da die da wenn dann ranpacken nämlich so ja wenn das eine gemischte Kiste ist weiß ich nicht was ich mir da wieder dabei gedacht habe das habe ich echt keine doch ich habe noch gewisse dachte ich mir schon so und da kommen dann die Violetten raus so ach nee alles alles müssen wir auch nicht kopieren und es ist vollkommen übertrieben das ist mir klar ähm ich werde niemals so viel Performance brauchen mit dem mit dem Output da wird wahrscheinlich sogar ein ein Band reichen aber man gönnt sich ja sonst nichts apropos man gönnt sich ja sonst nichts hier habe ich mir mal wieder keinen Platz gegönnt dann müssen wir das wohl so machen so okay erledigt so wie viel Sauerstoff haben wir noch elf Minuten eigentlich müsste ich kurz eigentlich müsste ich kurz nach unten fliegen ja ich könnte ja auch Module unten holen ja komm wir fliegen nach unten und machen da das nächste Ding dann boah das stört mich richtig dass das hier so weißt du was komm ich ändere das jetzt kurz mir gefällt das nicht ja da kommt wieder der innere Monk raus es tut mir furchtbar leid mir gefällt das nicht das reißen wir jetzt weg machen wir schnell so schafft ihr das dann nee schaffen die natürlich nicht so und ich möchte dass das ganz oben ist das ist nur die Frage ähm nee muss ich so so ist richtig aber ganz nach oben ja zumindest hier hin ja so und wie mache ich das jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich ganz einfach ich werde das hier so machen das ist hoffentlich eh genau das ist das hier das passt da durch jetzt geben wir die Rohre raus echt jetzt ja sieht so aus okay nehmen die Rohre weg immer diese innere monk was sagt ihr da dazu leute immer diese innere monk so da muss ich natürlich eins nach oben noch oder zwei nach oben besser gesagt so genau weil das kommt dann da ran so das ist eh da das ist auch da und jetzt haben wir nur noch da und das kann ich ja so machen ich weiß nicht was mich da geritten hat dass ich das so komisch gebaut habe ja sieht schon wesentlich besser aus so 8 minuten haben wir noch ich sollte abbauen genau passt haben wir erledigt die arbeiten beide das funktioniert gut die können auch beide rauspacken das funktioniert auch gut alles gut so wir machen uns auf den weg aber bitte nicht biomasse auf dem planeten mitnehmen das könnte nämlich giftig sein für den planeten deshalb machen wir so logistik raus hier gleich wieder ein bisschen reingelegt und zwar das zeug brauchen wir nicht unten space pipes auch nicht space pipe ground auch nicht die auch nicht das auch nicht die auch nicht den rest nehmen wir mit gut also reingesetzt und kapsel rein und los geht's haben wir jetzt echt ja gut wir waren zwei stunden mal gut wir landen das ist jetzt gut weil jetzt kann der dann automatisch auf jeden Fall auch wieder starten so und ich bin wesentlich schneller jetzt ist auch schön so das kann weg eigentlich will ich ja gleich wieder ins all hoch die können auch weg die brauche ich auch nicht aber ich würde ganz gerne ein paar dinge mitnehmen so wie viel haben wir von denen ja gut es sind gar nicht mal so wenig so und da kann ich jetzt die nämlich auch wo sind die drei brauche ich die sind ja viel weiter hinten da sind die drei oder brauche nur da drei ne das sind schon die teile da sind die drei zum reinpacken oder ja so da haben wir ein paar mitgenommen hey ja wie jetzt ja nein vielleicht die haben glaube ich angst und natürlich Uran nicht Munition sondern Uran Dingens nämlich mit Dingens mit Uran Fuel zum Fliegen wollte ich sagen und eigentlich müsste ich ja eine eine Abschussstation machen für da ist das für damit wir noch mehr Schwefel Dinge machen das ist vielleicht ein bisschen übertrieben aber nur ein bisschen so aber das ist die Frage schaffe ich das jetzt gleich hier ich meine blöd wäre es nicht weil das Zeug brauche ich aktuell jetzt ziemlich ziemlich viel ideal wäre ja trotzdem den zum beispiel habe ich ja noch gar nicht den schließe ich noch gar nicht hoch Stahl schieße ich noch weil ich da immer noch Stahl hochschieße wie es aussieht es wäre so gut wenn ich die beschleunigen könnte ich könnte natürlich auch habe ich Schwefeldinger in oh die ist die macht ja noch gar nichts das ist ja schön haben wir da ja das wäre sogar komm dann kopieren wir da auf jeden Fall das Ding auf das Ding so passt und dann machen wir da Anforderungskiste für Schwefelfässer machen wir da 5 480 kannst du ruhig und voll machen aber nicht im Lager oder nicht die hätte ich mir nicht im Lager das ist dann natürlich blöd weil ich habe jetzt auch keine Bänder und ich möchte auch keine Bänder holen bei andererseits na komm es wäre schon gut wenn ich das erledigen würde so muss ich nur nachher wieder rauslegen ganz wichtig ganz wichtig ähm will ich das jetzt hier eigentlich will ich es eher hier machen bitte nicht außerhalb des Kontextes zitieren danke so kann ich nur da hin dann bin ich schon so und dann so nach unten das ist nicht blöd so ja dann machen wir eben so Destination Novi's Orbit und Novi's Orbit schmeißen wir in das Ding rein so bitte beenden danke ja und dann müsst ihr hier ach so ach Gott da haben wir auch noch nicht das ist sehr gut der Notall die Payload machen wir on also nicht Payload sondern die die Qualität jetzt haben wir zwei von denen das muss ja wohl reichen oder ich hoffe doch so das kann weg und dann haben wir von dem Zeug jetzt schon ja gut sollte erst mal reichen sondern ich würde gerne die ja die Bänder kann ich weiß was die schmeißen wir schnell hier rein so und dann geht's eigentlich gleich wieder ab ins All ja komm kannst du sitze ich eh drin ja ich sitze drin also los so und wir landen ganz vorsichtig da machen wir jetzt lieber manuell erstmal so weil dann lassen wir das hier oben bis wir äh bis wir wieder hier unten sind so und jetzt müsst ihr aber hier genügend da sein also gut genügend irgendwie gefühlt immer noch nicht genügend obwohl die jetzt schon zu zweit hier reinballern also die ballern jetzt zu zweit Moment wo sind wir da da sind wir richtig die ballern da jetzt schon zu zweit wo ich bin bei Spacing Destination ach so ach weil die wirklich mit dem Strom offensichtlich so Probleme haben ja die sind wirklich stromtechnisch aber liegt das daran weil ich zu wenig Strom produziere oder naja die laden einfach zu langsam wie es aussieht naja okay gut hilft jetzt eh nix Square eh nix was haben wir da oh MK2 stimmt das wollte ich und diese Byter Dinge sollte ich ja auch mal machen was haben wir da jetzt noch neues ah die Teile was brauche ich da ah ja Bioscubber ach toll Bioscubber ich liebe es ähm ja doch äh es ist schon ganz nett die Teile die Teile die Teile die müssen wir machen wir brauchen wieder Genetics Facilities da müsste man ja noch zwei haben so theoretisch habe ich da ja letztens ja perfekt gut weil dann machen wir nämlich gleich hier die nächsten Kistchen die werde ich aber jetzt mit Lieferdrohnen liefern und nicht hier mit Bändchen hin und her schaufeln wie ich das hier gemacht ne habe ich hier auch nicht gemacht stimmt ja habe ich eh hier auch mit Lieferdrohnen geliefert okay na gut dann ist eh alles gut ähm ja dann würde ich sagen kopieren wir das mal was brauche ich denn für für die überhaupt da brauche ich eigentlich nur diese beiden Biochemical Data das ist ja echt spannend brauche ich ja gar nichts sonst ich packe die trotzdem hier in die Lane rein auch wenn wenn das gar nicht nötig wäre in dem Fall dann bauen wir die so dass ich da sage ähm also die haben ja dann und kommt da auch nichts raus oder was nö na das ist ja mal das ist ja mal einfach so mag ich das wenn zwischen zwischenzeitlich auch mal Rezepte einfach sind so 1 2 3 dann kommt da eine Anforderungskiste rein ja dann fordern wir da einfach jeweils 200 von denen an und dann läuft das hätte ich gesagt natürlich bin ich wieder eins scheiße blöd äh so so unförmig sind ist das jetzt hier ja das passt jetzt so oder vielleicht lassen wir ein bisschen mehr Abstand so 1 2 3 auf einen neuen Versuch genau so passt so hier fordern wir das Zeug an also können wir muss ich natürlich zuerst das Rezept was kann man eigentlich da sonst noch mal so die Dinge müssen wir natürlich das Rezept vorher noch anwählen damit ich da irgendwas machen kann so 20 Stück von denen bitte äh 200 wollte ich sagen 0 0 das macht Sinn so nein das vielleicht nicht rein so gut Beacon kommt auch rein das ist auch schön weil da haben wir den hier schon Platzspan drin ja und dann einfach hier so gehen wir raus oh ich hab noch ich hab noch gar kein noch gar kein Material geholt Nuklear Fuel sehr schön läuft wie alles auf Nukular so ähm wo ist meine Materialkiste die war hier hätte ich ja gar nicht ablegen müssen aber ich dachte vorher vorher dass ich da gar nicht gar nicht mal jetzt weitermache aber ich mach trotzdem weiter jetzt erstmal Moment und ich jetzt hab ich die Dinge ich werd da oben jetzt ganz kurz das fertig machen das Austauschen diese Dinge ich glaub schon dass ich da dann vielleicht sogar ein bisschen Moment ging das nicht so dass ich hier ach ich kann das eh so austauschen stimmt ich bin so ein Idiot ich vergesse das immer so das sind eh auch die so das sind aber okay das wären auch die aber die haben schon keine Flüssigkeiten mehr ich tausche sie trotzdem mal raus und das sind aber die kleinen oder ja das sind die 50er ja tatsächlich nee macht keinen Unterschied weil wir hier immer na ja doch es ist ja doch es ist jetzt schneller ich könnte natürlich jetzt hier diese Bottles da rausziehen aber ich verstehe es nicht pumpt er das richtig immer hier so feste rein pumpst du das hier so schnell rein ja wahrscheinlich wenn ich könnte ach so jetzt sind wir hier wieder zu langsam ja du keine Ahnung okay ich lass das mal es wird sich sicher irgendwann mal normalisieren wenn wieder alles ähm wenn wir mit forschen wieder aufhören beziehungsweise wir machen das ja eh optimiert und ich möchte weißt du was ich jetzt machen werde ich werde das jetzt hier glaube ich gleich umbauen ähm ja nämlich so so kann ich es hier nämlich wegreißen warum ich das jetzt gemacht habe fragt er ja damit ich hier dann noch Platz für das andere Band habe was da möglicherweise noch kommt und das werde ich jetzt gleich hier das war jetzt ein bisschen durcheinander aber hey das ist doch kein Thema zumindest haben wir das schon mal vorge ähm ach so ah da habe ich hier ein Problem weiß ich dass dann hier von der Länge her natürlich wieder nicht ausgeht immer das gleiche hier mit dem Zeug nicht so so geht das nicht so ja gut dann müssen wir da ein bisschen durcheinander machen hilft doch alles nichts aber zumindest haben wir dann hier irgendwie ja es wird irgendwie wird schon passen alles gut so ja und die beiden wären dann eigentlich soweit sogar schon fertig also was ich kopiere das Ding hier trotzdem könnte ich aber dann so eigentlich gleich ransetzen weil wir haben da ja genügend Platz das ist ja das tolle dran wir haben hier genügend Platz für alles so da machen wir die üblichen vier Verdächtigen rein so einmal eine Masten und einmal das da dann hier und dann da ach schön kommt das Zeug raus ach ist das toll so nein nicht so weit nicht so weit aufpassen so kopieren so und so und so und Kiste ist die Frage ob da die die Logistik reicht hier natürlich nicht mehr aus das ist oh verdammt ich habe keine Logistik-Dome mitgenommen ja ich bin auch so ein Olm mache ich Logistik-Dome hier ich glaube nicht oder ich glaube nicht dass ich hier Logistik-Dome in der ne da würde mir die sonst liefern na ok gut aber auf jeden Fall das ist fertig das ist schön äh ich muss hier natürlich den Strom auch anschließen sonst geht das nix passt ja und die nächsten die werden wir aber jetzt trotzdem erstmal nicht machen weil da brauche ich seh na gut wobei Plasma-Stream komm das geht ja sogar ah das ist das doofe ist nur dass da 50% experimentelle Biomasse wieder rauskommen kann ich meine die müsste ich dann eigentlich einfach abholen die werde ich mit einer passiven äh Dingens abholen glaube ich die kommen ja eh dann hier rein ich glaube ich werde hier trotzdem 768 glaube ich machen so äh ne 746 war das oder 1280 also machen wir da ähm 69 oder ich will ich will da immer so ein bisschen in Drittelteile machen dann machen wir da nämlich auch 960 bei den grünen kommt ja normal eh nix raus so aber diese diese eine Biomasse müsste ja dann gemacht werden ah ja okay die baut hier schon das ist schön sieh an sieh an läuft schon alles also theoretisch müssten die dann dieses ein bisschen langsam da könnte ich vielleicht ein bisschen Speed vertragen aber läuft oder ja läuft sehr gut ja läuft läuft auch super wunderbar perfekt sehr schön sage ich da na gut dann haben wir die violetten dinge ja dann kann ich euch das nächste trotzdem gleich machen das Seepferdchen da brauche ich nur Thermodynamics Facilities die kriegen wir glaube ich hin müssten wir sogar noch welche haben sind die eh sogar vom Modus her gleich zum bauen ne achso da brauche ich dieses Vitalic Acid dann noch okay stimmt da war ja was da brauche ich auch wieder biomechanische Daten das ist echt komisch dass ich da hier immer diese alten Sachen mitbrauche und spannend da kommt wirklich nämlich diese experimentelle Biomasse kommt da überall wieder raus ja komm bauen wir mal diese Thermodynamics Facility ist ja okay also zwei Stück habe ich nicht mehr ist eh klar was ist das Laser brauchen wir nicht nein Thermodynamics Facility Radiation Facility nee Thermo Thermodynamics da so nehmen wir nehmen wir mal mit das Zeug ach das ist das Ding wo ich so Tanks brauche stimmt da war ja was ich möchte da eh nur zwei von wobei ja komm nee mach erst mal nur zwei so machen wir erst mal nur zwei einmal und oh es scheitert an Hitzeschütteln okay wie viel brauchen wir da 60 ja komm ich warte bis ich beliefert werde das geht sich aus so viel Zeit muss sein oder ich werde nicht beliefert mit Hitzeschütteln da habe ich jetzt keine Hitzeschütteln mehr nö Hitzeschütteln sind ausverkauft wo sind die denn wirklich wo sind die eigentlich wo sind noch mal Hitzeschütteln müssen die nicht irgendwo geliefert werden liefere ich überhaupt Hitzeschütteln ich bin schon wieder mal komplett unschüssig Moment jetzt muss ich kurz nachsehen das ist echt so witzig wie doof dass man eigentlich sein kann dass man sich Sachen einfach so nicht merkt ja ich liefere Hitzeschütteln und zwar aha die sind da oben okay in der generellen nur für Logistik Pufferkiste alles klar so passt Thermodynamics Facilities die zwei Stück haben wir nehmen wir mit im Endeffekt kann ich da eh dann das eine gleich wieder kopieren glaube ich würde ich sagen könnte ich eigentlich das gleich kopieren das müsste ja ziemlich ähnlich sein vom Rezept her genau kontaminierte Bioslatch kommt raus und die die anderen Dinge und brauchen natürlich Plasma Stream das ist im Endeffekt ja ist eigentlich ähnlich kann man sagen zwar nicht ganz gleich aber ähnlich ich kopiere es mal so müssen wir da dann ein bisschen aussortieren aber das schaffen wir glaube ich so ich mache wieder bewusst ein bisschen Abstand hier bitte das andere Rezept gleich ausgewählt damit wir da nicht Blödsinn machen so was habe ich da ich habe keine Rohre mehr das ist ja schön das ist ja schön wenn immer die Rohre dann fehlen die einfachen Sachen weißt du mittlerweile habe ich hier auch schon sehr weit zum Fliegen Mining Productivity steht jetzt oder steht oh nein oh nein das ist wieder Plastik warum habe ich jetzt wieder kein Plastik mehr Plastik mache ich doch mit mache ich Plastik nicht hier selbst irgendwo wo bekomme ich jetzt das Plastik nochmal her Plastik 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 war muss ja auch hier irgendwo geliefert werden oder ich bin echt schon so durcheinander was das alle betrifft das ist alles so viel okay das ist da blieben ist das okay aber kommt das überhaupt darüber dann wo war das hier da irgendwo da ja doch würde ich würde ich hier nee wo ziehe hä wo ziehe ich das bitte raus jetzt ziehe ich nirgends raus oder weil hier achso nee achso das ziehe ich da rein nö offensichtlich ziehe ich Plastik gibt es das dass ich Plastik echt nee das gibt es nicht oder ich muss das irgendwo selbst machen ich kann mir nicht vorstellen dass ich jetzt hier so viel Plastik da hatte dass ich da dauernd das dauernd liefern konnte nee das gibt es dann habe ich mir das wahrscheinlich irgendwo gebaut oder ich habe hier irgendwo glaube ich so eine große Fabrik die Plastik macht ja da ist ich dachte ich mir schon ach klar natürlich weil die ja auch Petroleum braucht gut dann könnte ich aber natürlich eins machen dass ich da eine passive Anbieterkiste mache ganz gefinkelt machen wir das jetzt so nehme ich hier machen wir auf drei limitiert wo wir dann nur hier Plastik rausziehen oder muss ich da nicht so viel selbst machen von dem Zeug oder das wird dann hier schön abgeholt und dann nach drüben gebracht ja so machen wir das so das was den Rest nehme ich mit weil offensichtlich brauche ich ja Rohre so genau ganz viele Rohre bitte das dauert jetzt natürlich noch achso ich könnte es auch einfach da reinlegen so genau und ich könnte da jetzt ein Beacon heranpacken den wir dann nochmal mehr machen damit das ein bisschen schneller noch geht ist vielleicht ein bisschen übertrieben ich weiß nicht okay da habe ich sehr viel Petroleum auch gebraucht natürlich nachdem Petroleum immer noch Mangelware ist massiv Mangelware ja da muss ich mir was überlegen da muss ich mir was überlegen also wie ich mir rohrtechnisch was überlegen muss na gut zumindest die Knie sind fast voll Wahnsinn dass diese Weltraumrohre so extrem aufwendig sind und hier irgendwie überall die Leichen der Robos rumfliegen äh liegen ja gut im All wird auch nie was ausgeräumt äh weggeräumt ja stirbt man im All bleibt man für immer liegen Grundgesetz des Alls so gut gucken wir mal weiter schauen vielleicht reicht's ja schon so gut gut da müssen wir ein bisschen umbauen das muss nämlich dann ein bisschen anders gemacht werden das kriegen wir glaube ich hin und was brauche ich dann noch achso den Dampf genau den Dampf den packen wir da gleich durch weiter gezogen natürlich genauso wieder nicht aus also neun und fünf sind die Zauberformel sieben ja machen so einmal zweimal so dann haben wir den Ionen Dampf das das ist das falsche ach ich bin ich bin so ein Idiot das brauchen wir hier natürlich nicht so danke jetzt muss ich das ganze Rohrsystem wieder entfernen das haben wir wieder ganz toll hinbekommen ich brauche natürlich den Dampf ja den brauche ich hier nicht nicht das andere Zeug ach gut ja ist super habt ihr euch sicher voll gefreut in dem dass ich gesehen habe wie verpeilt ich hier wieder das falsche Zeug mache oder jetzt hoffe ich jetzt geht sich das wahrscheinlich hier nicht aus oder ach doch geht sich natürlich knapp aus zum Glück müssen wir jetzt wieder ganz viele Rohre verschwenden wo ich doch eh so wenig Rohre habe ähm hier nochmal dann Dreier und da so ein Ding so jetzt haben wir aber das Richtige oder ich denke schon so da werden fünf vielleicht ja reicht ein fünfer so okay jetzt haben wir das Richtige gut dann haben wir da einmal gut kann ich eigentlich den da machen ja ich kopiere wirklich einzelne einzelne Bänder so weit ist sie schon gekommen so dann haben wir einmal da das Ding da runter ähm und dann ich habe keine Tunnel mehr wow alles geht aus was für ein graus so kommen dann nehmen wir ein paar Rohre wow fünf Rohre super ich könnte mir hier nein was mache ich gerade ich weiß ich das jetzt hier nicht weg ähm was wollte ich mitnehmen Tunnel wollte ich eigentlich mitnehmen Tunnel Tunnel sind da äh da so brauche ich noch was reicht vorerst glaube ich bin mir sicher so aber Schritt für Schritt geht das alles schön weiter weiter voran das mache ich ganz gut äh ganz gern so da haben wir die Moment ich eigentlich gleich so mache achso das brauche ich hier eigentlich ich brauche ich ja hier gar nicht so das große Loch das kann ich hier eigentlich dann auch so machen so weil da nämlich eh das Ding ja hier ist genau ja warum ich da jetzt auf einmal so drauf bestehe dass ich das so ordentlich eng mache ich weiß es doch auch nicht mir gefällt so besser so ja dann ist das wirklich hier einfach einmal so schön durch genau das sollte eigentlich passen oder ja genau das läuft ah die laufen schon okay achso jetzt muss ich nur hier die genau das sollte so natürlich nicht sein das müssen wir anders machen einmal so und einmal so weil da möchte ich wie gesagt eigentlich eine aktive anbieterkiste machen oder eigentlich aktiv passiv nehmen wir eine aktive die hat natürlich hier kein logistik ach stimmt ich habe vergessen ich habe ja ich habe logistikprobleme hier da war ja was so ich habe ja keine dome das ist auch schlecht dass ich hier natürlich das so mache so weil da möchte ich das dann hier das ding das muss ich ja auch oh mein gott das hätte ich beinahe vergessen geht sich das jetzt hier aus boah gott sei dank das ist ja wieder mal herrlich okay logistikdom kommt dahin haben wir gesagt geht sich das aus dass ich den hier ja gott sei dank hier vor der nächsten maschine nein das ist der falsche mast und den ich habe übrigens auch keine masten mehr sehe ich gerade es wird echt jetzt dann alles weniger viel zu wenig so und was ich ja eigentlich machen wollte wir brauchen hier kommen die seepferdchen raus ich finde die sehen aus wie seepferdchen diese karten das symbol sieht aus wie seepferdchen so da kommen die seepferdchen raus und da kommen gleich die ähm bio data raus wobei ich natürlich auch eins machen könnte weil ich eigentlich kommen die ja die kommen ja überall raus also ich könnte das jetzt schon so machen dass ich sage dass ich die vielleicht doch unten unten raus packe oder ich glaube ich packe die doch unten raus wir machen es doch anders nein das wollte ich nicht verdammt jetzt habe ich wieder das falsche weggerissen so wispy doch verarschen so einmal so und natürlich so gedreht ist richtig ja ich mache es doch so dass ich die unten raus ziehe und dann einfach unten gesammelt sammelt dann zurück liefere würde ja auch passen glaube ich oder so jetzt erstmal das bio nein ich möchte 15er rohre bitte nehmen genau dann packen wir das so dass wir das hier irgendwo auf der höhe vielleicht wo haben wir denn hier noch ja das könnten wir hier auf der höhe ohne probleme machen dass wir da dann sagen hier bitte die bio data raus genau und dann wird hier einfach ist das hier gut weil das andere wo haben wir das sind wir auf der höhe dann ja geht sich gut aus okay da einmal so und einmal hier also da könnte ich dann eh sogar den da machen ja und dann machen wir da den da aktive anbieterkiste und hier schon rein dann wird das hier abgeliefert und dann können wir da von der seite ran die anderen dann noch machen so rüber da kopieren strommast natürlich setzen setzt die frage habe ich jetzt echt diese masten wie die muss ich aber die mache ich ja hier oder diese masten mache ich ja schon glaube ich oder mache ich die hier auch nicht ich glaube schon dass ich die machen müsste hier ich glaube ich habe ich sogar im portfolio nö habe ich nicht im portfolio ne gut warum auch kann ich ja selbst bauen mache einfach mal okay gut das wäre dann das gewesen das ist schön haben wir die dinge war jetzt ja gar nicht mal so schwierig muss ich sagen laufen noch oder achso bio das muss ich noch abpacken das muss natürlich noch weg hier so wo ist das ding ist da das ist jetzt wieder eins zu weit ist okay so 15 geht sich dann natürlich wieder genau nicht aus da machen wir dann neuner und fünfer bei neun und fünf bis 14 so dass bei das geht und da natürlich dann hier wieder mit der pumpe da müssen wir schauen wie sich das ausgeht das ist eh das richtige ja nicht dass ich da flüssigkeiten vermische und dann machen passieren wieder ganz ganz schlimme dinge da brauche ich jetzt die dreier die auf die ich noch warten muss okay aber die pumpe kann schon mal gut genau weil die dinge werden jetzt von hier dann eben darüber gebracht und das ist jetzt der grund warum dass ich in der kiste beim rein laden nicht 1280 rein lade sondern nur 960 damit er noch 320 puffer für für hinten ist ja da muss man einfach immer damit damit sich das alles schön ausgeht deshalb mache ich das so und die sind hier natürlich einfach an das sind permanent 100 am weg so jetzt wird es aber spannend weil jetzt brauche ich nämlich dieses was wir jetzt noch mal dieses dieses andere gedöns was ich da brauche das ist das hier vitalic es ist es ist es ist es ist es wird es wird mit karlik es wird brauche ich da und ich glaube das werde ich zur abwechslung mal botteln wieder oder ich glaube das boteln wir wieder also wir füllen das ab in in fässern dann müsste ich ja ich sagen dass berlin berlin ich aber ich ich sage ich bottle es weil so wunderschön englisch sprechen war noch nie so meine stärke so deshalb sage ich bottle ich könnte natürlich jetzt da oben noch noch ein rohr rüber rüber fahren aber ich glaube das ist da haben wir jetzt schon so viel und ich muss mal schauen wie viel brauche ich denn von dem zeug eigentlich brauche ich da viel von dem zeug nur lubricant ein vitalic acid brauche ich da und vor allem ich brauche das ja dann hier auch oder nebenbei aber beim bei uns krabber glaube ich brauche ich sondern bei uns krabber müssen der bei uns krabber muss ich noch mal angucken was der eigentlich das rezept glaube ich habe ich noch gar nicht angesehen oder wird mich wahrscheinlich jetzt der schlag treffen wenn ich das sehe aber ich finde es ja zum glück eh nicht müssen das bei uns krabber rezept da stimmt da brauchen wir wieder kohle und so oder soll ich die auch liefern lassen eher nicht möchte ich lieber eher weiß ich nicht ja wenn ich die fässer mache äh ja klüger wärs ganz ehrlich ich ich will das nicht diese flüssigkeit nicht rum rumpransportieren müssen und schwefelsäure da muss ich eh mal schauen schwefelsäure habe ich hier irgendwo eine gute schwefelsäure produktion weil sonst muss ich die ja auch noch mal machen wo war denn hier habe ich hier irgendwo überhaupt schwefelsäure ja doch da wäre schwefelsäure aber auch schwefelsäure habe ich natürlich ach verdammt das habe ich natürlich sonst noch nirgends wo oder schwefel bekomme ich von da ok das passt schwefel bekommen wir das ist schön ja gut da muss ich aber das je da unten machen schwefel haben wir wasser wasser habe ich wasser in fässer hier bringe ich hier wasser nach oben in fässer ich glaube schon kosmisches wasser ja normales wasser ist hier angefordert von ja weiß ich nicht wo ich das genau irgendwo glaube ich achso da bringe ich glaube ich wassereis hoch oder und mach Wasser draus oder wie war das wassereis mit wasser da ist kosmisches wasser wo da ist ne das was ist das das ist wassereis oder ja da ist wasser aus wassereis genau so war es ok also wir haben wasser ja gut da mach ich hilft eh nix da muss ich das da unten machen also was brauchen wir jetzt für diese für diese produktion eine biochemische fabrik brauche ich da wieder stimmt die wollte ich ja vorher nicht bauen weil ich mir dachte da haben wir eh genug ja natürlich natürlich biochemische fabriken finde ich die nehmen wir die da so was brauchte ich da jetzt wieder ja sehr viele pumpen ok die pumpen kann ich gleich mal bauen so brauche ich auch wieder sehr viel glas rein so zeug so zeug natürlich auch und so zeug auch ja und die pumpen sinds ach ich glaube ich mach da gleich wieder ein paar mehr oder so zwei ja komm wenn ich schon mal da bin wenn ich schon mal da bin da habe ich schon wieder vier leere Fässer wo wieso bekomme ich immer irgendwo hier leere Fässer jetzt wartet mal ganz kurz das muss ich jetzt durchschauen das gibt es doch nicht oder entleer ich da irgendwo Fässer im Inventar das kann ich doch gar nicht irgendwas ist da echt komisch ich verstehe es nicht warum dass ich immer vier leere Fässer habe das ist echt merkwürdig tja ok reicht komm packen wir wieder alles raus so zwei biochemie ach so ich hätte eh sogar noch welche gehabt zwei ach komm ich nehme mal alle mit brauche ich wahrscheinlich eh so die Logistik wird sich freuen dass die da jetzt wieder mehr Aufträge bekommen habe ich da unten überhaupt noch Platz ach ich wollte das ja eigentlich hier gar nicht machen weil jetzt kommt ja da noch so ein Zeug dann ist die Frage alle Fragen die sich mir stellt baue ich das hier wo dazu will ich das eigentlich nicht ich meine das muss jetzt ja auch nicht da unten sein weil warum was warum habe ich jetzt bedenkt weil ich möchte diese dritte und wobei eigentlich ist es egal ich musste ja jetzt nicht nicht unbedingt da gleich dazu bauen diese dritte Growth Facility wobei ich hier wirklich ja Schwefelsäure 50 raus wie viel brauche ich da zwei das wäre wahrscheinlich gar nicht mehr so schlimm ja wahrscheinlich gar nicht mehr so blöd wenn ich Schwefelsäure vielleicht doch irgendwo auch botteln würde ja sonst baue ich das wirklich da oben irgendwo hin noch das ist ja auch so ein Altbestand der irgendwann mal weg muss diese Fassgeschichte ich werde glaube ich das doch hier hin bauen die Schwefelsäure zumindest und eigentlich könnte ich das dann auch hier hin bauen hätte ich gesagt oder gleich oben ja bauen wir es erstmal hier hin falls es problematisch wird muss ich das dann irgendwann mal umsetzen was ist denn das eigentlich habe ich das sind einfach ein paar so Öl also was was war das ich hab keine Ahnung ja Spannung steigt da machen wir was ich baue das da dazu weil das nicht also hier einmal Schwefelsäure da brauchen wir sehr viel lustige Sachen im Sinne von lustige Sachen und dann einmal hier ja das mache ich jetzt gerade sehr unmotiviert wieder ist mir schon klar hier so sehr unmotiviert einfach zwischen rein das Zeug so ja dann würde ich sagen richtig toll wäre wenn ich das Wasser genau wenn wir das so machen dass ich da ähm ne das muss ich anders machen ne das muss ich anders machen da ist das kaum ein sauberes oder ob ich da jetzt hier so übertreibe gut wobei andererseits komm Randa du füllst das Zeug in Fässer ab abfüllen du leerst hier Wasser aus ausfüllen äh ausleeren was ich eigentlich machen wollte hier einmal da das da ran und dann hier einmal eine passive wobei ne ich mach das so ich mach da hier dann das Ding und da drunter machen wir eine aktive Ampeter Kiste und dann sage ich wenn da drinnen mehr als 400 Fässer sind ja das wird jetzt ganz ganz seltsam wird das jetzt also wenn das mehr wenn Fässer hier mehr als 400 400 Fässer sind dann füllst du das nach unten dann wird das hier aktiv angeboten das Fass äh das leere Fass kommt da rein das kommt da rein ich muss da aber da sagen mindestens 100 Fässer müssen da drin sein so genau damit sich das hier befüllen kann dann machen wir da hier eine passive Ampeter Kiste die ruhig voll sein darf so und so sollte das dann ganz gut passen glaube ich brauchen wir nur hier noch die anderen beiden äh Sachen die wir da brauchen also dann nochmal so ein blaues Kistchen weil das ist ja sonst ja es stimmt wir brauchen ja zwei blaue sogar das haben wir einmal dann hier das noch 600 von dem 600 ist ein bisschen viel 500 ist eine Reihe da machen wir 1000 das ist auch eine Reihe natürlich hier vom Pufferkisten an liefern lassen so runter und hier den da und da natürlich auch noch das gleiche für Vita Melange ähm wow Vita Melange was haben wir das Deck sei es 50 oder 200 ja gut dann können wir da 1000 ran ziehen von denen ich habe keine Ahnung dass der nur zwei wie gesagt das habe ich noch nicht ganz rausgefunden wie der diese ich habe keine Vita Melange Extrakt mehr echt jetzt ich habe Moment habe ich echt keine ich habe echt keine okay ich habe kein Vita Melange Extrakt mehr gut dann bitte einmal wieder zurück ähm wie viel packe ich denn da rein von dem Zeug packe ich aber nicht so viel rein ja doch offensichtlich ja aber zu wenig wie viel packe ich da rein 10 ja komm dann machen wir 15 mal go weil das sind eh große große Stacks so weil dann haben wir da auf jeden Fall wie gesagt das darf er ruhig voll füllen hätte ich gesagt so es läuft also da muss ich jetzt hier ein Zwischenrohr noch machen und was ich natürlich auch machen will ist hier die werden eh von da oben bebiegt dann machen wir aber die guten rein habe ich noch einen Beacon einen Beacon habe ich noch das kommt dann hier ran und dann machen wir da auch die guten rein kann ich die vielleicht hier nein natürlich nicht es ist mir sehr schade dass ich genau die Dinge wo ich extrem froh wäre wenn ich die Produktivitätsmodul technisch beschleunigen könnte die gehen wir meistens nicht so ja gut dann muss ich wohl auf die wird wahrscheinlich nicht voll oder ja schauen wir mal lassen wir das mal werken okay jetzt habe ich auf jeden Fall diese Flüssigkeit zum Glück erledigt was bedeutet Moment ich brauche nicht gleich losfliegen weil so was brauche ich da chemisches Gel habe ich unten in Form eines Rohres und da brauche ich Biochemie Fabriken habe ich ja eh zwei noch im Inventar oder ja drei sogar noch perfekt gut dann kann ich das nämlich mitnehmen ähm das ist wahrscheinlich dann vom Rezept her eh wieder ähnlich wie hier ne hab ich ja doch wie hier oder es ist eigentlich ähnlich wie das Zeug ja kann ich das eigentlich hier kopieren dieses furchtbare Ding dann schauen wir dass wir auf jeden Fall Platz achso da muss ich ja vielleicht schnell oh ich habe Wasser in der Tasche was für eine Freude vielleicht schnell ein bisschen ähm Boden geholt ich frage mich ob ich irgendwann mal was erforschen kann dass diese diese Raketen die Weltraumraketen schneller ballern das wäre natürlich ein Traum wäre das so warum macht ihr nicht mehr? habt ihr keine Lust mehr? oh hab ich das? oh ja gut das ist ähm ja das ist natürlich ist natürlich nix wenn das so ist ok so gut es ist natürlich genau hier der Dom im Weg das ist hier wieder ganz klar ja und ich sollte vielleicht auch nicht auf Empty Space bilden ist auch klar oder habe ich die? ne das passt sogar so oder haben wir die hier? ne die sind hier ne so das passt so aber der Dom ist trotzdem im Weg der Dom ist trotzdem im Weg dann wird der Dom einfach hier umgesetzt nämlich hier hin passt der auch so dann ist er nicht mehr im Weg passt wie wärs wenn ihr hier jetzt ach Gott wir haben wir haben ja immer noch zu wenig was ist da los? du bist ein warum hab ich jetzt? nein ich möchte kein kosmisches Water Barrel ich check das nicht die machen die machen Sachen was sie wollen wer will denn schon ein kosmisches Water Barrel haben? sei dir sei dir verrückt geworden Robus ja offensichtlich sind die sind die mittlerweile sehr seltsam geworden die liefern mir einfach Fässer ist das der Running Gag wir liefern Fässer und wir haben überhaupt keine ok das ist ja ganz toll da ist ja ganz toll ok kann man sich wieder irgendwo Böden rausreißen ist eh klar ist eh klar ja gut aber ich könnte hier zum Beispiel komm das könntest du ja ohne Probleme alles rausreißen das braucht kein Mensch momentan so wer weiß ob wir das überhaupt irgendwann mal brauchen so dann bitte hier weitersetzen und zwar das Zeug möchte ich jetzt hier selbst mal kurz setzen damit wir das zumindest haben so und da machen wir nicht das Rezept sondern wir machen hier das ja das Rezept sieht gut aus das sind ja die Frage wo ah ich sehe gerade da habe ich natürlich das Thema dass hier zwar die Flüssigkeiten unten passen aber das passt nicht ah das wird seitlich ran oder oben ran ok ich sehe gerade das muss ich sowieso anders machen da komme ich da überhaupt über vier drüber doch das müsste über vier müsste gehen ja das müsste gehen ok ich sehe gerade ich muss die sowieso eins weiter rüber setzen was natürlich wieder nicht geht weil ich da wieder zu wenig Platz habe ach das ist doch wieder alles herrlich weil ich habe ja hier vier Flüssigkeiten nicht nicht drei die ich handhaben muss ja schön danke weg damit nochmal gerne auch hier ein paar ja die vielleicht im Moment die vielleicht nicht raus gezogen weil die ein bisschen schwierig so die rausziehen komm zieht raus die Dinger bitte hier ein bisschen so kleine Flecken kleine Flecken rausziehen so ja hey oh drei Stunden 35 cool so ja genau hier das ran bitte wie gesagt schon das nochmal einfügen aber mit gebührendem Abstand dass wir da eine vierte Lane ranbringen so und jetzt dürft ihr jetzt müssen wir nur schauen weil die vierte Lane ist jetzt die wo wir den Dom hinsetzen müssen und das ist natürlich jetzt genau der Punkt dass der Dom hier natürlich jetzt doch wieder raus kann oder? ne Moment das ändern wir gleich damit wir auch sehen was wir wohin müssen so genau weil das ist das Schmiermittel und das wird eh angeliefert genau und da würde ich dann einfach hier den so machen ich habe übrigens schon wieder keine Knie mehr und das ist jetzt das Ding was von oben kommt und da müssen wir die Pumpe ranpacken so und ich muss mir Knie holen ich hole mir schnell ein paar Rohrknie zum mitnehmen so wie bei Meckes ja kann man sich auch hier super Rohrknie einfach zum mitnehmen mitnehmen bestellen oder so so das Problem ist nur wenn ich jetzt einmal so ein Rohrknie Slot rausziehe haben wir hier wieder das Problem dass wir ja gut so achso hier 15 Rohre habe ich habe ich ein paar das passt ich habe jetzt sehr viel Rohr im Inventar ich würde ganz gerne so wo haben wir denn ich habe ja machen wir da also was ich mache von jeder Sorte einfach 10 Stück weil die brauche ich ja sowieso immer sehr unterschiedlichen Rohr Sorten so und das oh das geht sich sogar genau aus was ist denn da los oh Wunder endlich auch mal was wo wo wir nicht von vornhinein wieder zum zum Tode verurteilt und verdammt sind quasi so das hätten wir jetzt ist nur die Frage schaffen wir das müsste sich ja eigentlich ausgehen dass wir da so ein ja perfekt da geht sich das geht sich perfekt aus dass ich da einfach so eine Fabrik reinschummle die da hier her geht und einfach diese diese Dinger da extrahiert so einmal entleeren genau das passt ganz gut so die passen auch von der nein oh nein 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 was kommt eigentlich sonst so raus okay und die Dinger kommen auch ach da kommt ganz viel raus ähm gut aber die sind alle nur im geringen Prozentsatz also das ist sollte alles themenmäßig nicht so schwierig sein so die übliche Kombi von denen könnte ich eigentlich auch mal ein bisschen mehr machen oh ja apropos mehr machen geht natürlich jetzt gerade wieder nicht weil ich natürlich jetzt wieder warten muss so aber dann kann ich zumindest da hier erstmal runterfahren so eigentlich geht da eine 15er ne geht natürlich nie so 9 und 5 geht aber gut geht aber auch nicht okay dann machen wir 9 und 3 ist in dem Fall auch okay da natürlich wieder die Pumpe und da unten da müssen wir jetzt schauen okay das ah das haben wir ja weit weit noch nicht äh mitgezogen so da geht ein 15er da bin ich froh dann machen wir da schau mal da wird es wahrscheinlich ein 9er gut gehen wenn ich das so mache geht sich das aus da kann ich sogar eins weiter ziehen ihr wisst ja immer die maximale Performance rausholen ja damit wir ja genügend Ressourcen sparen weil er wisst ja es ist ja sonst schwierig so dann hier natürlich da auch ein Pümpchen ran für dann haben wir die die Schmutzwässer entsorgt okay und dann müssen wir aber da auch ein Knie ran so sie geht da ran da werden wir ein 3er ne geht sogar ein 5er okay so ein Ding es könnte hier jetzt spannend werden weil wir da jetzt wirklich sehr sehr viel Müll auswerten müssen sage ich mal das könnte ich ja nicht machen bevor ich das produktiv nehme das machen wir jetzt gleich weil wir müssen da echt sehr viel Müll auswerten wir müssen einmal das da machen ja das habe ich jetzt rechts links so ist richtig so einmal das da gemacht so dann hier natürlich Verbinderschnecke und rüber gesaust passt und dann haben wir nämlich hier die normalen Dinge auch noch also die Teile da wo haben wir denn die die sind hier da haben wir ewig ewig schon nichts mehr gebraucht von denen Moment geht sich geht sich das nicht anders aus geht sich das hier von der Länge ne geht sich natürlich nicht aus naja so okay dann haben wir auch die Teile die packen wir dann da raus das ist jetzt die die genau okay natürlich eins zu so das könnten wir eigentlich ne da nicht weil das ist das andere Rohr dann müssen wir das so machen so wo wird wieder zerstört immer auf Novice okay so da kommen nämlich dann die ähm die Dinger da raus Junk Junk Data Card so dann ist das alles hier schön raus gefiltert das passt schön auch so dass wir potenziell da weiter machen können so jetzt werden wir da wahrscheinlich wieder genau hier fehlen natürlich wieder Sachen ist eh klar ja gut dann zieht mir einfach hier wieder ein bisschen was raus oder ja gut das tolle ist dass ihr natürlich gleich wieder setzen wollt es ist es ist schön dass ihr so 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 brav seid Robus aber manchmal es ist es ist natürlich immer blöd weil ich bin ja eh selbst schuld ich dürfte einfach nicht so viel in Auftrag geben das wäre immer einfach der beste Weg so ja jetzt macht die so da würde ich aber trotzdem ihr hier gerne sein ach und da haben wir brauchen wir du wirst mir doch verarschen ich hab doch ich hab gesagt ich hab keine grünen Greifer mehr das das wäre natürlich wieder Supergau ich mein es ist eh schlimm genug dass ich keine Dome mehr habe die große Domkrise auch hier wieder bitte rausziehen so rausziehen 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 aber nicht reinsetzen weil ich muss da dommäßig hier irgendwo ran irgendwo da Dome kann ich ja komm bauen wir schnell noch zwei so jetzt habe ich Masten auch bald keine mehr so passt gut und was fehlt hier jetzt noch? hier fehlt jetzt noch eigentlich noch alles sehe ich gerade achso weil ich natürlich noch nichts angeschlossen habe ich habe noch gar nichts angeschlossen außer das Zeug stimmt ich hatte ja vorher Knieprobleme ich hatte Knieprobleme so also einmal hier anfordern und dann wieder aktiv ausbieten entbieten quasi zack zack das kommt da rein das kommt raus natürlich greift der Masten nicht mehr ganz hinwert jetzt auf Moment nur wie es im Orbit bin ich eigentlich weiß nicht warum frag nicht hat der jetzt Vita Melange schon wieder gebracht? ja hat er schon wieder gebracht okay du bist eher auf manuell momentan wir haben jetzt wieder mit Vita Melange da viel ist es nicht aber zumindest so viel dass ich hier das Zeug bauen kann ja und es wird hier schön befüllt wie gut stehen wir da jetzt ja wird wird schön langsam wird so das bedeutet dass hier eigentlich ja 187 ist wieder eine sehr interessante Zahl ich mach mal nur 100 Sachen gut ja dann müssen wir jetzt eigentlich nur noch die Karten also da können wir dann die Schlinge da eigentlich schließen warte mal haben wir da ran ja Höhe da warum hab ich dann ein zweites eigentlich brauche ich dann noch was? also der Zweite das ist eigentlich umsonst das brauche ich hier nicht das reicht einer das bedeutet ich könnte das sogar ein bisschen weiter ran packen mach ich jetzt aber nicht weil nach unten hin ist es alles schon perfekt was hab ich da eigentlich gemacht das stimmt ja gar nicht ach Gott Klaut sei doch nicht immer so verwirrt ach meine Robles ja anstatt dass sie das setzen was sie setzen sollen sind sie wieder voll motiviert ach Gott ok lass mal da dann müssen wir eins runter ist auch ok für mich dann machen wir da eins runter so weil das hier sonst zu lange ist jetzt bin ich wieder eins zu tief ich sag mal bin ich zu bin ich echt zu ne das hätte schon gepasst ich bin ich bin einfach zu ich bin einfach zu dämlich gerade was ist denn da jetzt los so der obere schließt an so so stimmt ich darf da ja ok und da muss ich rein das ist immer schwierig wenn man nicht weiß wo man rein muss natürlich außerhalb Kontext zitieren ihr wisst ja wie es läuft so genau weil dann haben wir da alles das passt dann müsste der das eigentlich dann produzieren oder ja sieht gut aus genau da kommt nämlich alles mögliche raus da kann auch Schrott und Zeugel überhaupt raus können das wird unten alles schon ausgefiltert ich glaube da müsste man vielleicht geschwindkeitsmäßig ein bisschen mehr machen aber naja sieht gut aus hätte ich gesagt hört auf das zu setzen Robus das passt jetzt gerade nicht ja dann haben wir eigentlich eh nur noch eins in dem Level dann könnten wir ja das schon fertig machen wieder oh mein Gott nämlich biomechanische ja jetzt eben ist das ähnlich wie das jetzt gerade nur mit mechanical facility ja komm das machen wir noch oder ich glaube das machen wir noch hätte ich gesagt obwohl wir eigentlich schon wieder bei vier stunden sind aber heute habe ich nie gesagt dass ich wenig machen will Also von dem her, alles gut. Für mich, ich rede es mir einfach gut, ja. So, also habe ich noch Mechanical Facilities, könnte ich ja sogar, ja, habe ich sogar noch zwei, sehr schön. Packen wir zwei rein, die Dinger packen wir raus, so, okay. Wahrscheinlich fehlen mir noch sehr viele andere Sachen, die ich jetzt natürlich nicht mit habe, aber hey. Ja, zum Beispiel, ich brauche auf jeden Fall gesundes Zeug. Ganz ehrlich, Reis, da ist das erstmal alles weg. Von denen brauche ich auf jeden Fall sehr viele wieder. Die könnte ich eigentlich auch Pufferkisten mäßig, da könnte ich die eine passive Anbieterkiste auf Pufferkiste umstellen, oder? Das mache ich jetzt noch, damit die das nicht ins Lager packen. Gut, was relativ selten ist, aber, naja. So, dann machen wir hier nämlich eine, so, wie, wie groß sind die eigentlich gestackt auf 100? Dann, nein, stopp, dann machen wir da eine 4800er Pufferkiste. So, dann wird da vielleicht ein bisschen was geliefert von dem Zeug auch. Naja, gut, schauen wir mal. Schauen wir mal, schauen wir mal. Also das Letzte, wie gesagt, das braucht jetzt gar nicht so viel, schlimm viel. Lubrikant muss ich liefern. Biomechanische Daten, ähm, muss ich liefern, das ist alles nicht so schlimm. Schlimmer ist eher, dass ich auch hier wieder sehr viel Abfall produziere. Was machen wir da wieder? Aber Flüssigkeiten brauche ich da keine, oder? Doch, Lubrikant, so. Das ist jetzt die Frage, Lubrikant, ist das ähnlich wie das hier eigentlich, oder? Ja, ist eigentlich genau gleich, eigentlich könnte ich die kopieren. Ja, es ist nämlich exakt gleich, sehe ich gerade. So, ziemlich exakt gleich, dann kopieren wir das einfach. Und fertig, hätte ich gesagt, oder? Ich glaube schon, dass das ganz gut gehen müsste. So. Also, ja, bitte setzen. Aber hier nicht die, sondern die, die besseren, die Seepferdchen da hatten. Oder? Genau, da kommt kosmisches, hässliches Wasser raus. Und das passt, und das Lubrikant kommt da rein. Das wird hier angeliefert, das passt. Kommt hier auch gut ran. Ja, sollte, sollte kein Thema sein. Und raus kommt alles mögliche. Achso, und ich muss oben, ehrlich gesagt, muss ich ja nur die Seepferdchen. Ähm. Also, äh, die Seepferdchen, die Biodaten, natürlich. Ja, ich bin echt jetzt so faul. Achso, ich habe, ich habe sogar gar keine Bänder mehr mit, sehe ich gerade. Ja, es mangelt an allem. So, und Plattformen setzen die natürlich jetzt wieder da drüben, obwohl das schlecht ist, weil ich ja eigentlich die Plattformen vielleicht irgendwo anders zum setzen brauche. Na, egal. So, äh, das wollte ich eigentlich. Dann werden wir da die Seepferdchen, also wenn die da oben, die kommen da raus. Die kommen auf die Seite. Achso, ja, komm, ich hole, ich hole schnell Bänder. Ich hole schnell Bänder. Was ist denn da eigentlich drin? Hä? Äh. W-w-w-wieso? Wieso? Wie können da jetzt Seepferdchen da... Hä? Ach du Scheiße. Oh, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich habe irgendwo was verkackt. Oh mein Gott, oh mein verdammter fucking Gott. Ich habe... Äh, sorry, das... Ich wollte nicht so viel fluchen. Ich habe es verkackt. Ich habe es... Oh mein Gott, jetzt haben wir ein Problem. Habe ich da... Ja, natürlich habe ich das genau komplett verdreht gemacht. Ich Idiot vor dem Herrn. Ja, jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben wir ein Problem. Okay, das ist... Ja, das ist natürlich... Ich mache trotzdem das zuerst fertig. Oh nein! Ja, das... Das ist... Das ist jetzt ganz toll. Also jetzt haben wir so ziemlich das Schlimmste gemacht, was wir machen können. Jetzt haben wir nämlich überall... Die Fließbänder pollutet. Mit den grünen... Mit den grünen Daten hier. Ach du Schatten. Würde das... Moment, jetzt muss ich mal kurz was probieren. Ja, das ist ja ganz toll. Ist das ja jetzt... Wow! Weil die sind nämlich jetzt überall. Seht ihr das? Jetzt muss ich mal was probieren. Wenn ich jetzt eine... Moment, eine Abrissblau... Ne, so eine Krabbel... Gibt es nicht so eine Krabbelblaupause? Respawn Navigation Satellite? Moment. Da gab es doch irgend sowas. Modul Insert. Ah, cool. Modul Insert. Okay. Deconstruction Planner. War das da drin? Weil das... Das ist ja jetzt... Ja, das kommt natürlich... So, Tiles. Kann ich, wenn ich da jetzt Karten... Ne, ich kann ja da keine Karten nehmen. Da glaube ich auch. Ne, das sind nur die Tiles. Okay. Ja, das haben wir richtig gut hinbekommen. Also ich freue mich sehr. Ja, und statt zu versuchen, den Schaden zu begrenzen... Gucke ich einfach zu und weine. Ja. Wow, okay. Ähm. Äh, was wollte ich jetzt holen? Ein Bänder. Ja, das muss ich... Muss ich natürlich jetzt noch... Äh, dann alles schön ausleeren. Das wird richtig toll. Richtig klasse wird das. Äh, 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 äh. Ja, wow. Überall... Wisst ihr, das Problem ist nicht... Überall, wo ich weiße Bänder jetzt... Äh, wo ich weiße Dinger habe... Habe ich jetzt genau das Problem. Überall. Ja. Wer... Wer hätte es gedacht? Brauche ich die da echt nicht? Ne, die brauche ich hier nicht. So, da holen wir die Dinger ran, aber... Tausend. So. Tausend sind zu viel, ich weiß auch nicht was. Trotzdem. Warum haben wir hier echt schon wieder keinen Dom empfangen? Offensichtlich haben wir da echt wieder keinen Dom empfangen. Naja. Ja, das wird jetzt dann spannend. Wie weit kann ich... Achso, da könnte ich hier sogar weiter gehen. Weiß was, dann gehen wir auch weiter. Nämlich so weit wie es geht. Bis hier hin. So. Ach du Schande. Ja, es ist nämlich schön, weil jetzt steht auch alles. Und ich noch so... Oh, das Spiel macht komische Sachen. Ja, das Spiel, das Spiel ist kaputt. Wieso sind da auf einmal Grüne drin? Das kann ich mir ja gar nicht erklären. Wie geht's denn sowas? Tja, Cloud. Das gibt's, wenn man einfach episch verpeilt ist. So, aber das läuft auf jeden Fall. Das ist schön. Schauen wir mal, wie es diesmal richtig hinbekommt. Zum Glück muss ich hier nicht das... Oh, da ist ein Dom im Weg. Was ist denn das für eine Freude? So, kommen hier einmal das Kopieren. Ach. Ich habe schon wieder keine Böden mehr. Wobei das jetzt gerade mein geringstes Problem ist, die vielen Böden. Eiei, eiei, eiei. Okay. Ach so, und ich habe hier natürlich noch... Ja, das muss ich auch noch machen. So, die Flüssigkeiten, bevor ich hier... Ja, ich bin, ich bin jetzt... Das ist jetzt natürlich... Das lief jetzt ja echt nicht gut. Das war jetzt ein Desaster vor dem Herrn. Und es ist ja fast zum Plärren. So. Naja. 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 Und ich habe jetzt Masten auch keine mehr. Das wird... Es wird alles immer besser. Also... So gut, wie es jetzt bis jetzt lief. Aber es kann ja nicht immer gut laufen. Ja. Das ist genau das. Wenn es zu gut läuft, ist ganz klar, da passiert dann irgendwas. Wie das jetzt gerade. Das ist... Ich meine, das ist jetzt nicht... Ich würde es jetzt nicht Karma nennen, weil Karma ist eigentlich... Ich habe ja nichts Böses getan und ich habe ja auch nicht irgendwie so... So gesagt, haha, guck mal Space Exploration, da kann ich so gut da... Was will dieses komische Spiel überhaupt von mir? Dann wäre es Karma. Aber so ist es einfach nur blöd. Naja. Kann man jetzt nicht ändern. Also muss ich... Muss ich reparieren. Das hilft alles nichts. Aber ich habe schon eine Idee, wie ich es mache. Zum Glück, ich habe ja noch eine Stunde Zeit hier im All. Eineinhalb Stunden sogar noch. Und das Schöne ist... Wir machen jetzt unfreiwillig so eine Tour. Ja, so eine Tour, was wir denn nicht alles schon gemacht haben hier. Im All. Das ist ja auch was Schönes. Ja, da werden wir jetzt unsere ganzen Kunstwerke alle... Ähm, hier jetzt nochmal sehen dann. So. Gut. Sehr schön. Läuft alles, oder? So gut es laufen kann. Oder hier ist nix. Staud nix. Nö. Alles gut. Okay. So. Ich habe sehr viel von dem Zeug im Inventar aus Gründen. Also ich dachte mir, dass es irgend so ein Aufhebe-Ding gibt. Aber offensichtlich gibt es das ja doch nicht. So. Die beiden kommen auf jeden Fall da rein. Ich habe momentan relativ wenig von dem Zeug. Okay. So. Gut, weil ich mache das jetzt nämlich so, dass ich jetzt hergehe und sage, Datenkarten, die Dinger bitte auf... Ich möchte von denen Null haben. Weil dann werden die nämlich automatisch hier rübergelegt. Jetzt muss ich nur noch schauen, dass ich die Dinger... Die glaube ich müssten hier rein, oder? Passt das? Ja. Die Dinger Bio-Resistance. Gut. Von denen bekomme ich jetzt eh Millionen. Wahrscheinlich. Aufgrund dieses Fauxpas. Wow. Okay. So. Ich würde sagen, wir machen das jetzt strukturell richtig. Versuchen wir zumindest. Ich werde jetzt doch gucken, dass ich das irgendwie schadenstechnisch begrenze. Und zwar, indem ich auf jeden Fall hier erstmal sage, sollte da noch aus irgendeinem Grund so ein grünes Zeug hochkommen, dann schiebt das bitte auf der... Das war mein Links-Rechts-Problem, ihr wisst ja. So. Dann schiebt das bitte da raus und packt das in die Kiste rein. Also sollte da jetzt noch so ein Ding aus irgendeinem Grund kommen, so dann kommt das da rein. Okay. Gut. Ich mache das jetzt strukturell richtig. Ich gucke jetzt einfach hier durch und dann werden wir zusehen, wir gehen zuerst nach oben zum ersten Ding. So. Da habe ich welche. Und ich ziehe die jetzt einfach so raus. Das ist nur das Problem, wenn die im Tunnel drin sind, habe ich natürlich ein Problem. Naja, gut. Aber das hilft jetzt alles nichts. So. Ich habe da welche. Boah, das kriege ich niemals mehr hin, glaube ich. Ich meine, ich könnte da natürlich jetzt einfach hergehen. Ja, ich werde das so machen, dass ich hier... Boah, das kriege ich doch niemals mehr hin. Ne, da war eh nichts zum Glück, wie es aussieht bis dahin. Da auch nicht. Ja, da werden wir jetzt mehrere Folgen, glaube ich, noch Auswirkungen haben, was das betrifft. Ja, die können sich natürlich jetzt überall versteckt haben, die Dinger. Weil das gemeine ist, wie gesagt, wenn die im Tunnel drin sind, genau wie das Ding jetzt, ja. Wenn die im Tunnel drin sind, das werden wir niemals mehr finden. Da müsste ich eigentlich jeden Tunnel aufreißen. Und das geht natürlich gar nicht. Und ich hoffe, ja, ich werde doch so viel Beifang mitnehmen. Boah, das ist richtig doof. Das ist richtig doof. So, da ist sonst nix. Nur so weit sind die nicht gekommen, zum Glück. Da auch nicht. Da auch nicht. Und da sind welche. Ja, es hilft eh nix. Ich muss jetzt eh einfach zusehen. Und wie gesagt, wenn wir irgendwo auf einmal sehen, dass irgendwas steht, dann haben wir natürlich das Problem mit. Ich glaube, da so weit sind die noch gar nicht gekommen, oder? Ne, da ist also nix mehr, wie es aussieht. Das sieht gut aus, ja. Keine Ahnung, wo die jetzt schon wieder diese Karten... Ach Gott, ja, dann bringen die mir wieder irgendwelche komischen Karten. Das ist okay. So, da ist... Also ich glaube, ich hoffe, dass die nicht so weit hier hochgekommen sind. Ja, sonst ist es leicht problematisch. Aber naja. So, die nächste Reise ist dann da nach unten. So, und hier, da nach unten gucken wir dann später erstmal. Ja, da sehen wir schon Drama. Drama, Drama, Drama. Ja, da habe ich jetzt natürlich genau das Problem, dass ich diese Methyl-Testing-Packages auch mitnehme, die ich natürlich nicht mitnehmen will, weil die sehr viel Platz in Anspruch nehmen, den ich nicht habe. So, okay. Repariert. So, da sind ein paar drinnen. Und dann passt. Ich könnte mich natürlich da so seitlich ranstellen. So, erledigt. Mehr oder weniger. Da sind noch ein paar in der Schleife. Zum Glück haben wir da einen guten Kontrast, muss ich sagen. Wenn natürlich die grünen relativ gut rauszumsehen sind zwischen den weißen Teilen. Und dann muss ich jetzt leider eh, wie es aussieht, da so ran, hilft alles nix. Ah ja. Okay. So. Oh, sehr viel Material-Testing-Packages. Und Schrott habe ich jetzt auch auf einmal mit. Das ist ja schön, aber den könnten wir da reinpacken, oder? Ich hoffe, das ist der richtige Schrott. Nicht, dass ich da jetzt hier die Schrott-Lanes vermülle. Ja, sowas Doofes. Also sowas Doofes dürfte ehrlich gesagt echt nicht passieren. Aber naja. Es wird uns eine Lehre sein. Wir werden in Zukunft besser aufpassen. Und merken immer, wenn es zu gut geht, dann haben wir wahrscheinlich irgendwo einen Hund begraben. So, und auch, witzigerweise, auch hier, auch hier sind noch grüne. Also die sind doch eher relativ weit gefahren, hier habe ich das Gefühl. So. So, und da haben wir auch noch grüne. Ah, und Lokomotiven. Ah, das ist lustig, weil die Lokomotiven, die kriege ich aus dem Inventar nicht mehr raus. Oder wie hoch kann ich Lokomotiven eigentlich stacken? Nicht sehr hoch, wie es aussieht. Oh nein, ich habe einen Lokomotiv-Überschuss in der Tasche. Könnt ihr euch sowas vorstellen? Ein Lokomotiv-Überschuss. So, habe ich es jetzt rausgezogen, alle? Ja, müsste passen. Da sind natürlich wieder einige. Und da haben wir wieder Material-Testing-Packages. Hat das irgendjemand gesehen und hatte dann so einen Facepalm-Moment? Würde mich interessieren, ob ihr das so, ob ihr das so genau mitsieht oder ob euch das auch nicht aufgefallen ist. Ja, aber so schnell kann es gehen. Einen Splitter falsch gesetzt und schon ist alles kaputt. So, so weit sind wir dann nicht gekommen, wie es aussieht. Ne, das passt. Okay. Ja, ich befürchte trotzdem, dass mir das noch einige Folgen nachhängen wird. Dieser Fauxpas. Dann schauen wir da nach unten. Haben wir da irgendwo was Grünes drin? Ne, da ist nichts Grünes. Doch. Auch hier. Auch bis hier hin. Du wirst mich doch verarschen. Wie geht denn sowas? Okay. Ja gut, das ist... Ah, sogar so richtig schön... Achso, das ist ja klar. Das ist ja jetzt hier das Band. Das passt schon. Ist ganz klar, dass es hier natürlich ist. Okay. Da ist es ja hauptsächlich das Problem, wie es aussieht. Ja, ich meine, Logistiknetz freut's. Aber das hat jetzt richtig was Schönes zu tun. Richtig schön herumlogistisieren. So, eigentlich könnte ich, weil ich gerade hier bin, wir den da machen. Ja, Logistiknetz freut's, komm. Ah, und da habe ich natürlich das Problem, dass ich... Oh je. Ja, dass ich die natürlich jetzt deckenmäßig ganz schlecht unterbringe. Ah, da hat sich sogar noch eine versteckt hier. Ja, das wird noch öfter passieren. Dass ich da einfach irgendwo eine versteckt. So ein Ding einfach so schleichend reinschleicht. Hier zwischendrin. Ne, da ist nix. Okay. Okay. Sehr schön. Ja, da habe ich nur das Problem, dass ich die Dinge wahrscheinlich jetzt wirklich niemals losbekomme. So, da ist... Ja, doch, da sind wir auch. Und da oben hat sich auch ein Tunnel eins versteckt. Seht euch das an. So ein Schlingel versteckt sich einfach im Tunnel, das grüne Ding. So, gut. Die packen wir raus. Ja, wie gesagt, Kontrast, sei Dank, werden wir da... Werden wir die dann schon sehen irgendwann. Falls die da irgendwo noch zwischendrin sind. Und ich sehe gerade, okay. Achso, weil die hier natürlich jetzt massiv über... Oder? Oder tragen die das jetzt da hoch? Ne, oder? So schnell... Ne, ne, das passt schon. Alles gut, alles gut. Okay. Boah. Ja, ja. Sonst so? Was habt ihr so gemacht heute? Ich habe Fließbänder ausgeräumt. Aufgrund von Inkompetenz. Ja, ja. Das kann passieren. Inkompetenz ist ganz schlecht, Leute. Inkompetenz ist ganz schlecht. So. Aber ich glaube, wir haben es repariert, oder? Ja. Also hier noch, da noch ein bisschen rausgeräumt. Und dann... So, jetzt eigentlich... Nein, vielleicht so, dass wir die Violetten nicht erreichen. Genau. Sehr schön. Da noch ein bisschen raus. Ja, passt. Achso, grüne brauchen wir da nicht. Warum staut das hier? Ist das hier echt schon voll? Ja, die ist voll. Okay, die Kisten sind alle schön voll. So gefällt mir das. Auch die Kiste, die Kiste der Verdammnis, nenne ich die jetzt. Ja, wie nennen wir diese Folge jetzt? Der... Der Belzblittervorfall. Oh, ich bin sehr voll, wie es aussieht. Der Belzblittervorfall. Eine furchtbare Geschichte ohne Happy End. Nur heute bei The Cloud 23. Also wir sind, glaube ich, schon... Ja, wir sind schon. Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal, schauen wir mal. Falls wieder irgendwo steht, irgendwann mal die ganze Produktion, dann wissen wir... Ist wahrscheinlich irgendwo was kaputt. So, das kommt da rein. Das ist schön, dass wir da zu viel von dem Zeug haben. So, jetzt habe ich auch so ein Feuerding in der Tasche. So eine Feuerkarte. Die habe ich dann wohl da oben irgendwo mitgehen lassen. Habe ich hier irgendwo eine Feuerkarte mitgehen lassen? Könnte ich ja da reinpacken, oder? Ja, packen wir hier eine Feuerkarte rein. Sehr gut. So, ich hoffe, dass ich jetzt alles ausgeräumt habe, was ich ausräumen muss. Oh, jetzt haben wir hier natürlich gar nichts mehr drin, weil ich da jetzt gerade sehr... Warum habe ich da eigentlich... Achso, weil ich... Ja, klar, weil ich von denen jetzt richtig viel rausgezogen habe. Ich verstehe schon. Alles gut. So, was habe ich jetzt noch hin mit der... Ja, Vitamilange Spice und so. Okay. Gut. Aber... Das Positive dran ist, wir haben jetzt hier wieder vier Kartentypen. Ergo... Können wir da jetzt wieder weiterforschen? Ist doch cool, oder? So, also da nochmal raus wieder. So. Das Problem ist, ich habe da wirklich wieder zu wenig Platz gelassen. Naja, gut, es könnte sich rausgehen. So, wenn ich würde sagen, komm, dann machen wir jetzt lieber gleich jetzt die richtige Forschung hier aktivieren. Wenn nicht, dass wir da jetzt dann vielleicht auch wieder was falsch machen und dann ist wieder alles im allerwertesten. So, okay. Passt. So, und dann hier... Ähm, ja. Meine Begeisterung merkt ihr wahrscheinlich gerade über meine, über meinen... Ich meine, ich bin absolut hundertprozentig selbst schuld über diesen Fauxpas. Absolut. Was aber meine Begeisterung an... An dem Ganzen natürlich nicht schmälert. So, und dann müssen wir Geschwindigkeitsdinger, glaube ich, ranpacken. Genau. Also Begeisterung im... Im sarkastisch-negativen Sinne natürlich. So, und jetzt werden wir folgendes machen. Jetzt machen wir das hier hin und hier hin, weil dann können wir nämlich da... Umschalten auf die Zweier. Müssen wir nur hier dann die andere Kühlflüssigkeit ranpacken. Das haben wir ja vorher schon alles schön vorbereitet. Es steht natürlich der Dom hier, ist eh klar. Ach Gott, ich sehe immer diese Dome. Nicht denn hier? Naja, der hat natürlich hier genau überhaupt keinen Platz. So, wenn ich den jetzt hier hinpacke... Und den weg, dann geht sich das sehr. Und das ist natürlich... Wieder alles nicht verbunden. So. Also was, dann machen wir das aber ordentlich hier. Also ordentlich schief alles. So, passt schon. Alles gut, passt. Ähm, ich bräuchte hier bitte ein bisschen... Ein bisschen freudige Zuversicht. Im Sinne von... So. So. Also, ähm, ja gut, das ist natürlich eher schlecht hier. Die hätte gepasst. Weiß nicht, warum das ich... Nein. Hilfe, nicht abdriften. Ich wollte nur mal kurz ein bisschen mich ausruhen. So. Naja, so, da eine 9 und 5. 9 und 5. Achso. Ja, genau. 9 und 5. Passt. Oh, der, der Dom ist nicht, ist nicht, äh, hier da so. Okay. Passt. Dann haben wir da die 2er. Ach, die arbeiten schon. Okay. Wie können die schon arbeiten? Achso, weil ich ein paar 3er habe ich schon. Stimmt, oder? Da war ja was. Okay, gut. Dann werden nämlich weniger Datenkarten hier gebraucht. Ist auch schön. Achso, und jetzt kann ich aber da dann gleich enable, disable die 2er machen. Genau, okay. Das passt. Ja, und dann hier, ähm, ich brauche Dinge. Ich brauche Dinge. Dinge im Sinne von Bodenbearbeitungsdinge. Und ich brauche noch so eine Fabrik. Ich bräuchte mehr Zeit. So, eine solche Fabrik habe ich, ich, oh Gott, die habe ich hier. Achso, die baue ich ja hier. Ja gut, dann kommt das Schaffen, ne? Ein paar Motoren und so Zeugen ran, oder? Ja, sehr schön. Reicht ja eine vorerst. So. Ich bin übrigens stolz, dass ich das jetzt doch irgendwie hingekommen habe. Kann ich kontaminierten Scrap eigentlich einfach ablegen? Das müsste ja gehen. So, einmal das Ding und Boden. Ich brauche sehr viel Boden. Da haben wir viel Boden. Wie viel Boden ist da? Da ist nicht viel Boden da. Okay. So, aber ich muss ja, das Problem ist, ich muss ja für die Dinger, reicht ja jetzt nicht nur das, ich muss da ja auch diese Bioscrubber irgendwie noch bauen. Und das könnte, muss ich schauen, ob sich das hier ausgeht. Wahrscheinlich ja eher nicht so. Und ich habe schon wieder kein Vita-Melange-Speis mehr, wie es aussieht. So. In der Höhe müsste das ja so reichen. So, genau. Ja, setzt mal. Und wie haben wir das da oben gemacht? Das ist einfach nur hier genau da ran. Das passt und einfach das Kopieren, hätte ich gesagt. Ja. Also einmal da den hin. Das Ding kopieren. Mit all seinen Facetten. Und das reicht nicht. Oh nein. Was genau, während ich jetzt Boden hole, was brauchen wir für Bioscrubber? Für die biologische Verwertung von Schrott. Was ich das Zeug finde, finde ich ja wieder mal nicht. Da. Kohle, Glas, Stahl und Vitalic Acid. Das ist die Frage, wo brauche ich Bioscrubber noch, ob ich das hier auch offside machen soll? Also offside im Sinne von nicht da unten. Ich glaube, das Zeug brauche ich ja für andere Sachen auch, oder? Ich will mal kurz gucken. Bioscrubber. So, das brauche ich in... Ja, gut, okay. Eigentlich ja Produktivitätsmodule 5. Das ist okay. Boah, bei Produktivitätsmodule 5 brauche ich Bioscrubber und biologischen Karten. Okay, das wird spannend. Ja, also... Ich weiß nicht. Nee, ich glaube, ich mache es unten. Weil die sind ja jetzt... Wobei, wie kann ich die nochmal machen? Wo muss ich die machen? Achso, da baue ich wieder so eine Biochemiefabrik. Da habe ich die in dem Platz unten, glaube ich, gar nicht. Habe ich noch eine Biochemiefabrik? Müsste ich ja sogar noch haben, ja. Aber das Problem ist, ich habe da unten... ...da keinen Platz. Ich glaube, ich baue die... ...könnte ich natürlich hier einfach hinbauen. Und dann liefern lassen, oder? Ich glaube, das mache ich auch. Ich brauche natürlich auch Böden. Hatte ich natürlich wieder vergessen. Das Wichtigste. Das Wichtigste von allen sind Böden. Ja, ich mache mir das jetzt echt einfach. Weil wie gesagt, da unten habe ich sowieso keinen Platz. Ich baue die jetzt einfach hier hin. Ich glaube, das soll es theoretisch nicht stören. Und ich habe natürlich wieder genau die ganzen Böden, die ich eigentlich anderwertig brauche. Hier schon mal wieder. Ja, eh schon ein bisschen. So. ein bisschen Boden haben wir oder ist das jetzt eine gute Idee das hier hinzubauen wie lange dauert das dann? 2 Sekunden ich brauche Glas, Kohle und Stahl und dieses Vitalic Acid ich glaube für das erste muss es hier einfach reichen nein, das ist eh nicht das, ich brauche die Bio-Fabrik die ist ja nochmal ein Eckgrößer wenn ich könnte natürlich ich setze das Ding jetzt einfach mal hierher Bio-Skrabber dann brauche ich hier eine Entleerungsstation für das Zeug dann brauche ich da eine einmal anfordern natürlich ist hier kein Logistik hier ist kein Logistik warum ist da kein Logistik? so, anfordern und aktiv wieder abliefern so, einmal rein und einmal raus hier das da und zwar, ich würde mal sagen, da reichen 100 so, aus Pufferkisten es stimmt, ich habe ja das Zeug auch nicht mehr weil aus Gründen muss ich kurz die Rakete runterschicken wie viel wiegt der Melange ist da drin? ich hätte noch genug also ganz ehrlich, ich packe jetzt mal 20 ein weil offensichtlich brauche ich von dem Zeugen ein bisschen mehr Launcher und Cargo full das sollte passen, wenn die Rakete vom All wieder runterkommt ähm, Dom haben wir da, den packen wir da ran das passt ganz gut einfach mal rangepfuscht hier alles so so, und dann brauchen wir eigentlich hier nur mehr noch die andere Anforderungsküste ja, warum auch nicht? äh, es ist einfach furchtbar da brauche ich schon wieder so viel Zeug ähm, dann machen wir 500 das ist ein Stack da machen wir 1000 das ist eine Reihe in der Kiste und da machen wir auch 1000 das ist auch eine Reihe in der Kiste so, und dann machen wir da einmal den da so rein kann ich da wenigstens nein, ich kann nirgendwo mit Braunen arbeiten das ist immer sehr bitter, wenn ich nirgendwo mit Braunen arbeiten kann so, und eine passive Anbieterkiste das freut uns sehr die wir ja, limitieren wir sie mal so das wird alles delivered ja, da haben wir eigentlich genügend da von dem Zeug ja, schauen wir mal das ist eigentlich eh die die Geschichte ist zu wenig da aber der Rest passt eigentlich schauen wir mal ah, jetzt haben sie sogar schon was geliefert wo bin ich eigentlich Vitamelange Spice Moment, habe ich das das habe ich hoffentlich eh in der Kiste oder? da habe ich eine Pufferkiste, oder? ja sieht gut aus sehr schön, sehr schön so, das Ding läuft ich könnte ein bisschen mithelfen kann ich ja also, kann ich jetzt nicht mehr weil ja gut dann machen wir uns das echt ein bisschen einfacher so, Robo schalten wir lieber wieder aus wobei, da ist eh fast nichts mehr da so, dann setzen wir das jetzt hier her wie gesagt dann machen wir das so oben ist eh noch oh Gott könntet ihr das jetzt oh Gott, Robos ach so, das war jetzt okay, die ja ich sage eh schon nichts mehr die haben das aus dem Hauptlogistiknetz geliefert so, jetzt bitte einmal gesetzt hier machen wir aber bitte eher dann das zweite Rezept dran das wäre dann das Teil da so dann müssen wir nämlich hier okay, da ich habe doch ich hätte warum würdest du brauche ich eigentlich gar nicht mehr hier merke ich gerade da darf ja eh nur noch das andere Zeug drauf sein was ich habe so, also auch hier brauche ich das eigentlich nicht mehr so genau, das muss schon noch und Dome haben wir also haben wir da hätten ja jeder zwischendrin gut Platz, oder? genau so, okay läuft noch nicht so ganz aber das wird angefordert das kommt dran das passt also und das müssen wir natürlich noch wegräumen hier auch noch wichtig so gut nein, das war doof so ist richtig gut, okay läuft alles passt wir haben alles bis auf die Bioscrubber die kommen nämlich jetzt einfach da ran einfach wie viel haben wir da da haben wir 4000 weißt du was da machen wir hier was ist ein Bioscrubber für ein Stack Size da möchte ich es eigentlich immer haben 50 also machen wir da 2400 Bioscrubber haben wir so einen Bioscrubber schon gemacht jetzt eigentlich ja, es sieht so aus gut dafür haben wir kein Liter Melange Extrakt mehr das liegt aber da dann, weil die Rakete natürlich ja so, aber da müsste der eigentlich ach so, Flüssigkeiten brauchen wir noch die Flüssigkeiten brauchen wir noch was haben wir denn da Schönes da haben wir nur einen Dreier oder so okay da packen wir aber trotzdem 7 da ran, oder? ja so, have fun neuner yay und wir haben das nächste biologische Science Pack gemacht also eigentlich bin ich echt ganz glücklich was ist eigentlich da jetzt? warum 46? das braucht er wahrscheinlich irgendwann irgendwas mangelt ja, okay sieht gut aus hätte ich gesagt läuft alles ich muss nur hier vielleicht das andere rausziehen so, okay ja, schön da haben wir echt forschungstechnisch sind wir da richtig gut unterwegs heute ich bin echt eigentlich ein bisschen stolz auf uns fast ich muss nur komm, ich muss diese ganzen Daten hier, was habe ich? ach Gott, ich habe da so viel Müll jetzt im Inventar wieder mal so, weg damit weg damit brauche ich diese diese Dinger brauche ich hier auch weg damit so ja, und es mangelt an Vita Melange Speis mangelt es jetzt gerade weil wir deshalb keine genau, wir haben keine Vitalic Acid Barrels mehr weil Vita Melange Speis nicht mehr da ist habe ich echt nicht mehr, oder? ja, muss muss fast so sein ja, ich habe jetzt ein kosmisches Wasserfass in der Tasche weil irgendwie befüllen die mich da mit Fässern es kann natürlich sein, dass die Fässer irgendwo rumliegen und ich da immer drüber fliege versehentlich so, was ist hier das Thema? Schwefelsäuer ist es nicht es muss eigentlich hier oder habe ich die ist die Rakete jetzt schon gekommen? aha, die Rakete ist schon gekommen okay, jetzt bekomme ich wieder Vita Melange Speis okay, alles gut alles gut, verstehe, verstehe gut so, aber das bedeutet dass wir da eigentlich wieder voll gut werden ja, der füllt schön an achso, äh, der füllt hier da, 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 da da, da wow, okay, es ist doch, doch zu langsam wir brauchen mehr Stoff so boah, das geht ja richtig kommt da eins raus ne, zwei ach, du, scheinbar, da kommen zwei raus okay, guck, das ist natürlich wow, okay so, aber jetzt würde ich eins machen, ganz ehrlich jetzt würde ich ganz kurz gucken, ob ich hier noch also erstmal da die die anderen Forschungsknipsis ran so, die die zweier Dinger auch wenn ich die aktuell gar nicht brauche für die Forschung und das ist okay und ich nehme noch ein bisschen Boden mit damit wir jetzt gucken, wie viel ob wir hier noch ein bisschen Boden setzen können weil jetzt momentan fehlt halt Boden wirklich sehr viel und ich habe echt überall sehr viel löchrige Löcher löchrige Löcher ist auch eine nette Aussage, oder? und spannenderweise habe ich jetzt echt zu durch dieses komische durch diese komische Krise, glaube ich habe ich jetzt das Problem, dass ich viel zu wenig Datenkarten habe wobei dürfte eigentlich nicht sein weil es dürften ja jetzt nicht weniger sein sie müssten nur anders verteilt sein wobei dürften sie eigentlich auch nicht ja, keine Ahnung ich bin verwirrt, Leute das war zu viel das war mir echt zu viel dieses dieses Datenkarten-Dilemma aber dafür haben wir jetzt echt Bio-Forschung Stufe 2 hätte ich mir ja nicht gedacht dass wir wieder auf Anhieb zwei Stufen machen weil das hatten wir letztens auch so bei der letzten Forschung hatten wir ja auch gleich auf Anhieb die ersten zwei Stufen gemacht ja, cool so, Datenkarten haben wir aber trotzdem ja, sie sind ich meine klar, jetzt werden wieder weit mehr Datenkarten gebraucht erstmal ich habe hier immer noch das Problem dass die hier natürlich ach, jetzt haben wir hier ach, jetzt haben wir keinen Kupfer mehr es wird ja immer besser ist die Logistik jetzt so ausgelastet kann das sein? habe ich zu wenig Logistik-Bots im All? ich habe zu wenig Logistik-Bots im All ja, das ist dann natürlich so was soll ich da dazu sagen das ist dann natürlich ach, ich habe schon wieder was ist Y? Y ist totale Logistik-Bots ja gut, ich habe aber jetzt keine mehr auf Reserve das ist eher ein bisschen das Thema aber der müsste im Moment die jetzt muss ich kurz gucken auf Novi's der packt aber hier was rein? Logistik-Bots kleiner als 2000 wie viel habe ich da drin? 204 da muss ich ja irgendwo noch welche haben sorry sorry fürs Husten da muss ich ja irgendwo noch welche haben wo sind die dann? das ist echt eine gute Frage wo sind die, diese Logistik-Bots? weil der zählt ja Moment, wo ist denn da jetzt mein da ist das Ding, oder? oder wie ist genau, was haben wir denn da drauf? 1900 Logistik-Bots habe ich da drauf wo sind die bitte? habe ich da irgendwo Read-Logistik-Content drauf? auf dem? ne, kann ich nicht weil da wäre viel mehr Zeug da also irgendwo in irgendeiner Kiste müssen da noch massiv Logistik-Bots sein da mache ich Read-Logistik-Network-Content ja gut, wobei Logistik-Network-Content also wo sind diese Robos bitte? wo habe ich 2000 Robos rumfliegen? ah Moment mal da habe ich ja irgendwie sowas noch was ist das? Y plus Bots ah, so ah, da habe ich ja okay, ich verstehe schon frag mich nicht warum ich das so komisch gemacht habe aber offensichtlich habe ich das sehr komisch gemacht hier äh, ja ich habe das sehr komisch gemacht hier ich habe ja hier okay, ja gut, das die Anfänge dann wollen wir vielleicht doch 5000 von denen haben nicht 2000 so aber es wird ja die Kiste ja hoffentlich mit nee, die wird doch, die wird mitgezählt die wird da oben mitgezählt es wird hier dann da genau ja also wenn da welche drin sind ja doch, das passt schon alles gut alles gut, alles gut ähm ja, ich meine wobei so gut ist es dann auch nicht aber naja so, ich würde sagen wir werden äh, das all jetzt verlassen weil ich habe jetzt hier echt wieder vieles, vieles geschafft die Logistik-Bots ich wir müssen sehen wie sich das entwickelt ich hoffe, dass die Logistik-Bots da äh, zurechtkommen mit dem Zeug mit dem ganzen hier aber wenn nicht ich, ich habe schon wieder ich habe schon wieder vier leere Fesse im Inventar warum habe ich vier leere Fesse im Inventar Leute, wer mir das erklären kann warum ich dauernd vier leere Fesse im Inventar habe das würde mich sehr freuen oder ist das wenn ich so ein Live-Support-Kanister aufbrauche kann es sein, dass da ein Fass rauskommt das könnte natürlich sein aber der ist ja dann noch ganz da dürfte eigentlich kein Fass rauskommen ich check's echt nicht ich habe keine Ahnung wo das herkommt weil hier beliefert werde ich ja mit Fessern nicht gut, ähm was wollte ich noch genau die Vitamilage Extract wollte ich noch ablegen kommt da rein und wir müssten eigentlich dann ähm hier die Dinger aber wie gesagt da warte ich echt noch also das ist schwierig, schwierig so, sonst haben wir hier nichts mehr nee Schrott lege ich ab weil Schrott muss hier verarbeitet werden ja, der Rest ist eigentlich ist eigentlich spaßig ähm, sollte eigentlich passen glaube ich ja gut weißt du was Schrott ist weg passt wir fliegen nach unten wir machen da jetzt wieder Launch on Fuel full so und ich habe schon wieder vier Fessel im Inventar ich verstehe es echt nicht ich verstehe es wirklich nicht ich muss jetzt da nochmal kurz gucken habe ich Fässer oder es ist wirklich wenn ich wenn ich so ein Ding aufbrauche das dann Fass rausfällt das wäre das einzige was ich mir vorstellen kann wenn ich so ein Ding aufbrauche so ein Live-Support-Kanister Moment da müssen wir mal kurz gucken sind es nämlich schon acht boah, ich gehe zu schnell jetzt aber einmal boah, ich das finde ich cool so, die ist das die Reinigungsmaschine ja, ist die Reinigungsmaschine so, achso oh, Moment Moment, bitte nicht beliefern ich muss zuerst hier mein Zeug da rausnehmen so, jetzt dürfte ich mich beliefern das kann weg das kann weg das kann weg passt okay könnte ich ja mal kurz den Informatron angucken wo haben wir denn da Live-Support so ja ja live-Support-Kanister-Provide-Ressourcen hier, das ist ja hier okay also Ja, da steht eigentlich nix da. Also eigentlich, von dem kann es nicht kommen. Joa, keine Ahnung. Keine Ahnung. Woher die kamen, die Fässer? Jetzt sind sie auf jeden Fall weg. Die mysteriösen Fässer im All. Sehr spannend, sehr spannend. Gut. Ja, aber dann würde ich sagen, also ganz ehrlich, wir haben heute echt viel geschafft. Ich hätte mir nicht gedacht, dass wir das fertig machen. Und das soll es aber für heute jetzt gewesen sein. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es mindestens genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ihr merkt immer, es macht mir richtig Spaß. Und ich würde am liebsten Stunden um Stunden hier in Faktorio Space Exploration spielen. Aber geht natürlich nicht. Naja, gut. In dem Sinn, danke fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss, Leute.